So, wir gehen mal rein in den Stream. Ich weiß noch nicht genau warum, aber wenn ich immer genau wüsste, warum ich was mache, dann würde ich wahrscheinlich nie was machen. In meinem Fall auf jeden Fall. Aber egal, wir müssen es nicht wissen, wir tun es einfach tun. Ich kann nichts tun, nur tun Fisch. Und hier nochmal ganz kurz hier rüber und dann runter. Dann rüber. So ungefähr. An Rand. Haben wir das fast geschafft. So, und jetzt habe ich Krosinski gegen Hempelmann. Hä? Verstehe. Okay, ich muss erst das Fenster öffnen. Hoch, runter, Krosinski gegen Hempel. Das kommt gleich mal in Fenster Nummer 1. Das ist mir jetzt leider ein bisschen schwierig. Aber ich werde das schaffen. Und ihr könnt jetzt schon langsam hier rein strömen. Der Paul ist da. Das ist der absolute Burner. Hat er noch nie gehört wahrscheinlich. Hä? Lieferdienst, da habe ich ja noch nie von gehört. Das sieht eklig aus. Ach, da gibt es keine Pizza. Wenn man wieder was finden muss, wo es Pizza gibt und Sushi. Also eigentlich, die Kinder wollen eigentlich nur eine Pizza. Und ich bestelle jetzt einfach indisch. Nein, das geht ja nicht. Er öffnet demnächst. Ne, das brauchen wir nicht. So, Hiva gegen Dolan hat angefangen. So, wir müssen leider arbeiten. Mh, 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 mh. Ich kann mich damit nicht kulturell anmaßen, dass ich farbiger bin. Einfach nur die Maschine an sich. Oh mein Gott, ich habe anpinnen gemacht. Wie mache ich abpinnen? Loslösen. Das ist mir schwierig. Das ist mir alles schwierig. Ich sage es euch, Technik und ich. Aber wir haben es geschafft. Ampel habe ich erst mal an. Dolan. Gary Anderson gegen Michael Smith. Danke dafür, nehme ich mit. Das nehme ich erst mal mit. Schiebe mal raus. So, Jimi Hendrix, MVG habe ich auf. Ja, da ist Jimi Hendrix. Jerry Hendrix und Leo Hendrix sind auf der Challenge Tour. Weil ich gefragt habe, wo Jimi Hendrix ist. Übrigens, die Challenge Tour spielt jetzt gerade Halbfinale. Zum Glück habe ich mich noch mal hingelegt gerade. Ich habe so Ratze abgepennt. Ich hoffe, ich bin fit für heute Abend. Also für jetzt. Also für genau das, was ich jetzt gerade mache. Ryan Searle. Also das sind, da ist, also ich meine, hallo. Die Namen der Zukunft haben wir gestreamt. Und jetzt sind wir aber in die Zukunft. Und da sind jetzt wirklich auch die Namen da. Gary Derny ist da. Cullen gegen Penhall. Ich war auch gerade in der Penhall. Das ist quasi das deutsche Wort für Schlafzimmer. Jetzt ist Darren erstmal in der Penhall. Und er darf gegen Joe einen cullen. Ich habe mich eingekuschelt woanders. Cross gegen Hempel fängt an. Hier unten ist das Ding. Hier. Hempel gegen Cross. Und ich muss, ich wollte, ich habe eigentlich gesagt, gesagt, getan, gedacht, gedacht. Ich habe sachte gedacht, dass ich Essen bestellen kann. Habe ich aber nicht geschafft. So, jetzt habe ich mir hier so eine, wo bin ich, bin ich hier? Ne, ich bin hier. Ich habe mir hier so ein kleines Feld rausgeschnitten, wo ich mich reinbauen kann. Hallo, hier bin ich. So, und dann kann ich jetzt in den Rest hier Ökobauern anbauen, schneiden. Kartoffeln, Kartoffelnpflanzen mit Fairtrade-Logo exportieren. Und, ähm, David, Heather, DeSosa. DeSosa gegen White. Also, es geht noch weiter, ne? Es geht noch White-er. Pretty fly for a white guy. Düm, dödüm, dödüm. So, DeSosa fängt an zu singen. Wir machen die Spiele an. Alle neuen Data, die jetzt gerade verpasst werden, werden Ihnen präsentiert von verpasste-neuendata.de. Ne, April, April. Die Website gibt es gar nicht. Verpasste-neuendata gibt es aber doch. Ich wollte eigentlich, ich habe eigentlich diese ganze Arbeit hier gemacht, um Flo Hempel besser in Szene zu setzen. Äh. Äh. So, jetzt habe ich es geschafft. Woher kommt es eigentlich was in die Szene zu setzen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es von mir. Vielleicht auch nicht. Flo Hempel auf 121. Ja, äh, sein eigenes Leck mit 43 geschmissen war. Keine gute Idee. Robert Krasinski sicher richtig, richtig, richtig stark zurzeit. Richtig, 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 stark. Und ich habe Gary Derny noch in der Pipeline. Den schiebe ich mal ein. Der ist Nord Stream 5. Sozusagen aus der Zukunft. Äh, nichts mehr Nord Stream. Vorbei. Jetzt gibt es nur noch Gondel Stream 1. Krasinski checkt. Peter Wright ist 1-0 hinten gegen David Evans. Der hat einen 12-Darter gespielt. So eine Sau. Lovely. Eddie Lovely. Ja, wir hatten Thomas Lovely. Der ist auch bei der Challenge Tour. Eddie Lovely ist hier. So langsam zieht es die Namen auseinander. Finde ich gut. Jetzt müssen alle Williams-Sons noch woanders hin. Wobei, das ist schon passiert, weil Scott Williams ist ja auch auf der Kolleginnen-Tour. 126er Re-Break, Re-Break. Wup, wup. Peter Wright lässt sich überhaupt nicht lumpen. Re-Breaket ihm gleich mal ins Gesicht. Und Gary Anderson spielt eine 120er Average. Ich weiß nicht, was wir da verpasst haben, aber ihr hättet es sehen können, wenn ihr ihn geschaut hättet. 1-1 bei MBG hier unten gegen Hendricks. Boah. Also das war schon mal eine ordentliche Kollegin da, muss ich sagen. Mit einem Sandstrahler direkt zack ins Erdbeerbeet so ungefähr. Justizia. 119, 124, 180, 78 gecheckt. 11-Darter, 12-Darter gegen Ratajski. 1-0 mit Brake. Wahnsinn. Und rechts oben Derek Gurney ist auch 1-0 hinten mit Brake Bolton. Also hier geht es. Also Wahnsinn. Hier brechen die Dämme. Und was sagt eigentlich der Perfekt, der Chefdeichbauer Van Dörvenbode dazu? Den habe ich noch nicht aufgemacht. Dirk Van Dörvenbode gegen Josh Rock. Der ist hart am Fels am Stranden. Und Johnny Clayton 1-0 vorne gegen Jim Williams. Auch mit einem 10-Darter. Ganz schön delish hier gerade. Ich sage mal Turkish Delight, aber dann, es tut niemandem leid. Es ist einfach Wahnsinn. So, und da ist ein Fenster auf meinen Augen. Das ist Gurney gegen Bolton. Den habe ich auch schon aufgehabt. Da habe ich mich ja hart verklickt. Hä? Ne, wieso ist das aufgegangen? Das Fenster ist einfach, äh, ist einfach... Oh mein Gott, das Fenster hört. Das Fenster hört nicht mehr auf mich. So jetzt, kann man was machen. Ich mache schnell Demon Head an, weil ich habe die Fenster nicht offen. Ich weiß, es gibt kein Update für euch. Was macht Hempel? Hempel jetzt mit der Chance zum 1-1, zum Re-Break. Ich sage es nicht ungern, ich sage es sogar sehr gerne. Komm Flo, 2 Dart Finish in 3 Darts. 3-4-2 kann er hier auflegen. Jawohl, er macht es in 2. Sehr komisch, Flo Hempel. Weicht vom Fahrplan ab, aber ist uns egal, denn er macht das Re-Break, Re-Break. Wuh, wuh, jetzt hat er Anwurf. Wer hätte es gedacht, nach einem Re-Break hast du Anwurf. Das sind Sachen, die gibt es nur beim Darts. Ist so. Hashtag ist so. So, Cullen ist drauf. Ratajski ist drauf. Gurney habe ich eh schon drauf. Cullen habe ich zweimal. Nö, habe ich nicht. Wen habe ich nicht gemacht? Wen gibt es noch? Johnny Clayton, Dimitri van den Berg. Ich mache mal Dimitri, der könnte rausfliegen. Clayton wird es wahrscheinlich packen. So. Dann mache ich Dimi noch auf. Hier unten ein kleiner Miss-Dimina sozusagen. Messdina. Naja gut, jedenfalls Miss-Kinnes. Naja, so kann es gehen im Land der Eicheln. Und, äh, das war es auch schon wieder mit dem Gold. Alle anderen Partien müsst ihr euch hier gucken, so. Ich mache hier mal Clayton gegen Williams, so im kleinen Mini-Bienchen. Und Dirk van Dijvenboe habe ich auch im Bienchen. Und Humphreys gegen Main habe ich auch im Bienchen. Da drüber ist noch Hieber gegen Brandana Dolaner. Aber eigentlich finde ich, mein Bienchen ist relativ gut so ausgestattet. So, jetzt können wir mal gucken. 1 zu 1. Rob Krasinski mit 180, 180. Frechheit, unverschämt, böse. Das ist nicht so geil. Und ich müsste eigentlich meine Spätzchen fragen, was die jetzt doch essen wollen. Oh. Jeder hat heute wieder Bock auf Grünkohl. Ah, ne, Grünkohl hat das gesagt. Der Donation-Link ist angepinnt. Für alle, die Bock auf Grünkohl haben. So. Rob Krasinski, checkt. Und das war ein Elfer. Das war René Elversberg. Ne, das war ein Zwölfer. Nehmen wir alles zurück. War nur ein Zwölfter. War nur ein Zwölfter, ne? Dimitri Vandenberg. Er macht eine 171. Checkt dann nicht. Macht dann 60. Und dann 28. Hat dann doch noch das Slack geholt. 2 zu 0. Er braked. Links oben. Darren aus dem Schlafzimmer. Penhall. 2 zu 1 vorne gegen Cullen. Smith. 3 zu 2 hinten gegen Ari Ganderson. Der spielt eine 109er Average. Der ist wieder frisch. Der ist wieder geil. Findet ihr Ari Ganderson geil? Ich mache mal ein Dings hier an. Eine Umfrage. Ist Ari Ganderson geil? Fragezeichen. Frag die Community. So. Ganz sinnvolle Sumpffrage. Eine Umfrage aus dem Sumpf. Kein Problem für mich. Und ich mache das Fenster von Hendricks und Van Gervin ein bisschen kleiner. Damit es nicht weiß ist. Aber das ist einfach. Das ist ziemlich nerdy von mir. Aber ich habe das doch gemacht. Damon Hatter. 3 zu 1 vorne gegen John Lennon. Und der heißt Steve Lennon, der Mann. Gary Anderson. 140, 180 schon wieder. Da liegt der los. Ryan Searle. 1 zu 2 hinten gegen Eddie Lovely. 102er Average von Lovely. 94 von Searle. 2 zu 1 vorne ist auch Peter Wright. 95er Average gegen 100er Average von David Evans. David Evans, der Gervin Price letztes Mal. in einen Decider gezogen hat. Als Gervin Price die Bude dann noch gewinnen konnte. Wo Gervin Price Milliarden Darts dann überlebt irgendwie. Gegen Cross im Halbfinale. Da hatte er davor David Evans auf der Platte im Decider. Aber Evans hat versagt. Gurney ist 3 zu 1 hinten gegen Andy Bolton. Andy Bolton. Nicht Andy Hamilton. Sondern Andy Bolton. 102er Average. Und auch Gurney 102er Average. Und vorhin wurde ich gefragt nach unterschätzten Spielern. Ja, Andy Bolton. Ganz klar. Der ist schon ewig da. Der ballert alles weg. Aber irgendwie jedes Mal verlieren wir ihn in Runde 1 bis 3. Sag ich mal. Der kam doch jetzt noch kein einziges Mal. in einem Viertelfinale oder so. Man weiß nicht, warum spielt hier 102er Average. Rechts unten Jose Justizia. 3-0 vorne gegen Christoph Ratajski. Böse. 110er Average. Die Soße 104er Average gegen White. 4-0 vorne. Da geht es ganz schnell. Cross gegen Hempel. 2-1 vorne. Und jetzt Hempel auf 186 Rest kann das Re-Break nicht bestätigen. Da war ein Break, Re-Break und ein Break und ein Re-Re-Break sozusagen. Von Krosinski. Krosinski mit einem 109er Average. Ist ein bisschen angesäuert. Und Michael van Gerwen 98er Average. 3-2 vorne gegen Jimi Hendrix. Jimi Hendrix kann ihm hier aber noch auf den Schuh treten, sodass er einen Plattfuß kriegt. Wir müssen mal gucken. Jetzt erst mal 3-2. MBG 134 geworfen. Van den Berg. 3-0 ist er schon vorne gegen John Brown. Wer ist John Brown? Ja genau. Genau so interessant ist die Frage. Genau. Die ist interessanter als die Antwort. Sagen wir mal so. 3-3 bei Smith gegen Anderson. Anderson 107er Average. Also hier schmeißt man schon mit anderen Zahlen um uns rum. Zum Glück ist bei der Challenge Tour jeder Deutsche rausgeflogen. Also fast zum Glück. Aber wenigstens müssen wir uns da die Halbfinals nicht mehr anschauen. Die laufen nämlich gerade. Und die sind total interessant. MBG 180 geworfen. Jimi Hendrix muss dranbleiben. Sonst hat er hier ein Problem. Links oben Joe Cullen. 180, 134 ist auch gut zur Zeit. Joe Cullen hat ja eine Premier League Night gewinnen können. Und hat Players Championships. Ist ja eigentlich auch immer dabei. Entweder er gewinnt das Ding oder ist im Finale. Man weiß eigentlich nicht wie und warum. Hat einmal sogar einen niedrigeren Average gespielt als der Turnier Average war. Und trotzdem das Ding gewonnen. Also Sachen gibt es rechts oben. 4-1. Derrick Gurney ins Hintertreffen geraten. Gegen Bolton. Und wir kriegen heute aus deutscher Schicht. Aus deutscher Schicht. Oder nicht im Schichtbetrieb. Sondern einfach so angereist. Aus deutscher Sicht. Außer Flo Hempel haben wir auch noch. Jetzt habe ich mal ein perfektes Fenster dazu gemacht. Jetzt seht ihr ja nicht mehr wie es läuft bei der Dirk Van Dylfenbode. Dirk Van Dylfenbode und Johnny Clayton. Habe ich Clayton aufgemacht? Clayton ist 2-1 hinten. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe doch gesagt, der Rock ist locker. Apropos Rock. Chris Rock ist auch am Start. Und der spielt gegen... Der heißt Josh. Und spielt gegen Dirk Van Dylfenbode. Der ist 3-2 vorne. Josh Rock. Mit dem 88er Average. Deyfe mit 96. Trotzdem hinten. Williams gegen Clayton. Jetzt 2-2. Clayton gleicht aus. 144er Finish von Rob Cross natürlich. Also Rob Cross spielt eigentlich nur 12 Darter. Ich glaube, Flo Hempel jetzt auch so langsam mit offenem Mund einfach nur noch dastehen und sich denken, ja, ist alles klar. Aber es ist Rob Cross. Wenn es hier bis 7 gehen würde, hätte er keine Chance natürlich. Er würde hier schnell 6-1 führen. Oder 6-2. Und dann würde er 5 Lags in Folge verlieren. Aber, aber, meine Damen und Herren, es geht hier nur bis 6. Wer zuerst 6 Lags hat, gewinnt, ja. Hier unten diese kleine Zahl bei Rob Cross. Ich erkläre es gerade kurz. Die 107 ist der Match Average. Also die 5 Lags, die bisher gespielt wurden. 107 Punkte wirft er mit 3 Darts im Schnitt. Jetzt hat er zum Beispiel eine 100 geworfen. Ist eigentlich unter seinem Schnitt. Ist Wahnsinn. Der Schnitt im jetzigen Lag gerade ist 95. Das ist diese rote Zahl. Diese 2 hier, diese weiße auf dem roten Viereck. Das ist die Runde, die jetzt ist. Also Hempel ist jetzt zum zweiten Mal an Bord. Danach kommt Krosinski und dann wird es jetzt hier eine 3. Dieser weiße Golfball, den Krosinski hat, der sagt, wer das Leck angefangen hat. Und da unten steht diese 4-1 in gelb ganz unten. Da steht einfach, wie es steht. Nach Lecks. Wer 501 Punkte runterspielt mit dem Doppel ausmacht, der kriegt ein Leck. Wenn er das schneller macht als der Gegner, kriegt ein Leck. Genau. Und eine 180 ist der höchste Wert, den man werfen kann. Das haben die beiden hier gemacht. Die Soße und White. Und die Soße ist hier aber 5-0 vorne. White hätte aber gern kein Whitewash. Whitewash heißt das Ding nicht wegen ihm, sondern wegen was anderem. Und das Whitewash ist, wenn du zu 0 verlierst. Gary Anderson hat hier das 5-3 gerade gemacht. Mit einem 70er-Check. 134, 197, 70. 15 Darter. Alles easy war, aber ein Break. Und Hendricks holt sich sein Leck mit dem 68er-Finish gegen MVG. Michael van Gerven spielt hier. 102 ist der Average, wie man sieht, der Durchschnitt. Und Ian White kriegt doch kein Whitewash. Soße war nochmal dran, hat aber nicht gewollt. Flo Hempel hat eigentlich schon quasi nachgelassen. Hier 60, 40, 55, 60. Der, ja, muss diesmal seine Eier nicht suchen. Spielt ein 95er-Average, kann hier einfach nicht viel machen. Rob Cross spielt hier nochmal ein anderes Niveau. Man muss auch nicht vergessen, unsere deutschen Spieler, die fighten, die kämpfen, die kratzen, die beißen. Aber wir haben Gaga, wir haben Shindy. Wir haben auch einen Hempel, der mal was machen kann. Der hat auch schon bei mir im Stream über 100 gespielt im Average. Hat unser Mystery Pro gewidewashed. Hat der auch noch nie erlebt. Da hat er über 100 im Average gespielt. Da geht es halt locker aus dem Wohnzimmer. Und das ist jetzt halt hier 95, ist auch für Flo Hempel eine starke Bude. Muss man sagen, aber ein Rob Cross, der spielt halt an jedem Wochenende malen 100, 500, 700, 110er. Der hat ja letztes Mal 112, 110 gegen MWG. Da knallt es halt nochmal anders. Das Game wird auch immer höher gehen. Ich glaube, 110er, 115er sind in den nächsten Jahren keine Seltenheit. Auch 9-Darter sind ja jetzt schon quasi inflationär geworden. Was schon krasser als die Inflation in Deutschland. Und da, das ist eine Aussage hier. Gary Anderson zum Match, 84. Sehe ich ihn gut für, muss ich sagen. Denn Smith auf 36, nee. Hat es nicht geschafft. Und Michael Smith ist noch alive. Flo Hempel braucht einen 140er-Check. Cross lässt nämlich aus. Damit wird der Average auch hart unter 100 sinken bei Krosinski, glaube ich. Und Smith checkt in 3. In 3. Rebreak, Rebreak. Wup, wup. Hempel mit einer Tonne 8. Die reicht nicht. Die Tonnen wurden gestern schon geholt. Da ist er etwas spät dran. Könnte jetzt allerdings diese Reinigungsfirma beauftragen. Die kommt direkt, nachdem die Tonne geholt wurde. Und schießt da irgendwie so ein Wassergedöns rein. Und dann ist das geil. Kost 4,99, weiß es nicht. Krosinski hier bastet. Die Tonne wurde doch nicht geholt. Wurde doch nicht geholt. Haben sie liegen lassen. Musste nochmal bei der Verwaltung anrufen. Hallo, unsere Tonne wurde nicht geholt. Oh, Entschuldigung, ist unser Gang. Zack, fahren sie nochmal los. Holen die Tonne. So, Hempel könnte es jetzt machen. Auf 32. Ich meine, wenn er jetzt 32 mit 3 da ist, nicht checkt. Was will er dann checken? Jawohl, er hat es geschafft. In drei. Schön den einen von vorhin nachgeholt. Wo er eigentlich einen zu viel. Und es war ein Re-Block, Re-Block. Wo er eigentlich einen zu viel. Zu wenig benutzt hat, muss man sagen. Für den 2-Dart-Finish nur zwei Darts benutzt. Jetzt für den 1-Dart-Finish drei Darts benutzt. Also alles wieder in der Reihe. Rechts unten Justicia, der da losgelegt hat. Wie ein Spanier, muss man sagen. 4 zu 2 war er da vorne. Ist er da vorne jetzt? 4 zu 0 war der, glaube ich, vorne. 3 zu 0. Irgendwie sowas. Nee. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem Game. Gar nicht hingeschaut. Hier oben auch nicht. Damon Hatter gegen Steve Lennon. 4 zu 3 hinten. Und MVG ist jetzt 5 zu 3 vorne gegen Hendrix. Hat gerade nochmal sein Leck bestätigt. Hat damit das Break vor. Und Hendrix fängt mit 60 an. Das heißt, das war es jetzt. MVG Green Machine nickt ihn jetzt wahrscheinlich mit einem 12-Darter nach Hause. Mit 6 zu 3. Die Soße ist fertig mit White. Da können wir jetzt was anderes einschieben. Worst Blöd für die Soße. Ja. Und dann mache ich Dölfe gegen Rock an. Rock ist nämlich dabei, die Dölfe nach Hause zu schieben. 3 zu 5 ist er hinten, aber Dölfe mit der 180. Anderson G. gewinnt 6 zu 4 gegen Smith M. Also quasi ein Premier League Game. Gleich in der ersten Runde. Das kann passieren. Hier wird einfach ausgelost. Bei den Players Championships. Und da kann auch sowas passieren. Jetzt mache ich auch noch Clayton an. Und dann habe ich eigentlich alle wichtigen abgegrast. Es gibt noch so einen Humphreys-Menschen. Der kämpft gegen Jack Mayne. Den habe ich nicht offen. Auch Bolton ist noch fertig. Okay, Bolton hat Gurney rausgehauen. Wir haben ein bisschen Schwund. Aber es geht noch. Momentan geht noch. Ich mache Humphreys gegen Main an. Der Schwund im Profibereich ist überschaubar. Vor allem Krosinski. Ich sage es euch ja. Der spielt dem Hempel gerade die Ohren weich. Also Flo Hempel absolut. Da wirst du vorgeführt. Wenn einer einfach mal in neun Darts sieben Trippel macht. 140, 140, 180. Das kannst du vielleicht auch mal machen. Aber Rob Kross macht den ganzen Tag schon nichts anderes. Das einzige Leck, das war das gerade eben, wo er ein bisschen geschwächelt hat. Und jetzt Krosinski einfach mit einem 13er. Ja. Was willst du da machen? Vandenberg gewinnt. Krosinski mit einem 13er. Oh, das war noch nicht mal das Match. Entschuldigung, Entschuldigung. 5 zu 2. Rebreak von Kros. Also bist du ja jedes Mal das Break gerebraked. Kein Problem für ihn. Ihr seht da rechts oben eine Schrift. Unterbuch, ne? Das ist Unterbuch, ne? Der gegen Christoph Csuk darf. Und links unten Glenn Durant gegen Martin F. Glenn Durant hatte letzte Woche fast sein erstes Leck gewonnen. Er ist sein erstes Match überhaupt gewonnen dieses Jahr. Aber Max Hopp hat es ihm nochmal geklaut. Und hat es aus der Cloud geholt. Ihr kennt das ja mit diesen Cloud-Anbietern momentan. Das ist ganz schwierig. Da muss man aufpassen, wer von wem was klaut. Und nicht, dass es in der Cloud verschwindet. Und egal, Einbruchsdiebstahl. Jedenfalls Max Hopp hat es nochmal geschafft. Der ist heute da auch hingeflogen oder gestern. Der will heute glaube ich auch spielen. Ich weiß nicht gegen wen und warum. Aber wir werden es sehen. Rechts am Rand hat glaube ich Arne schon alles geschrieben. Cole on Ride, sagt Niklas. Und wo ist denn Ride überhaupt? Cole on. Kann der sich nochmal einen reinkohlen? Ja, Ride ist hier 5-2 vorne. Da sieht es alles easy aus. Searle ist auch mal vorne. Also scheint heute kein Nubi-Tag zu sein. Wir hatten ja mal so einen absoluten Nubi-Tag bei den Players-Championships. Wo alle Nubis irgendwie was gewonnen haben. Und die krassen Dudes mit den Zahlen in Klammern hintendran. Die Zahlen in Klammern hintendran sind die Zahlen von der Setzliste hier. Auf der linken Seite zum Beispiel bei Ryan Sir steht die 10. Bei Cullen steht die 5. Und bei denen ist es natürlich jetzt vorne dran. Und die sind alle links. Bei rechts sind irgendwelche Würste dazugekommen. Unter anderem halt auch Flo Hempel. Der dann auf Rob Cross getroffen ist. Deswegen. Denn die ganzen linken Menschen sind alle gesetzt. Die sind halt die Top 32 von der Pro Tour Order of Merit. Und Rob Cross ist die Nummer 6. Und Flo Hempel hat sich gedacht, danke dafür. Aber jetzt kann er 101 checken. Auch zum 12-Darter. Ja, er braucht. Im Prinzip kann man 11-Darter spielen. Wenn man Triple 17 Bullseye spielt. Bei 101 macht man aber nicht. Josh Rock gewinnt gegen die Dölwe. Mit einem krassen Leck. 177, 100, 180. 12-Darter. Hempel verpasst. Und Crossinsky ist wahrscheinlich sogar gut für 129. Weil Crossinsky macht eigentlich auch den ganzen Tag High-Finishes. Und da ist eine Bombe explodiert. Eine Stream-Bombe. Das könnte sein, dass einer abonniert hat hier unten. Oder dass einer eine Donation reingehauen hat. Oder eine. Ist bei mir alles nicht ausgeschlossen. Ich habe Fans aus der ganzen Welt. Aus der Männergeschlechtlichen Welt. Und aus der Frauengeschlechtlichen Welt. Also von überall sozusagen. Ich decke alles ab. Und wahrscheinlich auch divers. Klass und unneutral und keine Ahnung was. Hempel mit dem Re-Break. Re-Break. Wupp, wupp. Es gibt ja glaube ich 52 verschiedene Sachen, mit denen man sich identifizieren kann. Hat mal irgendeiner festgestellt. Ich habe die nicht alle auf dem Schirm. Tut mir leid. Ich habe auf dem Schirm das MBG gewinnt gegen Hendrix. 102er Average von MBG. Relativ stabil. Hier durchgerockt. Durch die erste Hürde. Also beim Hürdenlauf dürfte man ja nicht durch. Müsste man ja irgendwie drüber springen. Ich habe Van der Ford, der nicht fortfährt, sondern gegen Sonnefeld spielt. Erstmal noch eine Runde. Rette Voss gegen John O'Shea. Links unten aufgemacht. Und Unterbuchny gegen Chuck. Die wollen noch nicht. Unterbuchny ist im Warm-Up. Riskiere ich da jetzt? Manzies gegen Gretschmer. Ricky Evans gegen Waits. Gut. Ricky Evans gegen Waits könnte schnell gehen. Mach ich mal an. Weil vielleicht ist währenddessen ein anderes Spiel irgendwo vorbei. Zum Beispiel Wood-Lukas. Luke Woodhouse hier. Der kann hier checken. Nach 137, 149, 106er Average bei Woodhouse. Wenn er jetzt checkt, hat er sogar so ein 108er Average ungefähr. Und Krosinski gegen Hempel geht noch weiter. Geht noch weiter. Ich nehme alles zurück. Da wird niemand überfahren. Es geht noch weiter. Und irgendwie... Donations fliegen schon rein. Gerade eben kam eine reingeflogen. Ich muss Arne nochmal wegmachen. Arne, die Donation kam gerade rein. Die kam halt bloß nicht rein rein. Aber schon rein. Ich muss mal kurz schauen, ob Flo Hempel eine 132 checkt. Oh, der ist da aus. Und ich refreshe nochmal ganz kurz was. Dann kümmere ich mich nochmal um andere Sachen. Alertbox. Refresh. Ich weiß nicht, was heute los ist. Vielleicht haben auch andere Softwareunternehmen oder Menschen Probleme mit Sachen. Jedenfalls. Dart, Connect, Studio Mode. So, alles fliegt rein. Hempel checkt in 2. 4 zu 5 nur noch. Und es war eine Donation von Arne. Der sagt, Smiles fliegen nicht und Umfrage beenden. Und alle suchen den Donation-Link und den Like-Button. Der Donation-Link ist angepinnt. Und der Like-Button ist unterm Video. Und die Umfrage beende ich. Okay. Ich beende die Umfrage. Alle finden Gary Anderson geil. Zumindest 1.000% davon. Und Flo hat noch Bock. Ja, Flo hat noch Bock. Er macht eine 100. Er muss hier einen Break holen. Dann sind wir im Decider. Flo hat noch Bock. Ich werde hier Lügen gestraft. Aber ist okay. Kann ich mit leben, wenn Flo Hempel das Spiel noch dreht und er doch gewinnt. Oh, jetzt 60. Da ist die Garage. Da kann man reinfahren. Da ist ein Angebot. Flo Hempel jetzt mit einer Kollegin. Wo ist die erste 180? Kommt die vielleicht jetzt? Kann er jetzt mal einen abschieben? Ja, 140 nehme ich aber mit in dem Moment. Tonne 80 von Sonne. Tonne 80 von Thunderport, von Nantes, von Sir. Willkommen auf der Pro Tour, wo die 180er am Stück geballert werden. 140 von Cross. Er restabilisiert sich hier. Aber kann er viskoelastisch zurückschlagen? Oder ist Hempel, hat er einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Wir wissen es nicht. Müssten wir so ein Temporkissen fragen. Aber Hempel mit einer 140. Jawohl. Er drückt weiter drauf auf den Damm. So wie ein Frauenarzt bei einer schwierigen Geburt. Und, äh, oder Hebamme, ne, oder Ehemann. Kann alles sein. Ehefrau selber ist, äh, kann auch sein. Nantes gegen Woodhouse eben Designer, Designer, wup, wup. Da drückt auch einer auf den Damm. Und jetzt Hempel, 121er Finish. Robert Krasinski hat der 21. Jawohl. Aber Hempel hat trotzdem sowieso das Finish. Designer, Designer, wup, wup. Und der Tempel rockt. Jetzt geht's ab. Jetzt ziehen alle ihre Socken aus in der Kirche. Und es stinkt, aber ist egal. Weil jetzt geht's ab. Die Stimmung ist gut. 5 zu 5. Hempel wirft da mit einer. Woh. 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 Ich würd sagen, Flo Hempel hat seine Eier gefunden. Und da ist Schokolade außenrum. Es sind ganz geile Premium-Eier. Jawohl, da sind die Dinger. 180 Point Cross. Der versucht sich hier nochmal zu wehren. Aber es hat natürlich keinen Wert. Denn Flo Hempel hat den Neuner auf dem Schuh. Und den legt er jetzt ab und schiebt den raus. Und Unterbuni spielt. Und Ebitz gegen John Michael habe ich angemacht. Und Webster, Worsley mache ich raus. Und mache ich Unterbuni rein. Und ich bin am Feiern. Ich bin da. Ich bin da. Alles gut, Leute. Keine Angst. Oh, nein. Hempel hat der 85 geworfen. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Krasinski ballert zurück. Aber Hempel hat hier eigentlich Sachen. Krasinski darf keinen 12-Darter spielen. Dann kann Hempel den 12er spielen. Ne, warte mal. Hempel kann sowieso den 12er spielen. Weil den kann er sowieso spielen. Genau. Das wollte ich damit sagen. Penhall haut Kallen raus. Bitter. Ganz übel. Und Clayton gewinnt aber 6 zu 4 gegen Williams. Und Krasinski muss jetzt nochmal eine 21 schmeißen. Damit wir hier nochmal feiern können. Ne, eine 96. Aber Hempel. Matchstart. Hempel eine 140 zum Match. Muss es jetzt sein. Dürfte es sein. Kann es sein. Sollte es sein. Könnte es sein. Wird es sein. Boah. Aber er stellt sich. Krasinski. Kann er nochmal daneben greifen? Hat er nochmal Angst? Wie schaut es aus? Rechts. Hier. Unterbuna. Die hat angefangen. Aber jetzt erstmal hier Krasinski. 89. Die liegt ihm gut. Er liebt Doppel 19. Er liebt Doppel 16. Aber er ist Krasinski. Er liebt eigentlich alles. Er kann aber daneben werfen. Oh. Da braucht er Bullseye. Der hat das doch geschafft. So eine Sau. Möglicherweise hat er hier Doppel 19 getroffen. Und dann Doppel 8. Möglicherweise hat er auch 19 für 20 für Bullseye gespielt. Wir wissen nicht, wie hart die Pain ausgepackt wurde. Aber Flo Hempel hat die Eier zurückentdeckt. Cross hat da ein bisschen nachgelassen. Das stimmt. Und Hempel hat sich aber dann doch nicht belohnen können. Wie übel wird das sein? Weiß ich nicht. Ich glaube, aus so einem Game geht man dann doch nochmal ganz gut raus. Weil man hat immerhin nochmal abgeliefert. Hinten raus. Verstehst du, was ich meine? Jetzt habe ich nochmal ein Unterbuch aufgemacht. Ich wollte eigentlich Danny Baggish anmachen. Habe ich geschafft. Krasinski. Das ist natürlich übel. Also einen haben wir verloren. Ryan Searle ist noch dabei. Aber wir haben schon einen Kollege verloren. Leider, leider. Und Nantjes gewinnt gegen Woodhouse. Okay, das ist in Ordnung. Das nehme ich so mit. Und Ricky Evans gegen Scott Waits. Das mache ich auch nochmal an. Habe ich sogar rechts oben schon an. Das mache ich nochmal aus. So viele Games sind doch gerade gar nicht. Was ist denn los? Warum ist Martinez nicht da? Gegen die Oma. Hier, wo ist er? Da. Martinez gegen Glenn. Habe ich jetzt offen? Hatte ich noch nicht offen? Komisch. Beaten gegen Smith rechts unten. Lasse ich einfach mal so laufen. Und den Rest lasse ich auch einfach mal so laufen. Dann schaue ich mal ganz kurz in den Chat rein. 314 Zuschauer. Okay, die sind alle gegangen. Alle waren für Flo. Ich hoffe, das nimmt Flo gut mit. Naja, ich weiß nicht. Wenn man dann doch noch so rankommt, ist es schon ein bisschen böse. Im Endeffekt trennen ihn 32 Punkte hier vom Sieg. Und Krosinski macht es im letzten Dart. Da hat man natürlich dann auch doch eigentlich nochmal die Hoffnung, der nochmal daneben schmeißt. Glenn. Glenn Durant, 42. Er kann direkt breaken. Aber bei Glenn haben wir ja festgestellt, er ist momentan so, der ist der Mario Basler des Trainerstabs. So, bis 6 Lacks kann er ganz gut. Er hat jetzt mehrfach schon 4-2 geführt. Gegen eine Wurscht und gegen Max Hopp danach auch. Hat aber jedes Mal verloren. Und Glenn kann quasi 6 Lacks noch wieder ordentlich spielen. Aber kann er auch 11? Oder kann er 6-0 gewinnen? Jetzt kommen auf jeden Fall Donations rein. Das ist diese Explosion, die hier gerade funktioniert. Warte mal, aber mein Ding ist nicht upgedatet. Warum nicht? Okay, ich update mal mein... Ich sehe gar nicht, wer es gemacht hat und warum. Hä? Okay, es war keine Donation oder war es doch eine? Und wenn es doch keine war oder wenn es doch eine war, dann vielen, vielen Dank dafür. Aber leider sehe ich nichts. Wie läuft es bei den Deutschen? Naja, wir haben vor einer halben Stunde erst angefangen. Flo Hempel hat 6-5 verloren und Unterbuchner spielt hier gegen Christoph Csuk. Und er ist 1-0 hinten, spielt 75er Average und muss definitiv besser werden. Und sonst ist noch nichts passiert. Ich glaube, heute könnte Glenn gewinnen. Martinez, nee, Martinez spielt nicht immer mit der 80. Der kann schon richtig gut spielen. Also, ja, bin gespannt. Machen wir das ein bisschen weiter hoch. Dann kann man mich vielleicht auch ein bisschen sehen. Und wenn ich dann die hier unten ein bisschen kleiner mache. Die zwei. Blöd, dass das alles... Coretta hat 10 Euro donated. Siehst du, unten durchlaufen. Oh, stimmt. Coretta hat 10 Euro. Coretta, danke dir. Ich weiß nicht, was heute los ist mit meinem Apparat. Ich kann nochmal versuchen, da was zu fixen. Allerdings... Wüsste ich jetzt auch nicht, wie. Warte mal, ich probiere das mal. Ich logge mal um zu Twitch. Und dann logge ich wieder zurück zu YouTube. Auf Twitch sind mir Leute gefolgt in den letzten Tagen. Auch geil. Mein Twitch-Kanal wird immer größer, aber ich habe seit einem Jahr nicht gestreamt. Ich habe jetzt aber vor, das zu machen. Ich habe was gekündigt. Ich komme jetzt bei Twitch rein. Mein Bot ist not in your chat. Ich wollte den auch gar nicht im Chat haben. Ich lasse es einfach mal so. 5 Euro für Shin, die stehen auch noch. Also, äh, äh, ja. Michi ist auch noch am Start. Michi ist 2-0 hinten. Unterbuch, ne? Der sollte jetzt auch mal wieder was gewinnen. Weil, das ist ja wohl ein Witz, ne? Ich meine, ein paar Kohlen müssen da schon mal rein flattern. Vor allem hat jetzt seine Frau geworfen. Wir wissen es nicht. Der meinte letztes Mal, oder irgendwie Gerüchteweise, hieß es, er ist abgereist, weil die, äh, am Gebären war. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die geworfen hat. Und wenn ja, dann ist er natürlich gleich mal wieder hergereist. Dann braucht er jetzt ein bisschen Kohlen für den Nachwuchs. Müssen wir mal losballern hier, oder? Steve Beaton rechts unten auch am losballern. Malers Rasenmäher gegen Kean Barry. Nathan Rafferty gegen Killington. Ich glaube, das hatte ich sogar gerade ganz kurz hier dran. Und dann habe ich es doch nicht angemacht. Mhm. So kann es gehen mit mir. Mein Stream ist unvorstellbar. Ich sehe, Roby John spielt gegen Ricardo. Sehe ich auch gerade hier. Äh, da muss ich Gablas gegen West links oben und nochmal ausmachen. Gablas gegen West. Go West. So, weg ist er. Roby John links oben. Ja, die Regie wird hier geführt von mir. Ich bin auch, das Schauspieler-Casting habe ich auch gemacht. Ich hoffe, euch gefällt der Stream. Wenn der Stream euch gefällt, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen unter dem Video. Wenn er euch nicht gefällt, könnt ihr es trotzdem machen. Das ist nämlich so eine kleine Mühe, dass ich sagen muss, alles klar, los geht's. Einfach mal, einmal Daumen hoch. Dann wird der blau. Dann bist du fertig. Musst du nichts mehr machen. Dann kannst du noch abonnieren, wenn du wissen willst, wann wieder ein Stream losgeht. Denn morgen und übermorgen haben wir nochmal solche Turniere. Und wir haben jetzt gerade auch noch laufend Challenge Tour. Da müsst ihr euch auch mal rüberlunzen, was da los ist. Denn die Faker von der Neben-Challenge Tour könnten ja so langsam mal fertig sein. Da duplikaten wir das mal ganz kurz, bevor es hier mit den deutschen Mega abgeht. Wir haben unter Booney natürlich jetzt 2-1. Der hat einen Check gemacht. Ist okay. Okay, kein Break, aber er hat seinen Leg. Und links oben haben wir Riccardo. 84, 41, 416. Die Scores kennst du gar nicht von Pikachu eigentlich. Aber zur Zeit hat er sie dabei. Ich weiß nicht warum. Er weiß es vielleicht selber auch nicht. Vielleicht weiß er es auch schon. Ich kann es euch nicht sagen. Challenge Tour in Deutschland. Die Challenge Tour ist in Deutschland. Und da ist das Finale Scott Williams gegen Scott Marsh. Super. Jetzt haben wir erst alle Williams jetzt überlebt. Jetzt kommt es lauter Scots. Halbfinale war Scott Marsh, Nathan Gervin, Peter Jakes gegen Scott Williams. Lalalalalalalala. Kenny Nions hat hart verloren. Deutsche waren schon lange keine mehr drin. Und wir haben die Players' Championships. Die sind dann in... So, schreibt der Ahnung wahrscheinlich rein. Vielleicht in Regen. Ich weiß es nicht. Thompson gegen Schorbaci. Ich weiß, dass Riccardo spielt. Der ist links oben. Links oben ist er an. Treps gegen Beaton. Patrick Plötz gegen Kenny Nions. Ich sage es euch doch. Patrick Plötz hat immer eine Arschlochlosung. Jeden verdammten Tag. Der hat, glaube ich, noch... Ein einziges Mal hat der Luft bekommen, der Junge. Der ist so ein guter Spieler. Und dann kriegt er wieder Kenny Nions. Wahnsinn. Ansonsten nichts Interessantes zu sehen hier. Hauke Rosin. Muss sich richtig anstrengen. Und Stefan Griese spielt gegen Warburton. Ich fasse es nicht. Und Schorbaci spielt auch noch irgendwas. Gegen Thompson. Sean Thompson. Also. Das ist soweit eigentlich nicht sehr interessant. Aber da wird noch nachgeladen. Da sind 40 Deutsche am Start oder so. Challenge Tour. Also ohne Ende. Könnte sein, dass wir das ein oder andere Game davon noch reinholen. Zum Beispiel ein Lukas Wenig spielt da auch. Ja, weil er keine Tourcard hat. Du Wenig hat es verpasst. Und ein paar Lecks. Die Tourcard. Und Roby John hat es nicht verpasst. Hat 1-0 gemacht. Gegen Riccardo. Direkt mit einem Break. Riccardo spielt einen 62er. Und meint, wir nehmen ihm das ab. Wir nehmen ihm das eigentlich nicht ab. Ich meine, was soll das? 1-3. Und Glenn Durant 2-1 vorne. Glenn hat 56 gecheckt. Jawohl. Keine Aufnahme über 100 gemacht. Aber trotzdem ein Slack geholt. Und Martinez hat 140.000 gespielt. Und hat nie gecheckt. Ciuk. 3-1 vorne. Gegen Unterbuch. Nie da war mal. 60-57-89. Ich weiß nicht, was mit Michi los ist. Da kommt kein Score mehr rum. Van der Ford macht einen 120er Finish zum Break. 4-3. Gegen Sonnefeld. Van der Ford auch einer, der eigentlich irgendwie immer da ist. Aber dann auch irgendwie nicht ganz so da. Weiß ich nicht. Der 3-4 Runden weiter und dann zack. Totalausfall. War es das. Rechts unten Steve Beaton. Der natürlich das Turnier eigentlich schon gewonnen hat. Hier ein 57er Average auflegt. Auch noch nie erlebt. Weiß nicht, was hier genau los ist. Sind wir schon wieder in Deutschland? Nö, sind wir eigentlich nicht in Deutschland. 2-0 von La Van Auskas. Gegen Hunt. Hunt führt hier. David Evans. Ted Evans meine ich. 3-1. David Evans. Ted Evans, weißt du? Und Ricky Evans. Also es wird immer besser. Der Ted ist 3-1 vorne. Jedenfalls. Und Danny Berges spielt auch. Aus Amerika hier. Gegen Brian Rahman. Aus Belgien. Belgium. Belgien. Was macht der Rahman hier? Ist der nachgereist? Sind... Sind... Sind drei Leute nicht da und er ist dabei, oder? Wo ist eigentlich Price? Kommt der uns wieder hart überraschen? Gervin Price oder ist der jetzt endlich mal krank? Der hat doch eine gebrochene Hand und gebrochenes Gesicht. Und noch irgendwas. Und müde war er noch oder so. Der kann doch jetzt mal Pause machen. Manzis gewinnt gegen Kretschmar. Gut. Und da haben wir Clemens gegen Rodriguez da oben. Das lasse ich einfach gleich da dran. Könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen. Und ich verpasse nichts. Das dauert aber noch. Jetzt ist gerade Warm-up-Zeit. Also hier. Österreich gegen Deutschland. Zweimal. Links oben einmal Roby John. Der ist 2-0 vorne. Also wenn die das kriegen, wollen wir aber auch eins. Rahman hat jetzt die Tourkarte. Okay. Price hat freilos, da einer kurzfristig abgesagt hat. Price ist immer so geil. Ja. Brian Rahman hat dann doch die Tourkarte geholt. Im fünften Anlauf. Glückwunsch dazu. Und dann sehen wir ihn wohl jetzt andauernd. Deswegen sehen wir ihn auch die ganze Zeit. Aber hat er schon verdient. Ist ein guter Junge. Guter Spieler. Schindler rechts oben. Auch im Nahladen. Im Nailaden. Und ich muss jetzt mal kurz schauen. Apropos laden. Ob er irgendeinen Laden offen hat. Der Essen ausliefert. Sowohl pizzerischen als auch chinesischen Bereich. Ich glaube nämlich eher nicht. Toll. Auf dem Fernseher kann man. 16,45, 16,45, 16,30. 16,30, 16,30, 16,30, 16,30. Bis einer um 16.29 Uhr aufmacht. Dann geht's ab. So. Ich könnte hier was bestellen. Das wird aber den Kids nicht gefallen. Können's trotzdem tun. Michi ist 4,1 hinten. Tschuck spielt ein 88er. Ist okay, weißt du. Aber jetzt ist es mal eine Break-Chance. Michi unterbucht. Eine 1,4 hinten. Jetzt hat er schön nachgelegt. Eine 43 von Tschuck. Und jetzt ist er mal ein Spalt offen. Jetzt könnte er mal was machen. Links oben dagegen. Riccardo. Kommt kaum mehr über eine 100. Und Robby, John halt schon. Und macht's 3,0. Aber Flix, Flix, zack. Flixbus sozusagen. Also, fünfte Runde. Abrasiert. Und wir haben noch nichts geschafft. Voll die Abrasio hier. Weggemäht. Ich mach jetzt mal den Rasenmäher an. Weil man gerade beim Thema sind. War das Rasenmäher gegen Keenberry. Denn, ja, hier. Gabriel Clemens hatte keinen Bock. Der hat aufgehört. Aufgegeben. Ist raus. April, April. Er spielt doch, aber er wärmt sich noch auf. So. Das haben wir auch geschafft. Und jetzt haben wir Schindler gegen Scott Mitchell im Warm-Up. Martin Schindler an 17 gesetzt. Mittlerweile hat sich da gut hochgekrebst. Und sein Management ist auch jetzt mit dabei. Jedes Mal zu erwähnen. Von dem sie gesponsert werden. Kam ein bisschen zeitgleich mit meiner E-Mail. Ist, finde ich, ganz gut. Dass wir das jetzt gemacht haben. Und dann freue ich mich drauf. Wenn wir in Sindelfingen dabei sind. Vom Dartsport Förderzentrum. Paavo, ich habe immer noch Corona. Was heißt immer noch Corona? Meine Selbsttests waren ja eigentlich nie positiv. Meine Viruslast war eigentlich auch nicht so krass. Also normalerweise, ich bin seit heute wieder frei. Ohne Freitesten. Meine Quarantäne ist regulär beendet. Aber ich bin immer noch krank. Und wenn man noch krank ist, dann darf man ja nicht raus. Aber ich glaube, meine Kids und meine Frau, die sind nicht mehr krank. Die gehen jetzt dann Freitesten. Labanauskas geht jetzt dann auch Freitesten. Der testet mal, ob er hier eine Elfter hat als spielen kann. Weiß er aber nicht, ob er es machen kann. Naja, kann es nicht. Und Glenn ist 3-1 vorne mit viel Hilfe von Martinez. Die ganze Zeit schon irgendwie. Martinez nicht in der Lage zu checken. Ja. Der sagt, Kranke und Schwache, die macht man nicht fertig. Und Glenn, der modert sich dann so runter. Mö, mö. Wie so ein Zombie, der ein Diablo immer auf sich draufhaut, wenn man die Rüstung so trifft. Tonk, tonk. Und irgendwann hat die Rüstung so viel Schaden, dass du denkst, ja, Reparatur wird teuer. Ich hole ihn mal um. So ungefähr ist das Game gegen Durant. Gerade, wenn Martinez mal Bock hat, kann er es schaffen. Ich bin anonymisiert im Stream, ja. Na klar. Sonst wird mich jeder kennen. So, jetzt hat Gaga angefangen. John O'Shea ist fertig. Bergisch checkt und Ding will nicht. Ja gut, dann mache ich jetzt, statt de force mache ich Gaga an. Ich dachte, dass ich Gaga schon mal wo rein habe. Zur Sicherheit habe ich auch wieder raus, ne. So, Gabriel, machen wir kurz mal ein bisschen weiter auf. Lehnen wir uns weit raus. Und hoffen, dass wir kein Übergewicht kriegen. So, 4 zu 0, Robijohn. Ricardo spielt einen 70er, links oben. Ich weiß nicht, was die machen. Haben die Deutschen sich so gut eingelebt, dass die ständig feiern, oder was? Ich meine, Michi auch mit 84. 1 zu 5. Jetzt spielt er eine... Die ist ja ganz okay. 90 Rest. Er kann jetzt einen 11er spielen. Er spielt sogar Bullseye für Tops. Schmeißt dann drüber. Vielleicht hat er auch was anders gemacht. Und sich einfach Tops gestellt. Schon, die Möglichkeit ist da. Und Rusty Jake ist auch schon wieder 1 zu 0 vorne gegen Gaga. Mit Break. Und Gaga mit einer 60. Ich habe keinen Bock, dass wir wieder so einen Kack kriegen heute. Rechts oben ist Martin Schindler mit einer... Wird Martin wieder die einzige Rettung? Fragezeichen. Es sieht verdammt danach aus, muss ich sagen. Links oben. Riccardo mit 180, 100. Aber sein Gegner schon wieder mit 180, 137. Dem ist das einfach klötenegal, was der schmeißt. Der ballert ihn einfach an die Wand. Es ist ihm völlig wurscht. Barry, die Birne habe ich noch am Start. Gablas gegen West. Auch Steve West. Komm, den mache ich rein. Oben im Minifensterchen. Steve West gegen Adam Gablas. Ein kleiner Zwischengönner. Ja, und links unten wird überhaupt nicht gegönnt gerade. Ganz im Gegenteil. Clemens. Ja, doch. Clemens gönnt. Tut mir leid. Er gönnt ohne Ende. Und dann habe ich Killington gegen Rafferty. Da habe ich Barry Van Pair noch an. Killington Rafferty. Ich mache mal die Birne an. Gegen Montgomery. Übrigens, die Birne hat noch mega Darditis. Hier, Barry Van Pair. Ich glaube, er selber findet es nicht cool. Seine Gegner finden es nicht cool. Aber wenn du gegen den spielen willst, dann musst du erst mal 13 Jahre lang Tantra und Yoga überleben, bis der mal zum Wurf kommt. Weil der braucht erst mal heftigste Atemübungen, bevor der überhaupt einen Dart loslässt. Also ganz, ganz übel. Montgomery scheint es gar nicht zu stören. Der ist 3-0 vorne und spielt einen 110er. Also spielt auf der Intensivstation hier. Kein Problem. Oder es läuft gerade. Ich weiß es nicht. Martin Schindler hatte... Ah ja, gut. Martin Schindler während das mit einer... Und dann eine 109 und dann ein Bust. Martin Schindler hat schon mal wieder einen neuen Dart verpasst und die 32 nicht gecheckt. Währenddessen Scott Mitchell immer noch 201 Punkte hat, jetzt ein Maximum braucht, um überhaupt auf den Finish zu kommen, wo Martin dann in einem Dart checkt. Das sind die bequemen Spiele. Mach ich kein 150, mach ich kein 125er Average, dann mach ich halt einen 116er. Und Jabril Clement ist nach einer nicht ganz guten Vorstellung mit 96, 100, 103 nochmal auf 25 rangekommen. Hat die 128 auf Bullseye versucht. Nicht gecheckt. Roby John checkt. Der heißt sogar Rusty Jake in dem Fall. Ist 2-0 vorne und Gaga wieder mit. Na 60. Nur 60er, du. Die ganze Zeit. Auch mit den neuen Darts. Ich hab's Gefühl, das ist die 60er Parade jetzt. Links oben. Riccardo hat mal ein Leck geholt. 1 zu 4 hinten. Jetzt kann er sogar einen Break auspacken. Too little, too late? Fragezeichen. Glenn Durant hat einen Check gemacht. 4 zu 2. Martineth hat immer noch keinen Bock. Das Leck war Anwurf. Durant eine 100, eine 97, 100, eine 100. Und Van Pair mit der 180 ist 1 zu 3. Nur noch hinten. Links unten kannst du komplett vergessen, wenn Gaga nicht schnell mal Doppeltrippel trifft. So wie rechts oben der Martin. 140, 100. Mitchell 140, 100. Gut. Da sind wir gut dabei. Prediction momentan, so wie es jetzt aussieht. Flo Hempel ist raus. Ja. Unsere Chance, unsere Hoffnungen liegen wieder auf Martin Schindler. Momentan. Ist ja noch früh. Ist noch früh im Game. Gaga hat auch schon 5-0 gedreht. Zum 6 zu 5. Ist kein Witz. Gibt's bei mir auf dem YouTube-Kanal. Kommentiert links oben. Pietrecco. 64 checken zum Break. Dann eins mitnehmen. Dann steht's nur noch 3, 4. Warum nicht? Hempel ist auch nochmal rangekommen. Hat dann aber nichts genutzt. Unterbuch nie. Er wird nicht mehr rankommen. Der verliert hier 6 zu 2. Magere Vorstellung. Aber gut. Fliehfleisch ist da auch nicht dran. Leider ist er raus. Zack. Weg damit. Wir sind hier im Erfolgssport. Ist leider so. Alle, die nicht gewinnen, sind einfach raus. Single Knockout. Steal Darts. Wer mehr Spiele haben will oder sehen will, kann in der Flo Liga mitmachen. Barry von Peer spielt einen schönen Elf-Darter. Respekt. Gibt's 10 Applaus von der Gondel. Rodriguez checkt zum 3-0. Da gibt's gar nichts. Kein Applaus. Gar nichts. Einfach nur ekel. Ekelhaft, dass er hier einfach wieder gecheckt hat. 98 Average. Und Gabriel, da müssen wir so langsam mal drüber reden. Also zum Glück sind wir nicht Fußball und würden jetzt gleich eine Talkrunde einberufen, wo Mario Barster dabei ist mit einem Barcati Lemon. und uns erzählt, wie Gaga gerade einen Formtief hat und nichts mehr trifft. Aber so ein bisschen drüber reden. Man kann schon mal feststellen, der Gabriel hat zwar vor ein paar Wochen noch ein Halbfinale gemacht. Das war aber auch mehr so ein Moor. Da liefen die Darts aber ganz gut. Aber sonst so im Verlauf des letzten halben Jahres. Gefühlt, gefühlt kommt da nicht mehr so die Power raus. Wir haben da öfter mal einen 100er, 106er, 108er, auch einen 110er, 112er Lagmatch, meine ich, von ihm. Mal kommentieren dürfen, mal gesehen. Mal gern auch sogar einen neuen Darts, einen oder zwei, habe ich doch auch schon kommentiert. Alles war da schon dabei. Und jetzt habe ich das Gefühl, da kommt ein Haufen 60er kommen da. Haufen 60er und wenig Backup. Vor allem die 180er. Da war er ja eigentlich relativ geil drauf. Die kommen nicht mehr. Martin Schindler kassiert das 1 zu 1. Ist okay. Und Riccardo macht die berühmte 42 bei eigenem Anwurf aus deutscher Sicht. Also wenn ich die jedes Mal gescreenshottet hätte, hätte ich ein Briefmarkensammelalbum voll. Wenn ein deutscher Spieler bei eigenem Anwurf eine 42 schmeißt in der dritten Runde. Allerdings gerne auch im Decider. Der ist hier natürlich noch nicht. Aber weit weg sind wir nicht mehr. Denn Roby John greift hier an mit einer 171. Barry Van Peer spielt nach dem 11er und 12er. mit einem 136er-Finish. Und hier schreien irgendwelche Kinder rum. Killingen gewinnt. Rahman gewinnt. Ich muss hier gleich mal an die Front Kinder bekämpfen. Erst mache ich Nathan Aspinel gegen Barney an. Und dann Doby ist weg. Warte mal, wo ist er hin? Doby gegen Menzel. Da ist er. Clermarker, Hegarty, Whitlock mache ich auf. Ja, die ein oder andere Anekdote oder Wortwahl oder Dings, falls irgendwas mit Krieg oder was zu tun hat, das ist natürlich erstens mal noch nicht alles aus dem Sprachgebrauch raus. Zu uns mal, Entschuldigung dafür, links unten. Gaga könnte jetzt ein dreckiges Leck holen. Ist mir aber egal. Holt es einfach. Und links oben, Rodriguez, der könnte nochmal bluten. Jawohl, er schießt daneben. Und Riccardo zum 3 zu 4. Scott Williams gewinnt die Challenge Tour im Decider gegen Scott Marsh. Okay. Barney 1 zu 0. Riccardo links oben mit Jack. Komm, zum 3 zu 4. Come on jetzt. Mein Gott. No score. Alle drei drüber geworfen. Ich kenne es. Ich kenne es, aber ich spiele es zum Glück auch nicht hier. Rechts unten bieten. Oh nein, bieten. Zum 4 zu 4. Warum macht er es nicht? Ja, und links oben ist der Zug jetzt abgefahren, würde ich sagen. Das war nochmal eine Chance. Aber die ist jetzt abgefahren. Und rechts oben ist Martin Schindler mit einer 26. Sieht man auch nicht allzu oft. Zum Glück. Aber jetzt gerade haben wir es gesehen. Und Simon Whitlock ist nochmal da. Hat der nochmal Bock? Ich fahre euch gleich nochmal in meine Umfrage rein. Hat Whitlock Bock? Hat Whitlock Bock? Alter, ich vertippe mich so hart. Und ich habe leider ein bisschen Stolz. Von daher habe ich jetzt die ganzen X vor dem C rausgemacht. Wer schreibt auch manchmal ein X vor dem C? Daumen hoch. Und hier Barry Van Pea spielt ein 11er, spielt ein 12er und wollte jetzt ein 13er spielen. Aber hat das nicht geschafft und schon steht es 3-3. Der war 3-0 hinten und dann ist irgendwas in ihm explodiert. Irgendwas ist gesnappt, irgendein Kabel ist locker gegangen. Beim Gaga vielleicht jetzt auch. 140, 96, 93, 92. 40 Rest. Und wenn Rodriguez jetzt nicht die Nippelklemme auspackt und Strom drauflegt. Boah. Das wäre nämlich ein 128er Finish hier gewesen. Er macht das gleiche wie Gaga am ersten Leck. Erstmal 128, 25 Rest lassen. So, Gaga muss jetzt den Check schieben. Zum 2-3 und dann sind wir hier nochmal happy. Ansonsten wird es ganz schön übel. Links oben wird es übel. Rodriguez stellt sich sogar eine 99, weil es ihm einfach egal ist. Und weil er eine 5 geworfen hat. Aber bei einer 104, das mache ich jetzt immer. 104 mit dem letzten Dart gehe ich nicht oben. Weil oben ist scheiße. Die 1 und die 5 sind scheiße. Also bei 104 einfach mal unten werfen. Da bist du immer happy. Weil eine 101 kannst du checken. Zur Not mit zwei Darts. Wusste natürlich nicht. Und die 7 ist auch gut für 97. Und die 19 ist auch gut. So. Rodriguez ist auch gut. Und uns wird etwas unwohl. Uns wird etwas unwohl. Labanauskas hat... Hat Labanauskas gegen Hand gewonnen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Hä? Ich habe es so schnell weggeklickt. Labanauskas war doch 80 zu 0 hinten. Und Glenn Durant hat schon wieder einen Leck geholt. Also er spielt zwar nur 6 die Runden eigentlich. Aber tatsächlich... Martinez viel Score, wenig Check. Vielleicht haben sie den auch als Statist eingeladen. Damit Glenn jetzt einen Leck gewinnt. Ich weiß nicht, was die Engländer da veranstaltet haben. Klärmarker. So quasi so runterspielen. Aber dann nicht checken. Okay, ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Ich habe mich hart verklickt im Fenster. Wo ist Webster? Jetzt auch. Da ist Darren Webster. Martin ist 2-1 vorne. Wenigstens das. Drei Kreuzzeichen. Links unten läuft es gar nicht. Bei Gaga läuft es gar nicht. Die Restdeutschen haben wir schon verloren. Der deutsche Anschluss... verloren hier. Das war glaube ich auch irgendwas. Was man nicht sagen darf. Aber ich weiß nicht, wie das in meinen Kopf kam. Jetzt... Wir haben den Anschluss verloren. Das wollte ich sagen. So. Wir sind wieder rausgeflogen. D-128. Keine Kohlen. Hempel raus. Booney raus. Riccardo raus. Und Wenig spielt jetzt wahrscheinlich gleich drüben. Im anderen Dönerland. Da schaue ich mal kurz rüber. Warm-up. Da ist noch nichts los. Harrington gegen Rememond. Ja. Okay. Ja. Viel Spaß damit. So. Zack. Wir gehen wieder hierher. Ross Montgomery. Muss jetzt mal was checken. Barry Van Peer hat total aufgedreht. Das ist ja Wahnsinn, was der gerade runtergespielt hat. Ne. Und Gaga checkt was. 2 zu 4. Rebreak. Rebreak. Wupp, wupp. Ich weiß nicht warum, aber scheinbar hat er was geschafft. 6 Likes noch bis zu 100. Ja. Das ist mir eigentlich gerade völlig egal. Mitchell checkt. Wir kommen irgendwie nicht mehr rein gerade. Wir kommen nicht mehr rein. Hat ein Deutscher schon was gewonnen? Ne. Sowohl bei der Challenge Tour alle abserviert. Hier auch schon wieder alle raus. Boah. Ich sag's euch doch. Ich sag's euch. Wer ist noch dabei? MVG. Glenn Durant. 5 zu 4. Wird Glenn den Vorsprung ins Ziel bringen hier? Wir wissen es nicht. Simon Whitlock. 1 zu 1. Und Karo Kaffee. 1 zu 0 für mich. Hoppasa. Ich hab geschlürft. Entschuldigung. Ich hab geschlürft. Steve Beaton gewinnt gegen den Silencer. Rechts unten. Steve Beaton. Nie gefährdet dieser Sieg. Startzielsieg. Geil. Ja. Weißt du was? Also ein Traum für mich wäre ja schon auch mal, dass Steve Beaton noch so ein Turnier gewinnt. Turnier. Der Average von gerade war kacke. Aber der kann so viel besser. Also ich hab Hoffnung, dass er nochmal einen nachlegt. Ich lege euch auch gerade ein paar nach. Rechts unten zum Beispiel Claire Marker gegen Haggerty. Haggerty. Checkerty. Haggerty hat eine 148 gecheckt gerade hier unten. Hier. Einfach nur so. Zum Break. Und links oben hab ich Andrew Gilding angemacht. Der Goldfinger. Und Gaga checkt eine 110. Habt ihr das gesehen? Und Shindy mit einer 180. Und einer 180. Und einer 98 dazwischen. Also ein 98er Burger von ihm. Und dann eine 11. Erstmal eine 11. Für 32 Rest. Aber Mitchell hat kein Wasser. Und muss erstmal nachschenken. Und Shindy kann jetzt raus. Gab das gewinnt gegen West. Shindy checkt. Und das gefällt mir so ein Martin. Der kann scoren und checken. Das sind zwei Eigenschaften, die mir wunderbar gefallen. Und ich hab Ellie Lewis gegen die Lerche. Glenn ist fast fertig. Low ist nicht am Start. Ich mach halb rechts gegen Mikkel in der Minibude an. Und bei Low. Get low. Get low. Gegen Fullwell mach ich euch die Lerche an. Doby ist auch am Start. Wir schauen kurz rein. Chris Doby gegen Mickey Mansell. Ross Smith ist 1-0 hinten. Wie ging es eigentlich aus bei... Oh. Desider. Desider. Wupp. Wupp. Hier. Martinez Durant. Und hier. Webster gegen Worsley. Desider. 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 Wupp. 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 Double Desider. Sowas gab es noch nie im deutschen Stream. Der Double-Double-Desider-Desider. Geile Bude. Und 404 Zuschauer. Error. Stream not found. Links unten Gaga mit dem 170er Finish. Das wäre... Ja. Er macht ihn. Gabriel Glöwis. 170er Finish. Röntgen, Augen hier. Hab ich mal den Gameplan durchleuchtet. Boah, hab ich mit meinen Ellbogen gerade verletzt bei dem. Wupp. Wupp. Ich weiß gar nicht, ob das gesund ist. Nur wenn man so macht, sich schon verletzt. Gaga. 170er Finish. Rebreak. Rebreak. Wupp. Geile Bude. Jetzt ist der Stream on fire. Rechts oben eine 180. Von Martin Schindler. Und noch eine 180 hinterher. Da haben wir Druck. Nee, er macht eine 100. Er macht es gemütlich. Er macht es slow. Er ist der Liebhaber mit der Kuschelrock-CD. Kein Problem für den Martin. Ganz sanft hier. Erstmal schöne 100 reinsliden. Und 140 von Gaga. Der dreht jetzt auf. 91. Der hat mich gehört. Der hat keinen Bock mehr. Der hat gesagt, was 60er? Was labert die Gondel da? Jetzt geht es los. Jetzt geht es ab. Gerne. Gerne. Macht das. Bei Flo Hempel war es ähnlich. Auch leicht provokant. Kommentiert. Und schon ist die Bude explodiert. Und jetzt kommt ein Kind hier rein. Mit einem Schneeanzug. Schneeanzug. Hat es bei dir geschneit? Oder was? Ach stimmt. Es hat heute geschneit. Ungewöhnlich so ein Kind noch mal im Schneeanzug zu sehen. Nachdem es vorhin ja Dingens war. Zum Testen laufen. Ja, dann habt ihr ein bisschen Power verdingt. Warte mal ganz kurz, Schatz. Gut, ich muss weiter kommentieren, Schatz. Tut mir leid. Es ist 5 zu 4. Gaga hatte 16 gecheckt. 5 zu 4. Er hat das Edge rausgegrindet. Geile Bude. 3 zu 3 bei Martin. Das war nicht so geil. Das war einer für Mitchell. Trotz unserer 180 Bemühungen mit 189, 40 hinterher. Wursley gewinnt gegen Webster im einen Decider. Und Glenn Durant wird schon wieder auf der Ziellinie gestoppt. Fragezeichen. 120er Finish von Glenn. Kann Glenn Durant den ewigen Fluch brechen? Kann er machen, dass Martinez erbricht? Kann er irgendwas tun? Barney gegen Nathan Espin übrigens. 3 zu 3. Falls jemand noch sich fragt, was hier los ist. Barney gegen Espin. Wir spielen auch noch. Und bei Glenn dauert es ein bisschen länger. Glenn hat einen Snickers. Wenn es mal wieder länger dauert. Glenn Durant packt sich einen Snickers. Schiebt sich es übelst rein. Ich weiß nicht, ob es oral verarbeitet wird. Aber er hat den Sieg. Glenn Durant gewinnt gegen Martinez. Toni Martinez. Wo man aufpassen muss, dass er sich nicht auf die Summe beigt. Und jetzt haben wir Glenn weiter. Den man ganz einfach aussprechen kann. Man weiß zwar nie Durant oder Durant. Aber Glenn rennt weiter ins nächste Ründchen hier. Er hat mal was geschafft. Der Chat explodiert. Eskaliert. Absolute Omikron-Variante hier. Und links unten Gaga Clemens. 124. Die kann man schon mal checken. 170 rausgenommen. 100.000 gecheckt. Break gemacht. Ein Ding eingefahren. Und jetzt zum Sieg. Warum nicht? 1.000 in Folge. Wow! Gaga Durant hat hier einfach mal. Was hat er da gemacht? Egal. Doppel 11 gelassen. 112. Ich weiß es nicht, was er gemacht hat. Triple 17, Triple 17 für Doppel 11. Jetzt ist auf jeden Fall der Decider da. Leider. Und wir werfen an. Im Decider. Leider. Anwerfen. Ich mache das ungern. 134. Jetzt müsst ihr die Arschbacken zusammenkneifen, liebe Leute. Jetzt könnt ihr mal einen Daumen hoch da lassen. Jetzt könnt ihr auch noch abonnieren. Denn es könnte jederzeit zu spät sein. Ich mache mal kurz was anderes. Burnett gegen Bunting. Ich mache mal kurz was anderes. Währenddessen ihr das Spiel guckt. Noppert. Lerchbacher gegen Louis ist über mir offen. Ross Smith habe ich da. Cleary. Tschüss, Schatzi. Bis später. Kellen Ritz gegen Van Dornen mache ich an. Was sagst du? Du gehst nicht mit. Doch, klar gehst du mit. Du bist doch ein Läufer. Vielleicht bist du Schnellster. Du bist nicht angezogen. Oh nein. Oh, schade, Schatzi. Okay, dann nicht. Dann mach es gut. Vielleicht gewinnt der Gabriel. Meinst du, der gewinnt? Nein? Du musst Ja sagen. Ja. Okay, gerade noch. Also, ihr habt es alle gehört. Voller Überzeugung, Gabriel gewinnt. Um Gottes Willen, hey. Schatzi, sag nichts Falsches. Noppert. Soll ich Danny Noppert anmachen? Was genau? Was ist Danny Noppert? Ein Dartspieler. Gegen Gordon Mathers. Ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Nothing Else Matters. Äh, Kim Halbrichts. Ja, klar. Ich errate, welches hier da drin ist, sobald Gaga die Triple-19 für Doppel-Acht geschmissen hat. So ein Match. Gabriel, Clement, mit dem nächsten Comeback. Nein, Gabriel! Wir haben Gabriel im letzten Moment verloren. Schatzi, ich denke, mein Pferd ist es. Okay, kein Pferd. Löwe. Bär. Bär? Ah. So, Rusty Jake, Finger weg von dem Finish. Oh mein Gott, ich glaube, er hat einen für 32. Er hatte einen für 32. Die Angst hatte ich schon. Die Orange-ungefährlich. Ein Tiger. Komm, Gaga. Shit, was ist Orange-ungefährlich? Ein Orang-Utan. Nein! Gabriel! Oh mein Gott! Gabriel hat es nicht geschafft. Völlig umsonst die Aufholjagd gestartet und dann hart, hart weggegrindet. Rodriguez, einer hat er schon daneben geworfen. Was ist Orange und gefährlich? Ja, es ist nicht Rusty Jake Rodriguez! Es ist Gabriel Clemens, was? 4 zu 4 bei Martin. Warum auch immer. Der spielt ein 100er-Average, kann aber Mitchell nicht wegdrücken. Und Gabriel Clemon, Doppel-10. Come on! Come on, Gabriel! Belohnen uns! Belohnen uns für unsere harte Arbeit. Wir streamen doch. Ja! Wir streamen doch noch! Ah, der war wichtig. Kind, bist du noch da? Was ist Orange und gefährlich? Und aus Holz, na toll! Ein Tier, das aus Holz ist? Eine Karotte! Whitlock hat einen 9er gemacht. Ja, super! Ja, super! Hat Whitlock echt einen 9er gemacht währenddessen? Ich fax es nicht. Naja, es war im Stream und ich hab's verpasst, wie immer. Kein Problem für mich, ne? Ich und die neuen Daten. So, Martin jetzt. Da müssen wir Martin durchbringen erstmal. 140, 60, 99. Könnt ihr mir mal, könnt ihr mir mal schreiben, was orange und gefährlich ist und aus Holz und trotzdem ein Tier? Ich hab schon Orang-Utan gesagt. Und Tiger. Leopard? Was ist es? Ich sag mir nicht, was es ist. Whitlock hat Bock. 70% haben gesagt, Whitlock hat Bock und Whitlock macht einen neuen Data, ne? Schon länger her bei Whitlock. Okay, hab ich den... Also, ich sag nur, die Leute, die die Umfrage angekreuzt haben, Whitlock hat Bock, die hatten Recht und ich hatte Recht, damit die Umfrage zu machen, denn Whitlock hat Bock. Martin Schindler, hat der auch nochmal Böcke? Die 68, einfach mal pop pop in zwei Darts, warum nicht? Komm Martin, mach's weg. Jawoll, er macht den, er macht den Hempel. 3-4-2, 3-Darts für ein 2-Dart-Finish und da draußen hüpft was im Trampolin. Wahnsinn, hey. Vor zwei Tagen noch in der Sonne, jetzt in der Schnee. Ja, in der Schnee. Das war die Aussage, die ich treffen wollte. Schatzi? Frau? Vibe? Ich hab alles versucht. Der Vibe kommt nicht so rüber. Und jetzt muss man gucken. Coretta mit der 10-Euro-Donation. Es hat vorher noch jemand subscribed und es hat noch jemand was gemacht und ich weiß nicht, warum meine ganzen Streaming-Anbieter-Dinger überhaupt nicht funktionieren gerade. Aber wir versuchen mal was. Ich versuch mal jetzt kurz was. Martin versucht auch was. Martin versucht zu gewinnen. Wir sind offizieller Sponsor von Martin Schindler. Also ich. Hä? Ich hab mich grad verklickt. Da steht, jetzt ist kein YouTube-Account bekannt mit diesem Namen. Ich bin grad kurz erschrocken. Ganz kurz erschrocken. Kein Problem für mich. Jetzt kommt die schon wieder. Welches Tier ist das? Ich weiß es nicht. Der Chat hilft mir auch nicht weiter. Ein orange angemalter Hai, sagt Niklas. Das finde ich eine gute Idee. Es ist auf dem Boden. Eine Schlange. Yes! Eine Marionettenpython. Schlange reicht bei dem... Ach, deine orange Schlange. Okay. Bei dem Kind reicht Schlange sowieso. Denn wir sind noch nicht so, dass wir das kategorisieren. Du bringst es mir und ich darf es auspacken. Martin Schindler hat einen ausgepackt. Jawohl. Du darfst mir alles bringen zum Auspacken. Denn Martin hat es gewonnen. Ich pack es aus. Oh nein. Ah! Es ist tatsächlich eine Schlange. Eine echte. Schaut euch das an. Die ist nett. Okay. Kann ich trotzdem wieder in die Kiste tun und zu machen? Kannst du mir den Namen beschreiben? Ja. Wie heißt... Kann es sein, dass du jetzt erst drüber nachdenkst, wie die heißt? Nein. Die heißt Dizzy. Dizzy. Coole Sache, weil jetzt ist gerade ein Spieler hier. Der ist auch Dizzy hier. Dave Chisnell. Der hat so ein Lied, da kommt immer And I'm Dizzy Because I'm cheesy oder irgendwie sowas. Puh, also mit Ach und Krach haben wir Martin, haben wir Gabriel tatsächlich durchgebracht, oder? Ich fass es nicht. Was war denn das bitte für einen Lipdancer hier? Für einen Nailbiter? Für einen Toe-Cruncher? Max Hopp links unten. Wenn der noch gegen Sauta gewinnt, dann ist heute ein guter Tag. Warum nicht? Aber warum nicht? Er hat als einziger Deutscher jetzt die Bühne. Willkommen, Max Hopp. Los geht's. Schindig sollte Kapitän werden. Wann spielt The Machine? The Machine ist geil gesagt, Martin. Du meinst die Wade? Der spielt jetzt gleich gegen Jamie Hughes. Der macht sich schon warm. Hier, ich zeig's dir ganz kurz. Ich hab's dir wirklich ganz kurz gezeigt. Jetzt zeig's dir länger. Jetzt glaubt jemand wie verrückt an mein Fenster. Also an ein Fenster, das hier sich befindet. Ich sag's euch. Augen auf und Ruhe bewahren. Drei Kinder, die gehen sich jetzt freitesten. Also nicht freitesten, die gehen jetzt testen. Die sind eigentlich schon wieder frei, aber wir gehen da auf Nummer sicher. Wir sind ja nette Leute. Wir wollen auch nicht den ganzen Kindergarten und die ganze Schule anstecken. Aber die hatte eh einen Wert von 37, die eine. Die ist eh nicht ansteckend, wenn du mich fragst. Und ich bin Experte für sowas. Kann mir jemand Schokolade bringen und Süßigkeiten, bevor ihr geht? Ich brauche Nahrung. Substantielle Nahrung. Mensch. So, Maxi Hopp. 160, 121. Also die Tendenz, die Richtung stimmt. Sagen wir mal so. Die Tendenz ist da, die Richtung stimmt. Schmutz, das Spiel, nach drei Lags 110 mit 136er Finish und ein 12 Dart. Da kannst du mal was von der Challenge Tour anmachen. Ja, Flynn, ich hatte den ganzen Morgen Challenge Tour an. Da hat er sowas nicht gespielt. Da hat er gegen Mike Warburton 80 Darts auf Doppel verpasst und war dann rausgeflogen. Von daher hatten wir jetzt da nicht so die Priorität drauf gesetzt. Sagen wir mal so. Wo ist er denn, der Schmutzler? Oh, Patrick Plötz führt 3-2 gegen Kenny Nions übrigens. Warburton gegen Grise 2-2. René Eidams ist 1-2 hinten, muss gegen Kontermann. Und Schmutzler spielt eine 107er Average, ist 3-1 vorne gegen Josh Payne. Muss man erst mal so machen. Tommy Zanko spielt gegen das Flörchen 2-1 vorne. Und Hauke Rosin führt 3-0 gegen einen Türke. Hier ganz oben. Ganz oben erkennbar. Hauke Rosin 3-0. Geil, Hauke. Oh, 3-1. Hat sich was geändert. Mal gucken, wie das ausgeht. Michi Hurz ist 3-1 hinten gegen Alcinas. Und Jens kniest 4-0 vorne. Schleinitz-Malte 2-1 hinten gegen Robin Smees. Ja, Sachen gibt es. Egal. Also kannst du was von der Challenge Tour anmachen? Du meinst damit, eigentlich kannst du Patrick Plötz oder Fabian Schmutzler anmachen? Nö, habe ich nicht geschafft. Leider habe ich das nicht geschafft. Aber ich könnte jetzt das versuchen anzumachen. Ich frage mich gerade, wie ich das Fenster dann aufnehmen soll. Warte mal. Link in neuem Ding öffnen. Da hinmachen. Und jetzt muss ich bei King O'Connor rein. King O'Connor. Nö. Nö, genau das meine ich. Genau das meine ich. Oh, ich könnte einen Doppel. Ich könnte einen Doppelversuch Daten. Wieso ging die jetzt nicht auf? Alter, jetzt werde ich aber Larry. King gegen O'Connor. Wenn ich das jetzt so mache und das da reinschiebe und das wieder so mache, dann habe ich doch jetzt Schmutzler gegen Payne rechts oben und jetzt wieder King gegen O'Connor. Und jetzt wieder Schmutzler gegen Payne und King O'Connor und Schmutzler Payne. So, jetzt habe ich ein Doppelfenster geschafft. Geil. Wenn ich jetzt... Oh, Widlock verliert trotz neuen Daten. Das machen die immer, ne? Neun Daten und dann erstmal verlieren. So, und wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt die Schmutzler Payne Connection geschafft habe, dann könnte ich es ja auch schaffen, Patrick Plötz hier anzumachen. Dann mache ich einfach mal ganz schnell so. PDC Challenge Tour Patrick Plötz, Patrick Plötz, Patrick Plötz. Da ist er. Kenny Nines. So, da habe ich es an. Und wer sich jetzt noch auskennt, viel Spaß damit. Schatzi, was gibt's? Schatzi ist weg. So, ich bin daheim. Ich habe Corona-Quarantäne, Leute. Falls sich jemand fragt, was hier los ist. Ich bin daheim in Quarantäne. Ich habe meinen Stream hier mitgenommen. Immer noch. Ja, immer noch. Max Hopp 1 zu 1 gegen Sauta. Dann haben wir hier Schmutzler. Da geht es nur bis 5 hier rechts oben. Das ist Challenge Tour. Da geht es nur bis 5. Warte, ich tausche kurz Plötz und Chissi. Dann kennt ihr euch besser aus. So. Plötz hier rüber. Chissi hier rüber. Ja, sieht gut aus. Und dann habe ich hier noch Plötz. Also rechts oben. Das ist jetzt Challenge Tour. Schmutzler gewinnt. 5-1. Spielt ein 101er Average. Und Josh Payne ist eigentlich ein guter Spieler. Der hatte davon nicht zurück. Der hat die Münchner Rück nicht abgeschlossen. Und ich kann jetzt King O'Connor switchen. Falls ihr aber dann ins switchen kommt. Dann... Ne, ich habe nicht vorgesorgt. Oh, Dragutin gegen Rulovs. Kommt da irgendwann auch noch. Okay, da warten wir jetzt mal drauf. Kenny Nines ist natürlich jetzt 4-3 vorne gegen Plötz. Mann, oh Mann. Erst sage ich, wie geil das ist. Dann weinen wir hart. 3-2 ist er vorne. Jetzt ist er auf einmal hinten. Und irgendwie spielen hier nur Engländer. Die Wade. Habe ich die Wade angemacht? Komm, hier kommt die Wade. Rechts unten. Hier kommt die Maus. Bunting spielt rechts unten. Der spielt wie immer geil. Und irgendwann wird er dann verlieren. Jamie Hughes 1-1 kriegt die Wade. Hier ist die Wade. Und Gary Anderson hat schon Michael Smith besiegt. Links unten hopp. Mit einer... 180. Auf 32 rechts. Und ja, er stellt die. Und manchmal checkt er sie. Und jetzt hat er es geschafft. Und es ist ein Break. Was sagst du? Kind, du murmelst unverständliches Zeug. Lern mal sprechen. Geh dir her, Schatz. Terrier oder Carry On? 180 wolltest du rufen? Dann musst du 180 rufen. Kinder parken vor meiner Tür, ne? Ja? Nochmal. Lauter. Komm mal nochmal rein. Ich hör dich kaum. 100. 100 ist nicht schlecht. Kevin Ritz gewinnt 6 zu 2. Gegen Van Dongen. Sehr gut, Schatzie. 180 ist immer gut. Kann man die immer brauchen, die 180? Dratty? Dratty. Für eine Bechade. Kevin Burness. Mike Carveno will Martin Lukman. Na gut. Mach mal an. Und Nions gegen Plötz. Decider. Decider. Woop, woop. Da ist er im Decider. Okay, danke für Dratty. Hier, ja. Ich habe alle Krankenkarten da. Von allen tausend mehreren Kindern. 1, 2. Oh, das bin ich selber. 1, 2, 3, 3. Ja, habe ich. Warte, das bin ich. Da. Hast du auch ein Geld? Das ist, so kommt die Frau rein, ne? Hast du Krankenkassenkarten im Geldbeutel? Ach, jetzt wo du Geldbeutel gerade in der Hand hast, zufällig, hast du auch Geld. So, und ich habe länger nicht mehr reingeschaut, weil ich war jetzt seit Wochen nicht unterwegs. Aber ich habe tatsächlich sogar ein bisschen Geld da, ja. Hier. Dann schaffst du es eh, oder? Ja. 20 Euro habe ich auch noch. Ja. Okay. Dann, äh, tschüss. Und wenn sie weg sind, dann bestelle ich mir alles, was ich möchte. Nur kein Bier. 3, 1. Max Hopp ist 3, 1 vorne. Ich könnte, da bin ich auch noch ein, ich könnte heilen. Geil. Max Hopp hat was geschafft. Ich weiß noch nicht, wie signifikant das ist. Ich muss mal kurz bei King. Patrick Plötz, oh nein, Patrick Plötz hat es nicht geschafft im Decider hier. Das war mir eigentlich wichtig. Aber wir haben es nicht geschafft. Oh mein Gott, ich habe daneben geklickt. Ja, sorry, meine Family ist jetzt dann gleich unterwegs. Wie gesagt, Quarantäne alle in einem Haus. Da geht schon mal was daneben. Und schon ist sie schwanger. Ne, ähm, die gehen jetzt erstmal zum Testen. Nijens gegen Plötz hat leider gewonnen. Patrick Plötz so geil. Der war 3-2 vorne gegen Kenny Nijens. Ich dachte, das wird ein No-Brainer, ne? Aber es war ein Brainer. Es war sogar ein Monster-Brainer. Und jetzt haben wir, oh, böses Spiel. Flörchen gegen Zanko. Mal ganz kurz Paradat. Paradat-Vizeweltmeister. Tommy reinholen hier. Ja, ich erwähne es immer wieder. Aber wofür hat man das Ding gewonnen? Also nicht gewonnen, aber Gefize-Weltmeisters gemeistert. Wenn man dann das nicht erwähnen sollte. Flörchen ist aber noch am Start. Und Kinga-Ringa-Linga-Duo habe ich auch noch. Und wir schauen mal, ob wir hier erweitern. Wir erweitern vielleicht Challenge-Tour-Material. Denn hier in der European Penis-Tour hier geht es gerade um gar nichts. Hier kommen gerade lauter Faker rein. Also in der Players' Championship kommen jetzt lauter Würste, die irgendwie auch ein Game. So, Warburton gegen Griese. Da ist ein Decider. Aus deutscher Sicht hier oben. Decider, Decider gegen Mike Warburton. Der hat vorher noch gegen Schmutzler gewonnen und so weiter. Der ist eigentlich richtig gut. Also eigentlich, Betonung auf eigentlich. Max Hopp checkt. 74. Jetzt, was ist los? Max Hopp ist ja jetzt da. Sauter hat auf Bull verpasst. 4 zu 1. Er breakt ihn wieder. Also, wir haben Hopp. Wir haben Schindi. Wir haben Gaga am Start. Was ist mit Hopp? Und was macht Mike Warburton die Sau? Auf einmal schmeißt er 140, 140. Stefan Griese hält sich am Strohhalm fest. 4 zu 4. Hier geht es nur bis 5. Das ist die Kolleginnen-Tour. Weißt du, was ich meine? Hier geht es nur bis 5. Hier. Hier in den zwei Fenstern. In allen anderen geht es bis 6. So, und das habe ich hier mit Scott Brown gegen Connor Scott. Mach ich zu. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Mach mich los. Bradley Brooks mach ich da an. Bradley Brooks. Und ich habe mit Absicht Challenge Tour mit Players Championships gemischt, damit ihr wach bleibt. Damit ihr auf den Hinterhacken. Damit ihr, Vorsicht, damit ihr guckt, was los ist. Bunting hier zum Beispiel jetzt. 126 kann er checken zum Match. Links oben Joe Mernon. 4-0 gegen Vladimir Andersen vorne. Ein Däne. Und hier, wer kann noch dehnen? David Chisnel versucht gerade hier seinen Score, seinen 142 auf 0 zu dehnen. Ja, ich glaube, das kann man nicht dehnen. Aber vielleicht kann er es checken. Bunting hat es nicht geschafft. Und O'Connor macht irgendwas. Der hat vielleicht auf meinen Kommentar auf Facebook gehört. Oh, oh. Oh, oh. Schlimme Kommentare. Oh mein Gott. Und die Kids kommen wieder nicht los. Und 101. Rest bei Zanko. Oh mein Gott. Ne 27. Flörchen mit dem Angriffsbataillon. 139 nachgeschoben. 28, 55, 59. Erst irgendwelche Sachen verheizt. Und jetzt Zanko braucht. Ne, braucht er nicht. Aber zum Match. Warburton gewinnt gegen Griese. Bitter, bitter. Stefan Griese wird hier nicht in eine Griese gestürzt. Aber immerhin hat er hier fast gewonnen. Gegen Mike Warburton. Tommy Zanko macht nicht zu. Da wirst du doch. Larry, Marcel Erba gegen Smeda. Brunz gegen Schlichting. Vogt gegen François Schwein. Ja, es ist ein Monster-Game. Ich weiß. Aber Daniel Vogt, der Bassmaster. Der muss hier über 90 spielen, wenn er das schaffen will. O'Connor gegen King. Und Floor will nicht. Das Flörchen. Oh, ich mag ja die Luxemburger gerne. Aber jetzt, Tommy, mach halt mal zu, bitte. Einmal bitte checken. Doppel 10. Komm. Wo ist das Ding? Mein Gott. Mein Gott. Eidams verliert gegen Ayan Kontermann zum zweiten Mal. Und Max Hopp, der kann jetzt dann gleich eine 92 checken. Die geht gut. Triple 20, Doppel 16. Man liebt sie komplett. Zanko hat es nicht geschafft. Die Sider hier bei Flörchen gegen Zanko. Unglaublich. Unglaublich. Und hier habe ich mich als Mäder gegen Marcel Erba an. Marcel Erba. Vorhin leider nur was um die 70, 80 gespielt. Eigentlich wollen wir bei ihm die 90 sehen. Naja, sagen wir mal, 80 plus wäre ganz geil. 90 wäre vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Ich habe mal bei irgendeinem gesagt, der kommt mit einem 110er Average zur Challenge Tour. Das ist ja wie, wenn ich zur Penisvergrößerung gehe. Ne, Verkleinerung gehe. Oder sowas. Fand keiner lustig. Dann hat ein Kumpel zu mir gesagt, ja, wissen die, wie groß deiner ist. Und da fand ich es doch sehr lustig. Ja, aber er hat gesagt, wenn ich den bringe, muss ich ihn quoten. Also Ralf, danke für den Joke. Der war ganz geil. Und links unten Max Hopp 4 zu 2. Sauter hat scheinbar irgendwas gecheckt, was er nicht hätte checken sollen. Mit einem Rebreak. Wir kriegen Angst. Wir kriegen diesen Smiley-Mund, der so macht. Diesen. Diesen. Nicht diesen. Nicht diesen. Selbst wenn ich lache, geht die Mundwinkel nicht hoch. Hallo? Bin ich Angela Merkel oder was? Die Wade 2 zu 4. Und Floor gegen Zanko. Der Decider hat es in sich. Es kommt gar nichts raus bei beiden. Ganz, ganz starke Darts. Nicht. Fullwell gegen Jason Lowe. Jason Lowe auch immer wieder einer, wo man sagt, den hättest du fast als Underrated mitnehmen können. Aber eigentlich förderiert er auch jedes Mal. Also was heißt hier Underrated? Das heißt Underrated. Max Hopp mit der 180 und dann gleich mal der 60er Bremse. Jason Lowe, da spricht man über ihn und er schmeißt den 26. Richie Burnett hat gefühlt gerade irgendwie 3 Legs in Folge geholt, weil Bunting nicht zumacht. Ähm, ja. Und so wird es dann doch noch ein ganz schön feuchtfrühlicher Abend hier. Vor allem, wenn man rausschaut, da ist es recht feucht und hier drin ist es recht fröhlich. Von daher alles gut. Max Hopp stellt sich in den Finish. Sauter packt ein, packt die Köfferchen. 45 und jetzt noch eine Nudel hinterher. So eine 22 wäre ganz geil. Ja, 65 nehme ich. Und Floor gewinnt gegen Zanko. Das habe ich also auch umsonst aufgemacht, das Game. Ganz starke Darts. Floor mit einer 171-100 und Floor hat ihn einfach weg. Und dann habe ich Louwenig. Autsch, Louwenig muss gegen Jimmy Vansri. Das sind ungefähr von 10 Leuten, die über 90, über 100 im Average spielen. Hier ist Jimmy Vansri auch einer. Und den hat Louwenig gezogen. Aber Louwenig mit 45, 134. Und wer sich jetzt gerade frägt, warum Louwenig hier ist, kannst du John Henderson anmachen. John Henderson hat noch kein einziges Spiel gewonnen. Genau wie Glenn Durant. Aber Glenn hat eins gewonnen. Und deswegen machen wir John Henderson an. Zweites von links oben, da ist er. Vielleicht kann er mit Glenn auch einen Sieg feiern heute. Das wäre doch mal was. Henderson und Glenn, die schlechtesten Spieler zurzeit auf der Tour, ohne Sieg. und Glenn jetzt mit einem Sieg und kann Henderson nachlegen. Nö, 1 zu 0 ist er hinten und er wird direkt gebraked. John Henderson 69 Average, da geht gerade gar nichts. Er hat seinen Groove verloren, vielleicht 5 Kilo abgenommen oder so, sodass er, weißt du, da ist ja alles aufeinander abgestimmt. Das fand ich schon krass. Also auch beim Idams oder anderen hier werden auch ganz viele Dartspiele. Da war ja ein Megatrend, ein sehr gesunder, sehr guter Trend. Die haben ja 10 Pfund, pundweise Kilos liegen lassen. Da denke ich mir, da musst du doch fast erst mal wieder deine neue Mitte finden, oder? Also Dartspiel technisch, außer du hast jetzt echt so langsam abgebaut, über ein Jahr, über zwei und jeden Tag noch mit Darts gespielt, dann ist es quasi wie Wachsen wahrscheinlich. Das geht dann von selber mit rein. Aber wenn du jetzt echt Hardcore-Kilos verlierst, da hast du erst mal einen anderen Schwerpunkt. Weiß nicht, was Henderson gemacht hat. Ich glaube, war der auch? Doch, der hat auch abgenommen, glaube ich. Jedenfalls hat er im Scoring abgenommen. Und Williams macht gerade mit. 45, 43. Jetzt nur 122 von Henderson. Rechts oben O'Connor. Checkt. Und da hatte ich doch noch ein anderes Fenster. Horvath. Zack. Schon sind wir bei Dragutin. Ich habe den Switcher Ru gemacht. Ich habe den Challenge-Tour-Switcher. Hier, oh, oh. Und Rulofs checkt. 1 zu 1. Re-Break. Leider. Dragutin Horvath. Masse Erba. Und die spielen. Und Lubenik. Die spielen auf der Challenge-Tour. 1, 2, 3 Fenster. Da geht es bis 5. Da geht es bis 5. Und es geht quasi um, ja, eher wenig im Vergleich zur Pro-Tour. Es geht nicht um, die ersten zwei von der Challenge-Tour kriegen halt eine Tour-Card. Aber die müssen halt irgendwie 24 Turniere spielen oder 25. So, und jetzt kam eine Donation rein. Nee, subscribe. Lütz hat subscribed. Lütz, hast du gerade subscribed? Weil ich glaube, es geht wieder. Ich glaube, Lütz hat gerade subscribed. Und es geht wieder. Kann mal jemand schnell den Kanal abonnieren? Dann, äh, vielleicht fliegt dann wieder was rein. Wenn nicht, dann nicht. Ist mir egal. So, Andersen ist raus, links oben. Das ist Vladimir Andersen. Das war nicht Gary Anderson. Gary Anderson hat gewonnen gegen Michael Smith. Erste Runde. Max Hopp 5 zu 2. Jetzt ein 112er-Finish. Jawohl. Und der war wichtig. Der war so wichtig für uns. Triple 20, 20, Doppel 16. Denn Sauta hat gelauert und hat hier einen richtig krassen Angriff auf unser Leck gespielt. Böse. Und übrigens, Whitlock hat doch neulich schon einen neuen Theater gespielt. Ah, nee. Das war De Sosa und, ähm, auch gerade immer nicht Bunting noch im Kopf. Es war aber ein anderer, oder? Ja, bist du Narrat. Oder es war Bunting. Naja, Max Hopp spielt. Gut. Gewinnt 6 zu 2. Die Checks laufen. Average genauso wie sein Feind. Aber er hat es gut gemacht. Und wir haben Hoffnung für heute. Wir haben ein bisschen Hoffnung. Jetzt muss ich fast schon Kevin Dutz anmachen. Du, ich springe links oben auch mal kurz rüber in die Kolleginnen-League. In die Challenge-Tour. Weil Challenge-Tour, da haben wir jetzt Deutsche wie Sand am Meer. Die können wir uns rechts und links rausziehen. Siebmann gegen Keine. Ich mach mal Siebmann gegen Keine auf links oben. Denn da gewinnt auf jeden Fall ein Deutscher. Hängt mein Stream. Hängt mein Leben. Hängt irgendwas über mir. Erba gegen Smelda geht auch nicht weiter. Ulofs geht nicht weiter. 164er-Check von Sebastian Keine. Sebastian, you're welcome. Kein Problem, wenn du suchst, ob jemand einen 164er-Check von dir mit eingebaut hat. Links oben war er gerade. Ich hab ihn mit im Stream gehabt. You can thank me later. Hopp ist raus. Geil, oder? Sebastian. Einfach so bei 400 Leuten verbrieft den Monster-Check mit drin gehabt. Ganz kurz. Jetzt müsst ihr natürlich noch gewinnen, aber gegen Siebmann, das wird eine harte Nummer. Mal gucken. Und in England ist gerade nicht viel los. Smelda, 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 Smelda. Wen wollte jemand anmachen? Niemand, ne? Wie viele Deutsche sind heute dabei? 1000. 1500 Deutsche. Ach, ich mach links unten. Ich mach links unten auch einfach Challenge Tour an. Wir machen gemischt. Wer nicht aufpasst, ist selber schuld. Belmond gegen Kessler. Noster. Noster gegen Glatte. Links unten Monster-Fenster. Stefan Glatte gegen Steven Noster. Wir hatten ein bisschen Glück gerade heute früh in der ersten Runde. Das Challenge Tour Turnier, das Nummer 6er, war ja heute früh. Das ist das Simner, glaube ich. Warte mal. Ne, Players Championship 9. Und Challenge Tour 7, genau. Der hat ein bisschen Glück, weil es haben kaum Deutsche gegeneinander gespielt. Und jetzt ist hier ein Arschvoll Deutsche, die gegeneinander spielen. Rosin Hauke. Hauke Rosin hat 5-1 gewonnen, tatsächlich. Alles easy. Und Lowe gewinnt 6-5 gegen Fullwell. Jason Lowe. Da machen wir halt einen deutschen Nachmittag. Ich habe zwar international in den Stream geschrieben, aber man muss ja nicht immer alles machen, was die Leute schreiben. Also, was man selber schreibt. Brad Clayton gegen Sean Wilkinson. Ne, hier geht gerade aber wirklich gar nichts. Also, hier spielt gerade Kraut gegen Rübe. Und ich change gleich noch den Titel ein bisschen mit rein. Andrew Beaton gegen Kevin Lane. Franz Rötsch gegen Jerry Hendricks. Franz Rötsch, mach mal an. Mach mal an. Danni Klose spielt auch. Titel changing. Aber ich bin hier ein Bon vivant. Ich bin überall zu Hause. Ich bin, äh, Players Championship und, und, wie heißt das Event? Challenge Tour. Challenge Tour 7, Gondel, Kommentar, international, deutsch. Zack. Das International steht jetzt immer noch dran. Ich hatte keine Zeit dafür. War zu beschäftigt mit Dingen. Ich habe immer ein Auge auf die Kollegin. Und eins hier drüben. Und wir gucken mal kurz, ob noch, also ich schaue gerade nicht auf den Stream. Er war eins, schlichtweg 4-1 vorne, 4-0 vorne. Pavane 3-0 gegen Christopherson. Also, einige Deutsche spielen gerade gegeneinander. Daniel Vogt leider gegen François Schwein. François Schwein spielt, äh, ne, 98er Average. Und Daniel spielt 82. Der Bassmaster kann sich da leider nicht erwehren gegen die Feinde. Lou Wenig hier mit einer 100. Gegen Fanskrie. Fanskrie mit 84. Lou Wenig mit 90. Könnte jetzt direkt Re-Break auspacken. Jawohl. Der Kofferraum geht schon auf. 55, 40 von Fanskrie. Und Lou Wenig, der, äh, ja, frägt schon. Eure Jungshälfte kurz ausladen, ne. Und alle so, ja, Decider, Decider. Wupp, wupp. James, die Wade gegen Hughes hier unten. Decider. Kann die Wade nicht durchsetzen? Wir wissen es nicht. Max jetzt gegen Gaga. Jawohl. Dann ist auf jeden Fall mal einer weiter von den beiden. Das, äh, in dem Fall bin ich fröhlich, muss ich sagen. Normal würde ich sagen, Kacke. Aber ich bin gerade happy damit. So. Sascha hat subscribed. Andi hat subscribed. Markus hat subscribed. Marius hat subscribed. Alle drehen durch. Und deswegen explodiert auch mein Chat gerade, wie verrückt. Der liebt es nämlich, wenn Leute den, äh, Abonnier-Button unter dem, unter dem Stream drücken. Ich weiß nicht mal, ob der unter dem Stream ist. Aber irgendwo in der genaueren, in der näheren Nähe hier, rechts unten war auch ein Decider. Hält er sich auf. Und alle freuen sich, dass wir hier heute eine ganze Packung Deutsche haben. Wir haben mal eine Fünferpackung Deutsche aufgemacht. Und da hat sich herausgestellt, die war falsch gedruckt, falsch gepackt. Da sind 55 Deutsche drin in der Packung. Und wir haben Gary Anderson. Den, äh, den, äh, lade ich mal rechts unten ein, bevor ich den vergesse. Aber sonst spielt gerade echt die Krautrübel. Nur wenig. Challenge Tour. Horvath, Challenge Tour. Brooks, Players' Championships. Challenge Tour. Marcel, Players' Championships. Und links oben sieht man gegen keine, sieht man gegen keine 2 zu 2. Challenge Tour. Links unten, Noster gegen Latte, Challenge Tour. Also, wir sind bunt gemischt im Stream und ich kriege gerade Sauerstoffkopf. Von daher muss ich mal kurz aufwenden zu reden und erstmal ein Stück trinken. Shuffle Girls, das Duell kommt rechts unten. Habe ich, habe ich auch. Ich habe jetzt Bock, so ein paar Nüsse zu essen. Wade verliert gegen Hughes. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Hier unten. Ja, was sagt ihr zu Hopp gegen, gegen Clemens? Ja oder nein? Ich muss sagen, nach, nach dem ganzen deutschen Dramat, Dramatien hier in letzter Zeit, bin ich eigentlich ganz happy, dass da ein Deutscher weiterkommt. Das ist natürlich auch das Positive von dem Matchup. Das Negative ist natürlich, dass einer rausfliegt. Ähm, ja, aber, ja, die Chance wäre momentan auch, dass beide rausfliegen. Verstehst du? Wir haben gerade sowieso arschknapp die Kurve gekriegt bei Gaga. Ich muss sagen, Max war gerade überzeugender. Oh, und da könnte man jetzt eine Umfrage starten, aber ich will eigentlich gar nicht den, ich will gar nicht den antideutschen Hass schüren. Wir halten zusammen. Also Gaga oder, oder Max, machen wir nicht. Wir machen was anderes. Ja, hier, Noster auch gegen Glatte links unten. Das lassen wir einfach mal so laufen. Links oben keine gegen Siebmann. Da sind auch beide berechtigt zu gewinnen. Erba gegen Smader, da wollen wir eigentlich Marcel Erba, aber das Ding hängt doch, oder? Da steht es doch die ganze Zeit schon 2-1. Schmeißt er noch? Oh, da schmeißt einer. Hm, doch, da schmeißt doch noch einer. Wenn ihr auch was machen wollt, Daumen hoch schmeißen, könnt ihr machen unter dem Video. Papp. 400 Zuschauer, 150 Daumen hoch. Das heißt, einige sind am Slacken. Und gerade kam die fette Subscriber-Welle rein. Jetzt ist wieder Pause. Ich glaube, das Stream-Elements sammelt die. Die Wade verliert nicht gegen Hughes, ist die Antwort. Hier. Und rechts unten spielt jetzt Gary Anderson gegen Menzies. Menzies. Ist der jetzt der Freund von Phelan Sherrock oder tun die nur so? Ist das Netflix und Chill oder ist das ernst? Oder ist das Jodel? Man weiß es nicht. Devin Peterson lade ich nochmal ein. Ja, den African Warrior gegen Damian Moll. Und das ist ein internationales Stream. Er ist ein Nederlander. Und da ist noch ein Nederlander. Und noch ein Nederlander. Also wir haben so viel Holländer drin. Übrigens hier unten auch. Franz Rötsch gegen Jerry Hendricks. Sieht aus wie Players' Championship, ist aber Challenge-Tour. Aber kann ja noch werden. Und da ist ein Break. War das ein Break? Nee. Franz Rötsch ist leider hinten. Autsch. Gegen Jerry Hendricks. Jimi Hendricks wurde hier schon vermöbelt bei der Players' Championship von Michael Van Gervin gerade vorhin. Ich gehe da nochmal kurz rüber. Der müsste auch nochmal spielen. Gervin Price steigt ein gegen Reat Nentjes. Und ich muss sagen, er könnte direkt verlieren gegen Nentjes. Und John Henderson, leider, leider für den Henderson-Fan. Ich bin auch Henderson-Fan. Mir blutet das Herz. Der wird hier gewidewashed. Cameron Manzi checkt eine 144 gegen Henderson. Zum Break. Okay, danke dafür. Sagt erstmal Hallo Henderson. So, batsch. Pochert ihn weg. Oder Chris Rock-Ding. Will Smith ihn weg. Einfach zack, eine 144 ins Gesicht. Ohne Frage. Links unten Noster auf 18. Kann hier checken. Links oben keine. Kann er eine 100 checken. Eine 167. Hat er, glaube ich, vorhin gecheckt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Jimmy Vansry ist vorne gegen wenig. Hier geht es nur bis 5. Da muss man wirklich die Backen zusammenkneifen. Und Bradley Brooks gegen... Das waren... Wenn das waren jetzt die 95 checkt, dann mache ich hier Gervin Price auf. Und wenn nicht, dann warte ich noch kurz. Ja, so cool bin ich. Ich bin so cool wie der Iceman. Nur noch cooler. Hat keine gecheckt. Nee, 4 zu 2 für den Feind. Bradley Brooks checkt nochmal. Smetor gegen Erba. Guck mal. Und Williams. Ja, Williams, das sieht hier aus nach einem 6 zu 0. Für Williams. Henderson ohne Chance. Wippt hin und her. Kann es aber nicht schaffen. Calve gewinnt gegen Luke Mell. Dann mache ich halt da Gervin Price auf. Da habt ihr aber Glück gehabt. Gervinowicz-Preisano. Er spielt trotz gebrochener Hand. Ich weiß nicht warum. Wenn die wirklich gebrochen ist, dann ist er einfach nicht so schlau. Weil da muss man einfach mal kurz nicht jedes Players Championship mitnehmen. Aber ja, wenn er sich was beweisen will, weiß ich nicht. Er hat jetzt ein 69er Average. Ich denke mal, der wird noch ein bisschen hoch gehen. Aber wenn er echt die Pfote gebrochen hat und sein Hirn angeschlagen, dann soll das halt einfach mal ganz kurz ein bisschen anheilen lassen. Wenigstens. Gary Anderson rechts unten 1-1. Außer der Arzt hat gesagt, ja, er muss auf jeden Fall Darts spielen. Die Hand ist zwar gebrochen, sieht aber gut aus soweit. Also, falls du solltest eigentlich nichts machen, außer wenn Darts ansteht, dann auf jeden Fall ruf auf die Mutti. Und er so, ja, Darts wird anstehen. Wäre ganz geil. Und er so, ja klar, dann musst du auf jeden Fall spielen. Gut, dann hat er es gemacht. Kevin Burness, Graham Roran, Graham Hall. Da sind lauter Spiele. Ich weiß nicht warum, aber wir kommen später wieder in eine neue Phase, wo wir eintauchen. Deutsche haben wir leider einige verloren. Der Dolan gegen Ricky, ist das Ricky Evans? Ja. Brennan Dolan, Ricky Evans, das mache ich doch gerne auf. Das schaue ich mir gerne an. Das ist ganz geil für mich. Wir haben hier leider Franz Retsch 3-1 hinten gegen Jerry Hendricks. Moll Peterson 2-0 für Moll. Rechts unten 1-1. Rechts oben. Dragutin ist vorne. 4-3. Jawohl. Dragutin, gib ihm. Oh, shit. Ich habe den Ding vergessen hier. Zack, was der Gugatana noch nicht auch sagte. Der schrieb mich an und sagte, Simon, wie machst du das, dass die Fenster sich automatisch updaten, ohne dass du die aufmachen musst? Gar nicht. Ich muss die schon immer aufmachen. Nur ich bin da mittlerweile so dran gewöhnt, dass ich ganz gut da drin geworden bin. Weil das macht einen wahnsinnig. Ihn hat es wahnsinnig gemacht. Ich verstehe es. Ich habe ja schon mal Lösungen dafür gesucht. Links oben auch eine Lösung für 32 gesucht. Bei Siebmann zum Match. Matchstart links oben. Man spielt hier nur bis 5 bei der Challenge-Tour. Ja, das war ein Gewinn gegen Brooks. Fansri ist 4-2 vorne gegen Luvenik. Luvenik wird doch nicht schon wieder in der ersten Runde hier. Was heißt schon wieder? Aber jedenfalls Luvenik, weißt du? Wir wollen doch, dass der das Ding gewinnt. Oh, ich habe die Herzen auf den Augen. Oh, hätte ich mich jetzt geil justiert, hätte ich die auf den Augen gehabt. Siebmann gewinnt gegen keine. Sebastian, wir werden dich nie vergessen. Dein Finish ist im Chat. Und ich habe Kevin Luhr direkt mal. Den mache ich auf links oben, weil der vorhin ganz geil war. Ja, toll. Jetzt hat er 62 stehen. Oh, Michael Seemann. Das ist kein Deutscher. Es gibt auch einen deutschen MC-Mann. Das ist er aber nicht. Das ist nämlich, ist der Däne oder ist der Norweger? Oder dehnt der eine Norweger? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das Wahn gewinnt gegen Brooks. 6-3. Den machen wir rüber. Da findet man noch was Schönes. Anderson habe ich auf. Matt Campbell gegen Watti. Ed House auch dabei. Humphreys gegen Dönermann. Ah, ich mache mal Matt Campbell auf. Gegen Watti. Campbell letztes Jahr diese Challenge-Tour, die hier auch offen ist, gerade gleichzeitig. Oh, Price auf einen neuen Darter. Mit der Pfote. Schöne Darter von Price. Gewonnen. Und deswegen jetzt auch mit der Tour-Card. Matt Campbell. Und Gavin Price. Ah. Das kommt davon, wenn man mit Amateuren spielt. Gavin Price einfach daneben geworfen. Nichts geschafft. Und ich schaue in die Challenge-Tour ganz kurz rüber. Nostra 3-1 haben wir offen. Markus Kessler ist 4-0 hinten gegen Stefan Belmont. Andrew Beaton führt 2-1 gegen Kevin Lane. Karl Krohn 4-0 vorne gegen Rudi Pennen. Karl spielt einen 69er. Rudi spielt einen 60er. Du wenig verliert gerade. Ich kriege hier Sprachfehler, du. Du wenig hat verloren. Schade. Jens Ziegler gegen Paulo Ferreira. 3-1 hinten. Normalerweise Chancen los hier. Aber Jens Ziegler fightet. 32-140. Okay. Marcel Erba auch böse. Und Dragutin gegen Rulovs. Matchstarts für Rulovs. Nicht genutzt. Dragut. Oh. Sorry. Andersrum. Matchstarts Dragutin. Rechts oben. Rulovs hat es nicht geschafft. Matchstarts für Dragutin. Anderson checkt. 2-2. Dragutin. Ja. Dragutin gewinnt gegen Owen Rulovs. Was für ein Fight. 84 garbage von Dragutin. Der war verdammt wichtig, der Sieg. Man merkt es auch an meiner Reaktion. Und jetzt habe ich aber hier Jensen gegen Zaganski. Denn da habe ich eigentlich gar kein Challenge Tour Fenster offen. Da habe ich nur heimlich reingesneakt. Da habe ich vorhin eine abartige Kombination von Sachen fabriziert, die zu Sachen geführt hat, die dazu geführt haben, dass ihr das jetzt gesehen habt. Aber eigentlich war das gar nicht da. So. Connel, nimm mal meine Skoya Einladung an. Warum bist du gerade online in der Lobby? Also erstens. Ich bin nicht online. Hier drüben siehst du, ich bin nicht mal eingeloggt. Und zweitens. Nö. Wie soll ich denn deine Einladung annehmen, wenn ich gar nicht da bin? Daniel Barnickel. Ich bin nicht eingeloggt. Wenn, dann ist das Förderzentrum eingeloggt. Das kann aber auch gar nicht sein, weil da nur meine Schwester ist und es spielt kein Darts. Und die weiß auch nicht, wie die sich einloggt beim Skoya. Also eigentlich dürfte ich nicht da sein. Kannst du sie gerne nochmal anmachen. Hier drüben steht doch Login. Login. Darts Connel. Ich bin nicht eingeloggt. Da muss ein Fehler vorliegen. 118 gecheckt von Anderson. Ah, der Daniel. Hör mir auf doch. Hör mir auf. Jetzt gibt es schon solche billigen Rixia. Boah, ich weiß nicht, um die Platte zu kühlen. Solche gemeinen Angriffen. Und es funktioniert auch noch. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Der hätte sogar sein können. Weil vorher weiß ich denn, ob im Förderzentrum nicht das Ding an ist. Ist es aber nicht. Ich werd, ich werd verrückt. Okay, 1-0 für dich. 1-0 für dich. Aber irgendwann, wenn du schläfst. Wenn du nicht aufpasst. Irgendwann. Komm ich. So, kannst du MBG reinmachen? Ja, sicher. Sicher. Gleich, wenn ich mich erholt hab von dem April. Ist nicht gut im Kopf. Von dem April-Scherz. Strava. Dustin Strava gegen Colley. Gegen Reese Colley. Den brauch ich nicht. Rössler. Frank Peter. Eric Rollinger. Nein. Okay. Wir gehen rüber zur PTC. Und machen MBG an. Und dann langsam kommen die Big Guns wieder angerollt. Ich war mal ganz kurz beim Kühlschrank. Mein Hirn abkühlen von diesem April-Scherz. Links unten MBG. 1-0 vorne. Hatten 15 Darter gespielt. Jetzt die Chance mit zwei Darter zu checken. Hat er aber nicht geschafft. Danny Jansen rechts oben. Checkt mir 151. Alles klar. Auch nicht schlecht. Und da haben wir Kevin Gräbe gegen Jess Barstow. Autsch. Warum hat Jess Barstow vorhin eigentlich nicht gewonnen? Was ist denn eigentlich los mit der Tour? Das ist auch nicht mehr, was der mal war. Penhall Price. Brandon Dolan. Die Soße mache ich an. Van der Forth. Soße rechts oben. Falls ihr zwischendurch deutsche Namen seht, wie hier Jens Ziegler zum Beispiel. Das ist Challenge Tour. Der fightet gegen Ferreira gerade. Und Ricky Evans 3-0 vorne gegen Brandon Dolan. Der spielt zwar wieder in 100er, kann aber nichts machen. Das ist schon krass. Kevin Durling ist oben auch am fighten. Und Ted Evans holt sich dieses Leck tatsächlich. Rebreak. Rebreak. Wupp, wupp. Ist so, Leute. Ich sage es ungern. Ist aber so. Gervinovic Prezano spielt hier gegen Nantes. Nantes ist ein 99er Average. Prezano 93 ist trotzdem vorne. Da muss irgendein Check gefallen sein. Und Franz Rötsch jetzt mit einem wichtigen, wichtigen, wichtigen Check zum 4-3 mit Break. Franz. Franz bleibt locker. Franz schiebt ihn raus. Jawohl. Mit Break. 4-3. Und Franz wirft an zum Sieg. Der ist wichtig. Der ist verdammt wichtig. Wen haben wir noch am Start? Ich gucke mal kurz auf allen Rohren, auf allen Kanälen. Es ist ein Haufen. Haufen los gerade. Daniel Klose 3-2 vorne gegen Fabio Piscitelli. Und Fabio Piscitelli hat vorne in 50 Average gespielt. Und da dachte ich mir, der kann gar nichts. Daniel Klose ist jetzt nur 3-2 vorne. Böse. Daniel Skoda 4-2 vorne gegen Danny Moore. Danny Moore spielt 53. Daniel spielt 58. Okay. Sachen gibt es. Kevin Koch fängt an gegen Gavin Carlin. Böses, böses Spiel. Gavin Carlin, sehr guter Spieler. Nick Kenny 1-2 vorne gegen Eric Rollinger. Eric mit 57. Nick Kenny? Mit 55? Nick Kenny? Hä? Okay. Weiß nicht warum. Jess Pasto gegen Grebe fängt an. Und das habe ich auf der Double Line rechts oben. Bei Van der Fort Soße. Mioch Kuhhorn. Mioch Kuhhorn. Bin ich da, bin ich in der Ding, ne? Joffrey Murray gegen Stefan Rössler. Und Herzig. Roger Herzig spielt auch schon wieder. Und Roger Herzig spielt diesmal sogar besser. 79 Average. Das heißt, der hat das 1-0 gemacht in, wer weiß es, 19 Darts, ne? 79. 19 Darts. Rechts oben die Soße. Und genau, ich wollte euch das Soßenfenster zeigen. Rechts oben da, wo die Soße spielt. Da kann ich nämlich auch einen River Dancer anmachen. Hier. Barstow Grebe, Soße. Barstow Grebe, Soße. Okay, Barstow ist böse zu Grebe. Ach, das ist Kevin Grebe. Kumpel von PET. Aber leider, Kevin, der spielt halt auch nicht über 70. Sagen wir mal so. Das wird schwer. Jess Barstow spielt nicht unter 90. Wenn die zwei aufeinandertreffen, gibt es normalerweise Eis. Eis-Banana-Split. Die Banane wird gespalten und das war's. Price 4-2 und MVG 2-1 vorne. Hat das Re-Break, Re-Re-Breaked sozusagen, so wie es aussieht. Jawohl, das war ein Re-Re-Re-Break. Ein Re-Re-Break. Ich habe es einmal zu oft gesagt, ich weiß. Ich habe mich da von mir selber davontragen lassen. Tut mir leid. Tut mir leid. Falls ihr euch von euch selber davontragen lassen wollt, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen und ein Abo unter diesem Stream. 161 Likes haben wir allerdings. Ihr könnt es auch nicht machen. 171. 171 gefällt mir gut. 400 Zuschauer gefällt mir gut. Wir frieren das so ein. Wir lassen es so. Franz Rötsch friert auch ein. Er gewinnt überzeugend. 5 zu 3 gegen Hendricks. Wow. Da war er hinten. Da hat er nochmal wirklich alles zusammengenommen, der Franz. Und hat es geschafft. Und hat diesen Hendricks aus dem Weg geräumt. MVG hat auch schon einen Hendricks aus dem Weg geräumt. Ich weiß bis heute nicht, ob die Brüder sind oder ob es davon einfach zu viele gibt. Und wir machen jetzt unten im Primetime-Fenster Roger Hertig. Und ihr dürft dreimal raten, aus welchem Land der kommt. Gegen Frank Peters, der zum Glück noch ein S bei Peters hat. Sonst wird er Frank Peter heißen. Und wir wissen nicht, was sein Name ist und was sein Vorname ist. Und das würde man normalerweise nicht sagen. Aber da steht auf jedem offiziellen Formular von der Bundesregierung Name. Und du schreibst so Simon und dann Vorname. Und du so, scheiße. Alles nochmal neu. Immer. Jedes Mal. Seit Jahren. Seit 30 Jahren, glaube ich, fülle ich Formulare auf. Und immer schreibe ich mein Name, mein Name. Rob Cross gegen George Killington fängt an. Und leider fängt Rob Cross da an. Denn Cross hat Flo Hempel besiegt. Im Decider am Ende sogar. Aber Flo Hempel hat da leider auch zu spät die Waffen gezogen und geballert. Denn wurde da zunächst hart niedergestreckt von Cross, der ein 107er Average spielte, die ersten Legs. Wir haben rechts unten Anderson Manzies. Anderson ist schon fertig mit Manzies. Anderson 104er Average. Vorhin Michael Smith besiegt mit 104. Irgendwie sowas, ne? Ryan Searle, Roby John. Rechts unten. Hammer auf dem Menüplan. Nehmen wir gerne mit. 105er Average von Roby. Der gegen irgendwas Deutsches gewonnen hat. Gegen Ricardo Pietrecco. Weil Rusty Jake hat gegen Gaga gespielt. Und der hat nicht gewonnen. Und ist somit auch nicht weiter. Und kann auch nicht hier spielen. Peter Wright gegen Rusty. Wir gehen jetzt dann gleich so langsam smoothen wir rüber. Manzies holt nochmal eins. Von der La 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 Challenge Tour zur Tüdelidü, ne? Zur Players Championships. Denn es kommen die interessanten Games wieder rein. Die Top-Spieler kommen wieder rein. Barney im Warm-Up. Heta im Warm-Up. Labanowski hat tatsächlich gewonnen. Da wollte ich nochmal runterscrollen. Was hat der gemacht? Gegen Adam Hunt. Hunt war da 3-0 vorne. Und Labanauskas 6-3 gewonnen. Der war nicht 3-0 vorne. Warte mal. Bevor ich was Falsches sage, schaue ich mir das ganz kurz an für euch. Hunt war 2-0 vorne. Und hat dann 5 Lags in Folge abgegeben. Dann wieder eins gewonnen. Und dann doch noch verloren. So. Moritz hat den Like wieder weggemacht, damit wir noch im Finish-Bereich sind. Jetzt kannst du wieder hinmachen. Jetzt sind wir bei 178. Jetzt sind wir eh aus dem Finish-Bereich. Aber danke dafür. Sehr gut. Sehr gut. Wenn ihr mitdenkt da. Dosiert Daumen geben, ne? Double D. Doppel D heißt auch dosiert Daumen. Das wisst ihr, ne? Nicht, dass man da was falsch ist. Daumen hoch. So. Erwitz gegen MBG. 2 zu 3 nur noch. Erwitz mit der 180. Da wird gekämpft. 4 zu 3 bei Nantjes gegen Price. Da wird auch gekämpft. Also die Fights sind on. Links unten. Die mehrfachen Weltmeisters sind am Fighten. Jägermeister, Waldmeister, Weltmeister. Ist alles gleich heute. Vor dem Herrn sind alle gleich. Und bei der Soße, schaue ich nochmal kurz rüber. Beaten gegen Lane. Warum hatte ich das offen? Okay, das war gar nicht offen. Das war ein Fake-Nap-Spiel. Das nie offen war. Kein Problem für mich. Van der Ford gegen Soße. Da ist Grebe. 2 zu 0 hinten. Spielt in 60er. Barstow mit 81. Okay. Da habe ich echt genau das falsche Game hinten dran geladen. Aus Versehen. Van der Ford checkt einen. Was hat der da jetzt gedacht? So 82. Genau, gut. Und Gaga mit einem 170er Finish heute schon, Leute. Gaga mit einer 170 schon. Ich mache mal. Ach so, heftig gegen Peters wollte ich wegmachen. Aber Peters ist ja sogar. Ne, okay. Das ist mir auch zu heftig. Herzig. Aber es war ein Schweizer vorhin im Stream. Wo ist der Schweizer hin? Doha Jackpot sagt, Dolan und Doby sind immer die Spieler, die fett auspacken, 100er irgendwas Average und trotzdem verlieren. Ja, auch Jason, nee, nicht Jason Lowe. Es gibt ein paar so Spieler, wo du sagst, boah, Joe Mernon war eine Zeit lang so. Immer irgendwie ein 100er Average, jedes Mal verloren. Ist aber jetzt schon länger her. So, jetzt war irgendwas mit der Schweiz. Der David ist natürlich da. Der David schweizt sich einen rein. Hier, willst du den Roger sehen? Komm, ich lasse den Roger drin. Es ist nur Darts, Leute. Bitte nicht aufregen, erstmal zurücklehnen, ne, gucken, wer was zu tun haben will, mit der Maus oder mit dem Finger, abonnieren, Daumen hoch und dann was zu essen holen, was zu trinken. Ich habe mehrere Sachen davon da. Ich habe das Frühstück noch da, das Nachmittagessen und das Mittagessen und das Abendessen, aber ich komme zu nichts. Meine Kinder haben gestern gefragt, 161er Finish rechts oben von de Sousa zum 12-Data. Die haben gefragt, Baba, warum isst du immer nicht, wenn du streamst? Sag ich, ja, ich arbeite mit dem Mund. Ne, und Essen tut man auch mit dem Mund. Und da war denen völlig klar, dann kannst du ja gar nicht arbeiten und essen gleichzeitig. Ne, und ich so, ja, genau. Tragisch. Ich bin eine tragische Figur in der, in der, im Theater der, der, der Darts-Szene. Ich weiß, ich kann verhungern am offenen Mikrofon, ne. Links unten, MVG. Jetzt droht, äh, hier 3 zu 4 nur noch vorne zu sein. Und Price bei 208 hat mal kurz Pause gemacht. Jetzt wird er wieder zuschlagen. 78er-Check von Ted Evitz. 3 zu 4 hinten. 107er-Average von MVG. Der muss hier schon auspacken, ne. Evitz hat 101. Und du musst aufpassen, nicht gebraked zu werden hier. Nentes, Villa, Dribbel 19, Dribbel 19 und die Bude. Okay, Thomas Kübelbeck macht, äh, on set, 2 Euro, äh, Super-Chat. Danke dir dafür. Und ich hoffe, keiner hat zwischenrein donated und ich hab's nicht gesehen. Da ist, da ist die Explosion. Also, da müsste jetzt eigentlich alles funktionieren. Arne muss mich auch nicht mehr anrufen. Jens Ziegler hat hier einen ganz wichtigen Dart auf dem Lutsch, auf dem Schlappen. Muss hier den Ausgleich machen zum Decider. Jens Ziegler, jetzt mit Break, hat 180. 134, Jens, komm, du schmeißt dich 180, 134, um dann nicht den Ausgleich zu machen. Bleib dran. Jawohl, Jens Ziegler, Decider, Decider, whoop, whoop. Und Kevin Price hat doch kein 59 geworfen. Er hat sich nur 149 gestellt, damit er die ins Gesicht checken kann von Nentes. Übel, muss ich sagen, übel. Und da hab ich Jabril Clément gegen Max Opp. Und das Spiel fängt genau an, jetzt zum Price. Da ist es. Ich wollte ja eigentlich Peter Wright anmachen, hab ich aber nicht geschafft. Damian Moll will auch nicht, weißt du, wenn Damian Moll jetzt hier gecheckt hätte, dann hätten wir jetzt hier Peter Wright reintun können, aber nö. Aber nö. Und die Soße macht auch langsam gegen Van der Forth. Lauter 180er, die drehen alle durch. Hertig ist nochmal da. Avetz könnte jetzt einen Angriff starten. Avetz braucht jetzt eine gute Aufnahme. Dann kann er hier MVG breaken. Und warum nicht, er spielt einen 101er Average. Ja, da ist der 180 von Ted Avetz, links unten. MVG wird auf die 160 festgenagelt. Brust an die Wand. Naja, eher Hintern an die Wand. Aber jedenfalls, er legt ihm die Kollegin auf die Brust. Und jetzt kann Ted Avetz checken. Und jetzt mach ich Worsley an. Als nächstes mach ich Cross an. Äh, jetzt mach ich Worsley gegen Peter Wright an. Hier, ist hier oben jetzt. Die Soße, 5 zu 2. Äh, Rob Cross ist 2-1 hinten nämlich. Hauptsache, den Hempel verarztet, ne. Und Roby John gegen Searle habe ich rechts unten auf. Wo keiner checken will. Roby John jetzt auf 25. Searle hat 40. Oh Gott. Searle hatte sich, oh Gott. Searle hatte sich ein 10-Darter gestellt. 140, 180, 141. Perfekt gestellt. 10-Darter. Roby John holt aber das Leg mit Re-Break. Re-Break. Wupp, wupp. Beziehungsweise mit einem Break. Gabriel Clement gegen Hob. Ich hoffe, dass hier ein Deutscher gewinnt. Gabriel checkt. 1 zu 0. Erstes Leg ist weg. Max Hob hat 70 nicht checken können. Gabriel wird nicht gebrakt. Hat's Bull gewonnen. 1 zu 0. 94 Kevra steht jetzt bei beiden dran. Sind quasi, äh... Ja, Sachen, die es gibt. 15, 16, 18. Ich erst mal was. Nom nom, nom nom. Ich brauche mal Hirnsauerstoff. Danke für die Runde Mitleid. Die habe ich gebraucht. Du hast auch Österreicher im Stream. Na klar, Wolfi, das weiß ich. Österreicher habe ich immer im Stream. Die sind so, zack. Die nimmst du so mit. Die sind ganz klar, dass die da sind. Aber die Schweizer hast du nicht immer im Stream. Da musst du aufpassen. Iris ist oft da. David ist auch oft da. Klar. Ich wollte nur wissen, ob jetzt gerade lokal momentan Schweizer da sind. Okay, MVG hat gesehen, dass die Stunde geschlagen hat. Und hat einfach mal ein Elf-Darter gespielt zum Re-Break. Er war ein Zwölf-Darter, sorry. Und Kevin Lohr gewinnt links oben im Challenge-Tour-Spiel. Kevin Lohr gewinnt gegen den Seemann. Starke Darts, Kevin. Wunderbar gemacht. MVG mit dem Re-Break. Re-Break. So, dann haben wir Joshua Herrmann. Tobi Scheifel. Zagatz. Frank. Frank Peters kämpft immer noch. Hier unten gegen Roga. Die Scores sind geil. Roga auch mit 100, 100, 180. Aber dann. Aber dann. Doch, er checkt. 3 zu 2. Breakt. Er breakt Frank. Chabri Clemant gegen Hopp. Breakt Gaga jetzt auch den Max. Und breakt er ihm das ganze Gesicht gleich mit? Oder breakt er ihn nur so? Und Ziegler hier leider im Decider gegen Ferreira. Stark gekämpft nochmal. Die Soße hat sich nochmal ein Almigurt aufgemacht. Oh mein Gott. Seht ihr rechts oben, was da aus Versehen reinkommt? Zum Glück. Zum Glück habe ich das Fenster aufgemacht. Ich habe jetzt eigentlich gerade nur die Soße zugemacht. Schau, was da steht. Schmutzler gegen Horvath. Schmatzler gegen Horvath. Und ich mache da Rob Cross an. Da müssen wir aber im Fokus bleiben. Da müssen wir uns konzentriert darauf zurückarbeiten, dass Schmatzler gegen Horvath später spielt. Absolutes Topspiel deutsches. Anderes deutsches Topspiel. Hier eine Klasse höher, sollte man fast meinen. Aber du kannst Horvath, Schmutzler, Gaga und Hopp mischen und rumschütteln und da kriegst du eigentlich immer ein gutes Spiel. So muss man es eigentlich sehen. Tendenziell Hopp und Gaga natürlich eigentlich einen Ticken besser. Deswegen auch da, wo sie sind. Aber wenn man sieht, wie Dragutin knapp die Tourkart wieder verpasst hat. Man weiß es nicht. Ich mache Koch gegen Van Meysen auf. Kreisbert Van Meysen schon wieder. Gegen Marvin Koch. Und MVG gewinnt dann doch gegen Ted Evertz mit diesem sagenhaften Leck, das er gerade eben gespielt hat. Wer hat wen umgebaut? Warum wirft Clemens bei 40 Rest eine 8? Vielleicht hat er die 1 getroffen und musste dann 7 für 32 machen. Das passiert mir eigentlich ständig. Das passiert jedem von uns ständig, glaube ich. Erstmal Tops Rest und erstmal eine 1 treffen. So, MVG erstmal 39 Stellen. Am besten so drüber, drüber 1. Dann erstmal 39 Stellen. Gavis gegen Penhall. Eddhaus gegen Hudson. Mach ich kurz auf. Links unten. Decider, Decider. Wup, wup. Wir lieben die Decider. Oh, Peterson gegen Moll war auch ein Decider. Habe ich total verpasst. Schade. Shame on me. Shame on me. Shame on me. So, habe ich dafür gesungen. Noch krasser Ratajski gegen Beaton. Hey, wie der mich erwischt hat hier vorhin, der Kollege. Wie der mich erwischt hat. Nimm mal die Einladung. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Was ist eigentlich mit Gilding los? Spielt den 17 besten Average direkt unterschiedlich? Der ist schon. Der Gilding ist schon immer wieder krass. Ich for the win, hat es total verpeilt. Der Gilding, der hat auch schon mal. Es war übrigens Andrew Gilding, oder? Der 5-0 vorne war gegen Gaga. Und Gaga hat 6-5 gewonnen. So, Max Hopp mit einem 108er Finish. Er hat keinen Bock mehr. Er braked Gaga. Braked Gaga und hat vorhin auch einen Check gefunden. Beaton gewinnt immer noch jedes Turnier. Das ist richtig. Hier ist er wieder und gewinnt auch schon wieder. Spielt einen 107er Average. Spielt wahrscheinlich mit Abstand den höchsten Average. Alle Leute, die gerade am Turnier teilnehmen. Das ist aber auch normal für Steve Beaton. Peter Hudson hier links macht einen Deutschen. Bei eigenem Anwurf. 140, 180 und dann erstmal 42 in Runde 3. Man kennt es. Vor allem als deutscher Fan. Deutscher Darts-Fan. Man kennt es. Heta gegen Labanauskas. Rasma gegen Low. Ich glaube, ich kann mal ganz kurz hier so einen 0815 Grießbrei aufmachen und reinfüllen. Und ich habe einen Marienkäferlöffel. Um den gibt es manchmal Streit, aber jetzt habe ich ihn. Ha! Hm. Kaum sind die Kinder aus dem Haus. Aus dem Haus. Aus dem Haus. Kriege ich nämlich den Marienkäferlöffel. Das erinnert mich daran, dass ich vorhin einen geilen Namen hatte für irgendwas, aber vergessen habe, wofür und was der Name war. Ryan Sturl mit dem Elfter, hat er rechts unten. Aber es hat mich daran erinnert. Also immerhin ein kleiner Trostpreis für meinen Hirn. Ich habe mich daran erinnert, dass ich was vergessen habe, das ich nicht mehr weiß. Rechts unten Heta gegen Labanauskas. Labanauskas gegen Hunt gewonnen. Da habe ich Hudson noch. Der hat Adhouse wegmarschiert. Dobie gegen Joyce. Ich habe das Gefühl, Leute wollen Dobie sehen. Oh, ich mache Raymond von Barnefield an. Links unten. Ich habe das Gefühl, Leute wollen Dobie sehen. Zack, Raymond von Barnefield angemacht. So, Hopp 104er-Finish hinterher. Fragezeichen. 108 hat er gerade gemacht. Die 104 sieht auch lecker aus. Ja, und Roger. Der Roger spielt einen 15-Darter. Gegen Frank, der fast einen 15-Darter spielt. Krass. Das war ein ganz geiles Game zwischen Roger und Frank, muss ich sagen. Das war ganz gut. Challenge Tour. Max Hopp hat das nicht geschafft. So, und jetzt haben wir Schmutzler. Ich mache Bega gegen Konstantini an und rechts oben Cross gegen Killington. Da muss ich kurz den Switcheroo einpacken. Schauen Sie mir die Augen rechts oben. Wenden Sie ihre Augen nicht ab. Schmutzler gegen Horvath. Schmutzler gegen Horvath. Schmutzler auf 101. Kann er checken? Kann er nicht checken? Kanalisation? Hallo? Ist da noch jemand? Nee, kann er nicht. Und wir schauen rüber bei Cross. 180, 95. Und er wirft. Und wir gehen wieder rüber zu Horvath. Horvath checkt. 1 zu 0. Und wir gehen rüber zu Cross. Ja, ich weiß. Konstantini gegen Robin Bega. Ich bin sehr, sehr fortschrittlich hier. Ich bin der Multistreamer. Der Uber-Streamer. Und Hopp checkt. Trotz Gaga seiner... Hornhorn, René. Hat Max Hopp dieses Leck übernommen. Links unten Barnefeld. 2 zu 0 vorne. Rechts unten Darius Sabanauskas. 1 zu 0 gegen Hetter. Kann er Hetter knacken? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke, dass Hetter ihm jetzt gleich übelst Feuer macht. Und schmutzler gegen Horvath. Die fangen gegen die Diegen an. Wir gehen wieder bei Krosinski rein. Wenn Krosinski hier fertig ist, dann machen wir Horvath auf Dolan im Decider gegen Evans. Hier. Decider, Decider. Wupp, wupp. Und Dolan auf 85. 3 Rest bei Evans. Der war nicht in der Lage. Der war nicht in der Lage. Abel had two children, but Kain wasn't able. Oh, und Dolan gewinnt gegen Evans. Der nicht able war hier. Und jetzt habe ich Dolan weiter. So schnell kann es gehen im Darts. Zack daneben, zack rein. Und jetzt haben wir, haben wir Dobing Fans. Dobing? Ich mache Gilding an gegen Louis. Gegen Louis Williams. The Prince of Wales. Andrew Gilding. Einfach so. Nur um zu verhindern, dass ich ein anderes Spiel anmache, das ich eigentlich die ganze Zeit anmachen will. Nämlich Dobie. Man weiß es nicht. Chris Dobie hat einfach Pech. Gegen Ryan Joyce. Eigentlich ein ganz gutes Spiel. 1-0 für Dobie. 14 da hat er gespielt. Vega gegen Konstantini hier aus deutscher Sicht. 88. Garbage von beiden. Und einer muss hier raus. Ganz bitter. Genau wie hier drüben. 4-1 für Max Hopp. Max Hopp hat sich hier den Gaga ausgesucht. Der Giant ist angenockt. Und Hopp will sich hier rehabilitieren. Über den Rücken des Giants kann man natürlich sehr weit hochklettern. Das ist klar. Das ist natürlich nicht schlecht. Und Cross rechts oben. Da muss ich schnell die Schmutzler Connection anmachen. Schmutzler gegen Horvath. Sie verpassen hier keinen Checkdart. Horvath jetzt auf 102. Schmutzler hat Bull verpasst. Komm Dragutin. Was machen wir? Er checkt 102 mit drei Darts. Putsch. Natürlich mit drei Darts. Geht nicht anders. Und wir gehen wieder zu Cross gegen Killington. Break für Dragutin. Der will dem Youngster mal kurz einheizen. Einhalt gebieten. An Gaga nochmal zurückkommen. Fragezeichen. Max Hopp spielt gut heute. Hat auch die Checks dabei. Hat gut gefrühstückt. Dieser Sieg in der ersten Runde gegen Sauta. Der ging auch mal gut runter. Da sind wir doch froh. Max Hopp mit 12 Darts oder 11. Wir wissen es nicht, Erik. Wir wissen es nicht. Es ist einfach alles obskur. Bieten gewinnt jedes Turnier. Bieten jetzt hier auf Check. Bieten ist wieder mal drei. Weil Bieten ist 3-0 vorne gewesen gegen Ratajski. Jetzt auf einmal hatte doch nicht Bietenwurf, sondern Ratajski. Und hat gecheckt, wie schnell ging das bitte. Das war jetzt auch hart. Und Gaga mit einer Wallhorn. Und ich denke, Hopp packt jetzt auch einen aus. Der muss ja jetzt irgendwann mal den Schinderhammer finden. Was ist los bei Hopp? Hat er auch eine 180 dabei? Hat er die nicht im Gepäck? Hat er die vergessen? Wo ist denn eigentlich mein Krosinski-Fenster? Hier. Robert Krosinski gegen Killington. Ja, die sind wieder am Check. Check von Krosinski. 5 zu 3. Und da ist Horvath gegen Schmutz da rechts oben. Auch noch versteckt. Direkt dahinter. Ja, Max nicht mit der 180, sondern mit der 59. Und Gaga wieder mit diesen 60-60er Aufnahmen. Jetzt, wo ich es wieder sage, kann er nochmal explodieren. Links oben übrigens Tobias Scheifel. Auch ein Deutscher aus Ingolstadt-Würzburg-Nürnberg. Würzburg war Louwenig. Ingolstadt-Scheifel, oder? Ich weiß es gerade nicht genau. Aber ich sage es jetzt mal so. Aus Bayern jedenfalls die Jungs. Louwenig leider raus. Aber Tobi ist noch alive. Und er kann Dribble-19. Ne, schade. Hat er nicht geschafft. Krosinski gegen Killington. Da geht es weiter. Und Schmutzler gegen Horvath. Kann Schmutzler jetzt auch mal einen Heifel? Der Finish reinbasteln. Horvath hat ihm gerade die 102 gesteckt. Jetzt hat Horvath 20. Rest, ne, kann er nicht. Und Horvath kann einen reinsliden. Doppel 10. Zum 3-0. Gaga haben wir jetzt mit der Chance zum Re-Break. Weil Hopp macht zwar eine U-11. Und er schießt dann daneben. Trotzdem wieder korrigiert. Horvath 3-0 mit Break. Und Cross 137, 180. Wir switchen, ruhen wieder rüber. Hopp hat die Doppelprobleme. Trotz der 171 kommt er ran. Und Gaga mit der 180 vorher hat sich dann schön mit 60, 58, 90, 33 in den Teppich gelegt. Und muss jetzt schauen, dass er nicht stolpert. Dann kann er vor zum Board Pfeile holen. 20 checken. Und dann einen Re-Break machen gegen Max Hopp. Aber wenn er überhaupt keinen Bock hat, dann schmeißt er halt auch mal daneben. Ja, er hat überhaupt keinen Bock. Er schmeißt nochmal daneben. Krosinski hat ein Leck kassiert von Killington währenddessen. Und Max Hopp, der nimmt es dann halt mit, denke ich mal. Was soll er anderes machen? Worauf soll er noch warten? Steve Beaton wartet jetzt ein bisschen auf Ratajski. Er war 3-0 vorne. Aber Steve Beaton, ja der Spieler, der jedes Turnier eigentlich schon gewonnen hat. Nur halt dosiert dann auch Spieler manchmal gewinnen lässt, damit es nicht langweilig wird. Anweisung der PDC von ganz oben. Schmutzler mit einer 42. Und Dragutin, er holt jetzt aus hier. Murray gewinnt gegen Rössler. Schade, schade. Wieder ein Deutscher raus. Rössler raus. Tobi Scheifel 3-2 vorne. Und ich switch nochmal rum. Killington gegen Cross. Da ist Cross jetzt der am Hebel. Der Wirksame. Der die Treffer macht. Pavane gegen Beaton. Hauke Rosin gegen Ronny Halbrechts. Siebmann gegen Olde Kalter. Noster gegen Winkler. Ah, da habe ich ein paar geile Sachen. Ich mache mal Siebmann an. Ich glaube Melanie ist eh nicht da. Die schaut sich das von selber an oder so. Nivek Althoff. Danke dir. Geil. Freut mich. Als Caller bewerben. Ja, ich weiß nicht was ich hier mache. Ich denke mal, die Bewerbung ist raus. Ne, ja klar. Also wegen mir. Muss ich nur noch rechnen lernen. Dann kann es schon losgehen. Peter Wright in der perfekten Position jetzt Worsley rauszuschalten. Muss aber noch ein bisschen arbeiten. Und Cross rechts oben gegen die Feinde. Und ich muss da nochmal rein. Cross. Und hier haben wir Schmutzler. Und Dragutin hat Slack geholt. Und ich habe es verpasst. 174 von Schmutzler mitgenommen. Und tatsächlich Kurz nicht aufgepasst. Nico ist übrigens noch nicht da. Nico Kurz wollte eigentlich auch kommen. Rob Cross gewinnt. Und dann können wir statt ihm. Jetzt können wir erstmal Schmutzler gegen Horvath uns angucken. Und dann können wir uns statt Cross was überlegen. Jetzt haben wir Just Schalke. Ja, ich bin, ich bin, ne. Ich bin, ich bin, ich habe irgendwie eine Erkältung bekommen nach Corona. Ich weiß es nicht. Bin irgendwie wieder krank. 131er Finish von Gaga. Ist aber sein eigenes Leck. Und vorhin diesen einfachen Finish, den wollte er nicht haben. Max unbeirrt schmeißt eine 140. Sieht eigentlich gut aus. Robin Beger hier gegen Kevin Costantini. Auch ein deutsches Duell. Schindy spielt. Alle drehen durch. Alle drehen durch. Leute spielen so viel Deutsch. Was soll man machen? Was soll man machen? Sollen wir Steve Beaton gegen Ratajski rausnehmen? Nur weil Martin spielt? Ja, eigentlich schon. Van Malsen gegen Koch hat gecheckt. Ich mache Schindler an. Achtung. Wutsch. Wutsch ins andere Event rüber. Daneben gedrückt. Schluppdi-Schlupp. Schindler-Martin. Mario von dem Begerde. Da sind sie. Und Mario von dem Begerde mit 100, 180, 100. Aber Martin mit 140, 100 und 161. Nicht gecheckt. 137 gespielt. Mario von dem Begerde ist saugefährlich. Den muss man direkt wegbatschen. Denn der kann nur zwei Sachen. Entweder Average um die 80 oder 110. Frage ist, was hat er heute dabei, Mario? Was hat er heute dabei? Wie ist er eingestellt? Ja, das war so klar. So klar. Whisky auf Nordost, ne? Und zack. Mit einem Break. Zwölfter hat er gestartet. Mario hat heute leider den dabei. Horvath gewinnt gegen Schmutzler Whitewash. Die alte Garde sticht doch mal. Schmutzler weggewaschen. Whitegewasht. Und dann habe ich Vandenberg gegen Durant. Rechts oben. Leute, geiler Stream. Der Stream bleibt geil bis zum Ende. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich weiß nicht warum, aber ich verspreche es euch trotzdem. Ich kann im Nachhinein immer noch April, April sagen. Max Hopp mit Matchstarts. Gegen Gabriel Clement. Also ein Match, ja, Durchschnitt 84. Average bei Gaga. 88 bei Max Hopp. Müsst ihr selber für euch einordnen. Ist jetzt nicht so top class. Ups, ups. Ausrutscher. Ist auch noch nicht fertig. 11. Hat er da eine 5 getroffen statt Doppel 8? Ich würde sagen, er hat die 5 getroffen statt Doppel 8. Und Gabriel, Triple 17, Doppel 18. Die kann er? Jawohl, er macht es in 3. Rebrick, Rebrick. Und der Escape ist noch nicht aus. Wenn man die 5 trifft statt Doppel 8, dann war da vielleicht doch ein bisschen Nervositay dabei. Der war weit daneben. Oder war es Imtay? Man weiß es, nee. Peter Wright ist auf jeden Fall fertig mit irgendeinem Feind. Und ich mache da Clayton gegen Barry von Peer an. Oder was mache ich denn da? Habe ich da was Schönes? Habe ich Raymond links unten mit Matchstarts. Ich habe Raymond auf. Links unten ist er und er hat Matchstarts. Und ich habe gerade geiler geklungen, als ich eigentlich wollte. Ich finde, das war eigentlich nicht schlecht. Raymond von Mannefeld gewinnt 6 zu 1 gegen Joe Mernon. Denn vorhin haben wir Mernon noch kurz über die Lippen springen lassen. Jetzt über die Klippe hinterher. Michael Decker brauche ich nicht. Das war ein brauche ich nicht. Johnny Clayton habe ich aufgemacht. Doby gegen Joyce. Das wollte ich die ganze Zeit aufmachen. Jetzt habe ich es geschafft. Links unten Ryan Joyce gegen Chris Doby. Und links oben Tobi Scheifel. 4 zu 2 vorne. Und er serviert eigentlich zum Match. Aber was macht er? Was macht er? Er macht den Dreifachdeutschen. Er hat Anwurf und er macht in Runde 3,42. Aber er macht 43, 42, 42, 59, 81 außenrum. Und da seht ihr, ich hätte allein diesen Stream schon 3 Streamshots gemacht davon, dass ein deutscher Anwurf hat und in der dritten Runde eine 42 schmeißt. Das machen andere nicht so oft. Hier Clayton zum Beispiel schmeißt eine 140. Olde Kalter schmeißt eine 58. Gegen Siebmann übrigens. So, Siebmann mit der Chance zum 2-0. Nicht vergessen hier ein Spiel. Danny Olde Kalter, Steffen Siebmann. Hier Dragutin gewonnen gegen Schmutzler 5-0. Fabian Schmatzler weggeschmatzt. Aber gut, der ist jung. Der kann noch, der ist in 10 Jahren noch jung. Der ist in 20 Jahren noch jünger als ich, der Mann. Also, und jetzt eine 180 von Max Hopp. Und da frage ich mich, was ich falsch mache. Oh, aber 108er Finish von Jabri El Clément. Ja, da ist die Clément-Kirsche, glaube ich, ausgepackt worden hier. Jetzt muss Hopp schwitzen. Geht ihm da die Arschlaube. Hat er da Wasser? Wir wissen es nicht, ne? Er sollte aber nicht aufstehen. Ich denke mal schon. Jabri El is out for a kill. Der hat Steven Seagal gefressen. Hat jetzt den 9. Darn im Darts. Und ja, will jetzt hier, will jetzt den Maxe holen, ne? Was ist da los? Max und Moritz, diese Buben. Jetzt werden sie weggeschnappt. 1-1. Vandenberg hat einen 104er Finish gemacht. Gegen Jlen Durend. Und Jlen hat tatsächlich ein Spiel gewonnen und trifft jetzt auf Vandenberg. Vor zwei, drei Jahren, vor, sagen wir mal, drei Jahren wäre das ein spannendes Game gewesen. Jetzt ist mir so, hm, kann Glenn nochmal nachlegen? Kann er ein zweites Leck gewinnen? Man weiß es nicht. Es ist leider so. Es ist leider so. Ich schaue hier nur die Zahlen an. Es geht um die nackten Zahlen. Der Mensch dahinter ist mir egal. Nein, aber den Mensch dahinter kenne ich ja nicht, weißt du? Das ist ein reines Zahlenspiel. So, Steve Bieden hat Ratajski gewinnen lassen. Da sieht man es wieder. 3-0 vor. Er merkt, hier kommt kaum Gegenwehr. Er schaltet einen Gang zurück. Spielt dann nur 96. Ratajski spielt 107. Steve entscheidet nicht, drüber zu gehen mit 115. Und ja, lässt ihn laufen. Finde ich fair von Steve. Er macht es eigentlich ganz gut. Steve ist ja sowas wie der Gott. Gott der PDC. Er reguliert alles, ne? Er schaut, wen lasse ich heute durch. Wer fliegt raus? Habe ich Rasenmäher auf? Den hatte ich. Will ich den Decker oder will ich Rasenmäher? Komm, ich mache Noppert gegen das Wahn. Da seht ihr, mein Hirn entscheidet im letzten Moment und entscheidet sich dann doch anders. Und dann klickt meine Hand doch was anderes. Noch was anderes an. So schaut es bei mir aus. So, 147er Finish von Hopp zum Sieg. Schaut gut aus, würde ich sagen. Kann man gut Geld machen hier. Triple 19, Patsch, Patsch. Monster Finish, Fistbump, Gedöns. Und dann, geil, einen rausschieben. Oh, hat es nicht geschafft. Aber er war, ja, so schlecht war man gar nicht. Bega 5-0 gegen Konstantini. Autsch. Und Gabriel braucht jetzt einen 105er Finish zum Decider. Und auch das trauen wir ihm nicht. Trauen wir ihm schon zu. Aber er hat es nicht gemacht. So, Max Hopp. Vorhin die 5 getroffen. Wie schaut es jetzt aus? Ich denke mal, entweder der Erste ist drin oder wir, ja. Oder wir kriegen ein bisschen Spannung. Der Erste ist drin. Und da ist er froh. 6-4 gewinnt er. Und Max Hopp ist mal ein weiter. Und es gibt ein bisschen Geld. Ist doch auch ganz okay. Bega 5-0. Bei den Challenge-Tour-Leuten gibt es noch kein Geld. Die spielen alle noch zum Spaß. Noster ist 3-1 vorne. Stimmt. Warum habe ich den da angemacht? Ich habe den Vorzug da jemand anders gegeben. Vorhin weiß ich nicht mehr. Ach so, hier sieht man. Genau, hier sieht man. Da steht es 2-1. Hier bei Noster steht es schon 3-1 für Noster. Und jetzt sehen wir gerade, wie van der Winkel ihm übelst einen anbietet bei eigenem Anwurf. 180, 121, 140. Steven Noster weiß gar nicht, wo ihm der Kopf steht. Und jetzt haben wir ihn auch noch angemacht im Stream. Ich hoffe mal, er gibt das Leck jetzt einfach ab und stabilisiert danach. Kellen Ritz gegen Brett Clayton und Connor Scott gegen Eddie Lewis fangen an. Und irgendwo spielt Martin Schindler hier übrigens. Und ist 3-0 hinten. 110er Average von... Ah ja, okay. Ich sage nichts mehr. Ich sage nur, Simon, Gondel-Orakel, ne? Ich habe es euch ja gesagt. Van den Bochade, der spielt 80 oder 110. Er hat sich für 110 entschieden. Es sah nach dem ersten Check auch schon so aus. Und genau. Wer Erfahrung sieht, wird Erwartungen ernten oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls böse. Martin spielt auch einen 110er. Aber hat halt nicht Anwurf. So. Nicht mehr. Zumindest. Nie gehabt. Warte mal. Eins für Van den Bochade, eins für Martin. Eins für Van den Bochade, eins für Martin. Ja, Van den Bochade. Martin hat der Anwurf, oder? Martin wirft an, verliert. Van den Bochade wird an, gewinnt. Van den Bochade, verliert. Van den Bochade wird an. Martin hat der Anwurf, tatsächlich. Hopp jetzt gegen Anderson. Ja, dann kann er gleich weitermachen. Ich halte ihn nicht auf. Ich mache Eddie Lewis ein. Ich mache Eddie Lewis an. Und ich gehe mal kurz ins andere Matchcenter rüber, zur Challenge Tour. Sebastian Schnickmann. Kenne ich überhaupt nicht. Gegen Toni Alcinas. Franz Rötschitz gegen Scott Williams. Kann ich das anmachen? Daniel Klose gegen Robin Schmees. Pavane. Hauke ist 2-1 hinten gegen Ronny Halbrechts. Stefan Belmont 2-1 vorne gegen Flörchen. Weil Flörchen tragisch, muss ich sagen. Michael Ostrode 3-2 hinten. Schlichting 3-2 hinten gegen Blomme. Schlichting spielt 85er Average. Ostrode spielt 64. Der ist eigentlich, kann froh sein, dass er gegen 81 Garbage nur 3-2 hinten ist. Dagegen Blomme spielt 83. Schlichting 85. Vielleicht geht da noch was. Ostrode jetzt 4-2 hinten. 2-2 bei Siebmann. Wir haben es aber offen. Warum dauert dieses Spiel gefühlt so unendlich lange? Vielleicht, weil wir nebendran so eine Beschleunigung haben. Es ist ja tatsächlich so, haben welche Psychologen herausgefunden, wenn man irgendwie lauter alten Leuten zuschaut beim Einkaufen oder irgendwie sowas, dann läuft man danach 15% langsamer oder so. Ich weiß nicht warum, aber Dobi gewinnt mit einem Elf-Darter gegen Joyce. Den machen wir aus. Und jetzt springe ich doch nochmal rüber kurz in die Challenge-Tour, weil da war irgendwas Interessantes, was ich gucken wollte. Franz Retsch, genau. Links unten Franz Retsch offen. Er ist 1-0 vorne, spielt einen 15-Darter. Scheifel links oben. Decider, Decider, whoop, whoop. Und Scheifel hat ein Problem, denn Erik Meulemeister ist aufgewacht. 40-100, 40-100 und hat jetzt 180 Rest und wird doch jetzt nicht etwa. Er könnte jetzt eine 41 nochmal werfen. Weil Scheifel, Dobi hat einen Scheiß gespielt. Wirklich. 41, 44, 41. Vorhin hat er die 42, 42, 43. Und jetzt jedes Mal einen daneben. Vielleicht Nervosität. Nervosität, ich weiß es nicht, wie fit der Landsmann da ist mit Nerven. Noster, Noster auch, 3-0 vorne. Ich mache das Spiel auf und schon ist es kacke. Und links oben ist jetzt der Decider. Der war doch gerade eben. Ich habe mich gemutet. Toll. Ist denn heute schon Weihnachten? Wie lange war ich jetzt Mute? Ich fasse es nicht. Rechts oben, ich war jetzt schon ewig Mute, ne? Rechts oben der Glendurant gewinnt jetzt dann gleich sein zweites Spiel. Max Hopp hat sein zweites Spiel gewonnen. Ist denn heute schon Weihnachten? Rötsch mit 43, 44. Scheifel mit 41, 44. Ja, ich bin irgendwie auf den Mute-Knopf gekommen. Ich weiß nicht mal wie. Aber mein Dingens hier, mein Apparat, wisst ihr? Komm, Simon. Der Dingens hier, der hat so einen Mute-Knopf. Warte mal. Zeige euch das mal eindrucksvoll. Jetzt rede ich und jetzt hört ihr mich wieder. Nicht mehr und jetzt hört ihr mich wieder, ne? Und ich bin da irgendwie drauf. Oh, jetzt habe ich es in den Grießball reingehängt. Egal. Jedenfalls. Habt ihr mich gehört und da wieder nicht mehr. Gläten gewinnt Sechser und Scheifel gewinnt. Tobi. Oh, Sahne. Mölle-Mäster. Mit 41, 44, 42, 46. Da hat er mal mitgeschmeckt. Scheifel mit 41, 44, 41, 40. Aber die 40 war halt zum Check. Und Tobi gewinnt. Gewinnt dieses wichtige Spiel und schreibt sich eine Million Euro auf sein Konto. Ne, leider gibt es immer noch kein Geld. Dragutin gegen Barstow. Links oben. Also da reißt es nicht ab. Dragutin muss ein Topper nach dem anderen wegschalten. Dragutin hat jetzt aber ein Problem. Barstow spielt 15-Darte, 100er-Average und ist 1000 Jahre gut gegen ihn. Und da muss man halt mega aufpassen. Wo ist eigentlich sonst noch was los? Bei Nostar. Nostar. Also die haben ein Kackleck zwischenrein eingebaut. Wo dann Cutledge kotleckt. Ja, egal. Jedenfalls Martin wohl ein Leck gecheckt hat mal. Kotzt einen doch mega an. Da ist einer, der meint, er muss hier vier in Folge holen oder was. Und fett davonrennen. Da merkst du, der kann eigentlich nichts. Aber nur ein Leck lang und dann geht es wieder weiter. Ich habe es aber nicht mitbekommen. Von daher erlaube ich mir dazu keine Aussage und revidiere hiermit, was ich die letzten 24 Sekunden gesagt habe. 27 Sekunden vielleicht. Links unten. Scott Williams gegen Franz Rösch. 1 zu 1. Die sind natürlich beide ganz gut. Franz hoffentlich einen Ticken besser. Aber momentan sieht es nicht so aus. 13 Punkte hinten im Average. Gilding gegen Louis Williams. 4 zu 4. 98 Average bei beiden, sage ich jetzt mal, damit es leichter ist. Und Dragutin links oben. Er schiebt jetzt mal eine Line. 60, 100, 140, 140. Damit Jess Barstow auch weiß, was hier los ist. Man gewinnt nicht mit einem 3-Tage-Barstow, sondern man muss auch mal schön rasiert sein. Weißt du, was ich meine? Und Horvath, der hat die Klinge dabei. Der rasiert jetzt mal. Leider hat er daneben rasiert, sich geschnitten. 4 Rest gelassen. Und Barstow auf 103. Die traut man ihm natürlich zu. Wenn du rähl. Ja, muss jetzt schon wieder daneben werfen. Der spielt ja leider sehr solide. Er hat halt dieses eine Spiel ausgepackt, statt diesem anderen. Und Danny Olde-Calter 4 zu 2 vorne gegen Siebmann. Da waren wir noch am Reden, dass der ein Steinfurt Zweiter wurde. Da war er nicht sehr happy mit. Aber sie haben ihn wieder aufgenudelt. Und ja, Dings da. Wie heißt es? Aufgerichtet, motiviert. Zum Spiel gebracht. Barstow 2 zu 0. Schade. Schade für Dragutin. Die hat er rausgelassen. Nathan Tretgold spielt da auch mit gegen Kontermann. Schlichting ist 4-3 vorne jetzt gegen Blomme. Hat diesen 85-Average ummünzen können in eine 2-Lag-Vorlage. Dönermann hat gerade verloren. Dieser andere, der vorhin hinten war. Und warte mal. Noster ist im Designer. Designer. Hup, hup. Aber ich glaube, Noster war hier vorne. Also habe ich mich verfehlfeiert. Noster war die ganze Zeit vorne. Eigentlich ganz ungut von uns gerade eben. Und Franz Retsch mit der 32. Warum auch immer. So, Steven. Jetzt kommt es drauf an. Schade. Schade. Van der Winkel macht es noch eine 140. Das läuft nämlich immer so. Ah ne. Oder ich wollte es nicht aussprechen. Ich wollte es ja nicht aussprechen. Ich wollte es ja nicht aussprechen. Alles gut. Labanauskas gegen Heta. Das sieht auch so aus. Wie weit muss ich da rüber? Hier. Das sieht auch so aus, als ob Labanauskas das Ding gewinnt. Und Glenn Durant ist wieder mal 4-2 vorne. Kann Glenn diesmal gewinnen? Kann er den Hammer auspacken? Lukas. Wo sieht man den Average? Also, pass auf. Hier bei dem Van der Winkel. Die 83. Das ist der Average. Diese kleine 83. Diese schwarze. Diese 160 da drüber, die jetzt eine 156 ist, ist der Average von diesem Leck, was er jetzt spielt. Und er ist ein Riesenarschloch. Er spielt nämlich einen 10-Darter. Genau im Decider gegen Nostar. Bei eigenem Anwurf. Das heißt, Nostar hätte einen neuen Darter gebraucht. Hat er nicht gemacht. Ja, danke fürs Gespräch so ungefähr. Aber den Average siehst du hier. Grau. Ja, genau. Das kenne ich. Das sind solche Wichser, die dann noch daneben werfen. Ah. Muss man mit einer Prise Salz sehen. Aber ich bin gerade sehr ernst. Natürlich wirft er nicht mit Absicht daneben. Aber da kommst du nicht hinterher bei so einem Leck, weil einer Monster loslegt und dann schmeißt er die ganze Zeit daneben. Das ist das, was mich am allermeisten beim Darts nervt. Du hast ein Game. Es geht hin und her und hin und her und hin und her. Und in einem wichtigen Leck kommst du nicht hinterher. Und der Typ, der davor alles zu 100% checkt jedes Mal, fängt dann an irgendwie neuen Darts daneben zu werfen. Und dann, wenn du irgendwie dann meine 140 machst und dann irgendwie 40 Rest stellst, dann checkt er in eins. Aber Van der Winkel hat es nicht so gemacht. Das kam jetzt bewusst gerade hoch, ne? Das war jetzt Trauma. Darts-Trauma. Also quasi das mildeste, einfachste Trauma, was es gibt. Adrianus Maria van Bast. Ernsthaft. Adrianus Maria van Bast. Den hätte ich fast wegen seines Namens jetzt hier reinholen müssen. Der scheint verdammt wichtig zu sein, wenn der so einen Namen dahin fährt. Hat er sich nicht Eddie Bast nennen können? Nee. Gut, er heißt Van Bast. Das ist sowieso nicht der beste Name beim Darts-Spielen. Glenn, ich wollte gerade eine Umfrage machen, ob Glenn wieder verliert. Tim, wie viele Deutsche sind noch dabei? Die Frage lässt sich kaum beantworten, denn wir haben zwei Turniere gleichzeitig. Einmal hier. Da sind ein Haufen Deutsche noch dabei, wie du siehst. Ich scroll mal so durch. Lauter Flaggen, lauter Deutsche. Wenn es dann gleich weniger werden. Andrew Beaton 3-0 hinten. Franz Rötsch links unten am Fighten. Jawohl, das sieht gut aus zum Break, aber Williams macht nochmal mit. Und hier in der Players' Championship sind noch jetzt, ist Martin Schindler auch raus. Ein Deutscher dabei, Max Hopp. Ich weiß nicht, was mit Martin, also Martin war eigentlich nichts los. Van den Boucher, der hat eine 18 Milliarden Average losgelegt und war eine Sau. Und wir haben verloren. Barney gegen Bolton. Mache ich gleich an. Gleich drüberwischen. Egal. Egal, weiter geht's. Jetzt hier ist Decider, Decider, whoop, whoop. Gilding gegen Louis im Decider. Ja, genau. Gegen Louis Williams. Und links unten Scott Williams. Franz hat ihm jetzt einen Break reingedrückt. Sehr geil. Und Barstow links oben. 4-0 gegen Dragutin. Dragutin hat da leider Wichtige da liegen lassen. Und kriegt jetzt die Quittung. Und rechts oben, Land Duren. Wird er wieder 4-2 vorne sein. Und wieder 5. Und wieder 6-4. 6-5. Jedenfalls wird er verlieren. Warte mal. Martin hat sich selber besiegt. Ja, ich glaube, wenn der Dart besiegt, ist der andere. Aber, verstehe, was du meinst. Ich esse mal ein bisschen Grieß bei. Nom, nom, nom. Wade Campbell. Jerry, Jerry sagt, mach mal Wade Campbell an. Weil du so nett fragst, ne? Wade Campbell ist hier oben übrigens. Guck mal auf den Bildschirm, Kollege. Ah. April, April, oder? Okay. Ich muss heute höllisch aufpassen. Labanauskas hat tatsächlich Hetta besiegt. Mit einem 12er im Decider bei Anwurf. Bunting haben wir rechts unten wieder. Der war vorhin da auch schon. Der ist, glaube ich, da auf der Couch hocken geblieben. Der hat so eine Art Kai Gotthard gemacht. Bei der Super League. Einfach immer im Stream gespielt. Einfach schon direkt eine Couch hin. Sich da eingerichtet. So, hier ist der Decider zwischen Gilding und Williams. Da knackt es aber auch bis zum Schluss. So, wer macht einen Highfinish? Gilding oder Williams? Wir wissen es nicht. Dragutin ist vorbei, würde ich sagen, links oben. Der kriegt jetzt das 5-0. Ja, er macht nochmal eine 140. Zu spät. Zu wenig, zu spät. Peterson checkt die 12-1-1 rechts unten. Und links unten ist Franz Rösch auf 8 Rest. Das sieht gut aus. Und links oben, ja, hat Barstow daneben geworfen. Also Dragutin kann nochmal. Die 102 hat er auch gegen Schmutz da gecheckt. Gilding macht keinen Highfinish daneben dran. Und Siebmann macht einen 114er Finish, wo der Gegner auf 40 ist. Danny Olde Kalter. Da war ein Designer, Designer. Wup, wup. Olde Kalter macht 140, 140. Siebmann macht 41, 60, 93 als Vorwerfer. Hat sich dann aber im Endeffekt nichts vorzuwerfen. Denn tatsächlich ein 114er Finish. Oh Mann, Barstow. Links oben, weißt du. Barstow, ach so, der war 5-0 vorne. Okay, lass mal. Lass mal, ich wollte schon trauern. Aber ich war jetzt gerade vom Designer direkt im Hirn rübergerutscht. DeBoer gegen Skoda. Autsch. Christian DeBoer 3-0 vorne. Schnickmann gegen Alcinas. Mach ich links oben auf. Tony Alcinas. Ja, ihr seht richtig. Spielt ein 76er. Gegen Sebastian Schnickmann. Und Schnickmann spielt das ganz schön Schickmann. Gilding gewinnt. Denn der ist 3-2 nur noch hinten. Und der Samurai ist immerhin einer, der 18 Jahre Sponsoring hat und überall schon rumgedaddelt ist. Und den Sebastian Schnickmann kenne ich überhaupt nicht. Von daher mache ich Michael van Gerwen an. Gleich nebendran. Dann müsste ja Price auch gleich wieder kommen. Gervinovic. Der spielt gegen Brandon Dolan. Ah, endlich mal die Chance für Dolan. Dem den Hintern zu versolen. Hier, Conor Scudds gegen Louis. 3-3. Die spielen auch auf Augenhöhe, komischerweise. Und Franzl links unten. Der muss jetzt einfach noch eine 180 reinballern. Da ist hier mal Schluss. Aber ich glaube, die findet er gerade nicht. Danny Noppert gegen das Wahn. Im Decider. Decider. Wup, wup. Und 400 Zuschauer, die sind noch am Deciden, ob sie einen Daumen hoch da lassen sollen oder ein Abo unterm Kanal. Könnt ihr gerne machen. 220 Daumen hoch, haben wir schon. Und Abo 12.500 haben wir. Ihr könnt einfach auch dazu kommen. Einfach abonnieren. Und dann kriegt ihr morgen eine Nachricht, wenn ich wieder anfange. Dann muss auch nicht jeder 100 Mal fragen, wann ich anfange. Sondern dann kommt, zack, die Gondel streamt. Du kannst reinklicken, fertig. Ganz bequem. MBG auch ganz bequem. Erstmal 180, aber ist eins zu hinten. Und sieht man. Hat gewonnen. Geil. Und spielt als nächstes gegen Hertig. Hehe. Das haben wir vorhin schon mal gehabt. Können wir fast offen lassen. Und was machen wir uns zusätzlich noch an? Den Jürgen Nürgen Wielsen Hansen? Ne, den machen wir nicht. Schauen wir mal rein. Machen wir auch nicht. Rauke. Hauke. Hauke. Hauke Rosin. Kann ich jetzt einmal bei dem... Ja, Hauke mit Matchstarts gegen Roddy Halbrechts. Hauke, mach ihn rein. Nein, Hauke. Nein. Hauke hat es nicht geschafft. Bitter. Hauke hatte hier 100 Rest. Hat dann 10 Rest gelassen. Hat Doppel 10 nicht getroffen. Oh Gott, hat Doppel 20 und Doppel 10 nicht getroffen. Und Doppel 5 nicht getroffen. Hauke hatte schon 5 Matchstarts. Franz Rötsch gewinnt. Hat die Matchstarts genutzt. Und jetzt muss Hauke aufpassen, dass er die 1 trifft. So viel Druck hat noch nie ein Hauke Rosin gehabt. 4.1. 2022. Hauke Rosin kann zuschlagen. Zum 2. Mal. Kann Ronny Halbrechts besiegen. Er braucht die Doppel 2. Oh mein Gott, 1 Doppel 2. Ne, ne. Ne, ne. Die dicke 20 ist ein Problem. Oh mein Gott. Und Ronny Halbrechts ist ihm da auf der Zielgerade nochmal davon gefahren. 140, 59, 132. Er hat das so gut gemacht. Campbell checkt eine 110 gegen die Wade zum Break. Und Ronny Halbrechts kann der auch mal daneben werfen. Wäre doch ganz geil. Oh, dauert mir zu lange. Leichte Gänsehaut am Mausarm. Leute. Ich brauche mal Einölung hier bitte. Ich brauche Strand und Sonne. Meine Güte. Nopper checkt jetzt 72 zum Match gegen Desvan. Desvan hat geweint. Was ist mit Halbrechts los? Ist da die Leitung gekappt? Können wir mal die WLAN-Leitung wieder einstecken? Bitte. Bei der Challenge Tour. Yes. Er hat es verkackt. Aber bei Rosin, da habe ich immer noch Angst. Weil der hat 5 Rest. Und wenn ich 5 Rest habe, habe ich auch immer Angst. Dann schmeiße ich quasi vorher schon in die 20. Bevor ich überhaupt an Bord bin. Barney habe ich aufgemacht. Die Soße gegen Burness mache ich auf. Und jetzt Rosin. Hauke. Hauke hat die 1 getroffen. Und die 2. Aber nicht die Doppel 1. Max Hopp gegen Ari Genderson. Da habe ich doch ein geiles Fenster. Und Cliburn gegen Rötsch. Und dann gehen wir jetzt direkt in die Kollegin. Rüber, rüber, hopp. Und beide Halbrechtsgewinnen gleichzeitig. Ja, ich hatte das Fenster doppelt offen. Geile Bude von mir. Und beide Halbrechtsgewinnen doppelt. Gleichzeitig meine ich. Dann habe ich ja völlig umsonst das Ding aufgemacht. Ganz starke Darts wieder von mir. Applaus für mich. Roman Beneky. Schade, Hauke. Schade, schade. Du hast es gut gemacht. Daniel Klose machen wir nochmal an. Daniel Klose. Wer fragt, wie es steht. Wie viele Deutsche noch drin sind. Wir haben 2 Turniere hier offen. 2 Turniere. Mit einer Insgesamtmasse von 60 Deutschen. Oder lass 50 sein. Oh, Klose gewinnt. Wir schauen einfach mal rein. Klose gewinnt. Links unten Max Hopp gegen Gary Anderson. Ja, das ist der Gary Anderson. Nein, das ist der Max Hopp. Klose gewinnt. Und habe ich noch was. Schickmann habe ich offen. Kevin Lua gegen Basti Bausi. Lausi, Lausi von Maria Ladila. Oder damit schlichtig gegen Jacques Lesabre Labre. Kevin Lurcek zum 2-2. Dieses Argument nehme ich an. Schau mal rein. Gegen Adrianus Maria van Bast. Ja, Bast schon. Hauen weg. So, Maxe. 72. Die muss gleich mal raus zum Break. Gleich mal Anderson G gebraked. Ach, Mann, oh Mann. Hat er nicht geschafft. Hat er sich schön gestellt. 16-16 für Tops gestellt. Und dann hat er leider den Anderson G nicht rausgehauen. Und Anderson G kriegt zwei auf Tops. Die liebt er komplett. Oder, ja. Oder auch nicht, ne. Oder auch nicht in dem Fall. Lauter Herzchen kommen immer rein. Ich mag diese Herzchen, die da reinkommen. Falls euch der Stream gefällt, könnt ihr donaten. Der Link ist ange... Der Donation-Link ist angespendet. Angedingt. Falls ihr meine Stromrechnung mitbezahlen wollt. Und leider habe ich auch Gas, ne. Natürlich haben wir auch Gasheizung umgestellt im Förderzentrum. Kurz bevor ich es gemietet habe. Haben die das eingebaut. Supergeil. Das heißt, Decke, Pulli, Gashahn zu. Nichts gibt es. 1-0 für Max Hopp. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat wohl gezaubert. Eddie Lewis ist 5-4 vorne. Und Stickmann links oben. 3-4 hinteren gegen Alcina. Stickmann muss jetzt Gas geben. Es ist sein Leck. Geil. Jetzt bin ich bei Gas. Da seht ihr, wie ein Hirn funktioniert. Da habt ihr jetzt eindrucksvoll gesehen, wie ein Hirn funktioniert. 2-2. MVG-Check gegen Mike Dedecker. Kann Dedecker ihm hier das Verderben bringen? 105er Average Dedecker. 104 MVG. Wir wissen es nicht. Die Wade gegen Campbell. Kann er einen Wadenkampf verursachen? Ja, momentan auf jeden Fall. Bolton 2-2 gegen Barney. Raymond von Barnefeld. Früher wäre das hier ein Monster-Stream gewesen, ne? Barney, Wade, MVG. Und ich sag euch was. Es ist hier links unten ein Anderson. Es ist immer noch ein Monster-Stream. Eddie Lewis. Es ist immer noch ein Monster-Stream. Aber Eddie Lewis, Gary Anderson und von Barnefeld haben ein bisschen an Schrecken verloren. Und auch MVG. Auch MVG. Und auch die Wade. Obwohl die Wade so geil ist wie noch nie, glaube ich. Tabellenmäßig. Und Dimitri van den Berg und Glenn Durant. Weltmeister hier. Glenn Durant dreifacher Weltmeister. Also früher, also normal. Also hier vor 3, 4, 5 Jahren. Dieser Stream. Momentan hättest du gesagt, was ist hier los? Gut, bei Lewis ist es schon etwas länger her. Der weint eigentlich nur noch. Wen habe ich noch? Anderson. Ja, doch. In der Zeit war er schon frisch. Der war da auch nochmal Weltmeister irgendwo zwischenrein. Och. Ah. Du, ich habe wirklich Ellbogen, Schulter. Dann hast du Corona. Dann bin ich krank. Dann haben die Kinderferien. Es ist seit einem Monat in der Seuche, du. Aber woanders ist seit einem Monat Krieg. Und irgendwann hat einer gebrannt. Also ich sage mal, mir geht es gut. Alles, weißt du. Aber es ärgert einen ein bisschen. Man sollte aber natürlich die Kirche im Dorf lassen. Und jetzt lassen wir Belmont raus. Oder ich mache Schlichting an. Links oben. David Schlichting. 1 zu 0 hinten gegen Labre. Und Eddie Lewis gewinnt gegen Conor Scott. Gut für mich. Kann ich ein neues Game reinmachen? Zack, zack, zack. Max Hopp ist 2 zu 0 vorne. Warum denn das? Ich habe es verpasst. Die Soße 4 zu 0. Barney 3 zu 2. Dobie. Dobie, Chris. Nein. Nein. Schaut mal rechts oben. Schaut mal rechts oben. Hrrr. Glenn Durant hat noch ein Spiel gewonnen. Da muss ich auch sagen, Dimitri van den Berg, bei dem geht gar nichts zusammen zur Zeit. Aber Glenn Durant und Max Hopp hat auch 2 gewonnen. Jetzt eskaliert es. Jetzt subscribt sogar einer oder hat eine Donation reingehauen. Weil jetzt explodiert mein Kanal. Und immer wenn einer was Geiles macht, dann passiert das. Und da habe ich Karl Krohn gegen Philipp Van Chasse. Karl Krohn ist ein Deutscher. Und Philipp Van Chasse ist ein Belgier. Rechts oben. Kevin Lue ist auch ein Deutscher hier unten. Das ist Challenge Tour. Challenge Tour, da spielen die bis 5. Hier Raymond von Barnefeld. 104er Check. Genau richtig hingezeigt. Und jetzt muss ich mal kurz rüber gehen. Also Donation ist es glaube ich nicht. Das ist Münne. Der Herr Münne hat einfach subscribed. Weil nämlich Donation. Dann würde sich hier unten dieser New Donation Ding ändern. Hier wo mein Finger ist. Da ist Coretta. Hoffentlich zumindest. Weil Coretta hat vorhin donated und ich habe das nicht gesehen. Und ich hoffe mal, dass das da reinkommt wenigstens. Dass das wenigstens funktioniert. So. Falls wir noch eine Donation erleben heute. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Denn Bunting. Bunting 4, 3 rechts unten. Das Game ist noch nicht vorbei. Süßig. Hopp check die 72 diesmal. Zum Break. Jawohl. 140, 191, 98, 72 gecheckt. Max Hopp ist heute gut am Check. Ist semi am Score, muss man sagen. Aber bisher reicht es. Und es ist meistens so, wenn du die Sachen checkst über 90. Ja, Max, ich meine damit nicht, dass du jetzt eine 60 werfen solltest. So war das auch wieder nicht gemeint. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn du dann die Sachen checkst, dann sparst du dir schon mal drei Darts. Dann kannst du auch mal einen Score auslassen. Aber jetzt eine 180. Hat Max eine 180 oder was? Egal. Dobi ist 5-0 vorne. Jetzt 6-0 gewonnen. Gegen Brian Rahman. Ja. Ich wusste nicht, dass ich das offen habe. Ich hatte das offen. Oh, Max hat die 1 vergessen. Nur eine 80 geworfen. Schlecht. Wir haben Kim Halbrechts. Gegen Kevin Dutz und Bunting habe ich rechts unten. Und Warde habe ich auch offen. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen Players Championships. Geil. Freue mich mega für den Glenn. Auch wenn es nur ein 85er Schnitt war. Vielleicht kommt er jetzt wieder langsam zurück. Ja, genau Michi. Schauen wir mal. Kevin Burness kommt nicht mehr zurück. Der hat von der Soße gerade den übelsten Hackbraten ins Gesicht bekommen. 6-0. Kevin ist ange Burness. Dolan gegen Van den Brede. Und Gervin Price gegen Mahlers Rasenmäher. Ach, ich mache das schon mal an. Die werden schon irgendwann reinkommen. Und jetzt lehne ich mich zurück und esse erst mal was. Kann ich das machen? 450 Zuschauer. Wäre sau nett, wenn ihr alle einen Daumen hoch da lasst unter dem Video. Wir haben 244. Ist mega geil. Wir können mehr schaffen als Sport 1. Einfach einmal dahin gehen, drauf drücken. Bei 450 Leuten wäre in 2 Sekunden 450 Daumen hoch. Überhaupt kein Problem. Stattdessen gehen einfach 12 Leute weg. Zack. Max Hopp spielt immer noch hier links unten übrigens. Ihr habt nichts verpasst. Jetzt wird er wahrscheinlich erst mal gebraked. Und es kann natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Barney ist 5-2 vorne hier. und links oben David Schlichting 2-1 hinten gegen Jacques Labré. Schlichting spielt ein 88er Average. Und das ist Challenge Tour. Da muss es nicht so heftig zugehen. Und jetzt kommt Gervin Price hier. Für alle Price-Fans, wenn ihr Price öfter sehen wollt und mich dazu hören. Ich weiß nicht, wer das freiwillig wollen würde, aber ihr könnt den Kanal abonnieren. Und ich erse jetzt erst mal ein bisschen grießbrei. ein Re-Break von Gary Anderson. Leider. Max Hopp hat sogar nochmal eine 134 geschmissen. Für 26 Rest, warum auch immer. Was hat er da gemacht? Bull war es nicht. Hops. Nö. Hm. Vielleicht verrechnet und 26 gelassen. Hi Dennis. Grüße nach Berlin. Timi hat gerade verloren, Tim. Tim Wickenhauser. Dimitri van den Berg hat verloren gegen Glenn Durant. Aber Glenn hatte heute schon zwei Opfer. Genauso wie Max Hopp hier links außen. Der letzte Deutsche. Unser Left-Winger. The last one left und the left-Winger sozusagen. Um, 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 um. So, ein bisschen grießgetankt. Muss ich nochmal kurz, bevor ich grießcremig werde, auf mein Handy schauen. Oh, der grießt es aber schon cremig, muss ich sagen. Ah, okay. Arne weint. Warum? Leute, Leute. Ich muss kurz ein paar Kundenanfragen behandeln, ne? Lasst euch nicht stören. Oh, Max, hoppt nur noch 3-2. Nur noch 3-2. Ich meine, jedem war klar, also mir und euch, dass das noch nicht rum ist, das Game. Die Wade schafft es, den Campbell nochmal wegzurücken. Und von Barne fällt ein 141er-Check. Ist okay, den nehmen wir mal so mit. Penhall, das Schlafzimmer gegen Ritz. Ich nenne den jetzt einfach Schlafzimmer. Wer es nicht checkt, der kommt noch drauf. Und dann haben wir Gilding gegen Humphreys und Dolan gegen Wendell Bräde und Chissi gegen Hudson. Die Auswahl ist da. Price gegen Rasenmäher habe ich offen. Gilding gegen Humphreys. Komm, ich mache Gilding nochmal an. Vielleicht kommt der Goldfinger mal weiter. Andrew Gilding. Da habe ich auch einen Mannschaftskamerad gesprochen von ihm. Mannschaftskamerad von Gilding, Mannschaftskamerad von Belmont. So langsam dringe ich vor in die Sphären der Berühmtheit. Wenn du einmal Mannschaftskamerad von einem gesprochen hast, der hier spielt, dann bist du natürlich der Hit. Ne, alles gut. Max Hopp, 57, 96, 140. Jetzt bitte mal einen Nachknall. Nein, Gott. Ja, okay. Das ist halt scheiße, weil einerseits ist es scheiße und andererseits lädt es halt auch Gary Anderson dazu einzudenken, ja gut, dann halt nicht. Und genau so ist es. Schmeißt sich ein 136. Er schmeißt einfach eine 16. Einfach nur, weil er es kann. Interessiert den gar nicht. Triple 20, Triple 20. Och, und dann stelle ich mich noch. Und Max macht nichts und weint. Und wir weinen alle mit. Jetzt gibt es nämlich dann gleich einen Rebreak. und der 3-0-Führung ist weggeschwunden. So. Jetzt fängt das Game von vorne an. Anderson aber mit dem Vorteil. Psychologisch. Psychoschologisch. Das ist wie wenn Deutsche Kommentator und Michael Smith sagen. Und alle anderen Menschen sagen psychoschologisch. Franz Rösch spielt schon wieder. Mach ich mir auch auf. Ich mach mir den ganzen Tag so eine private Franz-Kampagne an. Franz Brandwein hab ich mir drauf geschmiert vor dem Spiel. Hab mich da quasi schon in Stimmung gebracht. Und jetzt links oben hab ich schlicht hin und jetzt hab ich hier Franz. 1-0 ist er hinten. Gegen Alex Clyburn. 68 Average bei Clyburn. 55 bei Rösch. Ich weiß nicht, ob Clyburn weiß, was er sich hier eingehandelt hat. Hoffentlich noch nicht. Dann kann Franz ihm jetzt ins Gesicht fahren. Aber übelst. Thibaut Tricol ist 4-2 vorne gegen Nick Kenny. 98 Average von Thibaut. 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 Géramont. Géramont. So, das gibt auch nochmal Geld. Von welcher Firma war das? Nestle oder so? Komm, 500 Euro. Zack. Jamie Lewis. 1-0 gegen Christian Kist vorne. Roman Benecke gegen Ronny Halbrechts. 1-0 vorne. 15 Data. Und Jelle Glass gegen Stephen Burton. Kann denen immer einer raushauen. Das ist ja Wahnsinn. Jedes Mal ist er wieder da. Das ist ja wieder da. Gut. Selber Schuld. Was haben wir noch? Anderson gegen Hobb. Genau, da war noch was. 140, 40, 100. Kann man mal bitte die 40er lassen? Es ist grauenvoll. Grauenvoll. Die 40er sind grauenvoll. Aber gut, man kennt sie nach. Man kennt sie selber. Triple 5, 5. Karl Krohn rechts oben. 3-0 hinten. Jetzt mit der Chance, Karl Krohn mal einen Check zu machen. Der spielt einen 73er Average. Da kann man auch eine 41 mal checken. Oh, oh. Oh, oh. Ein Publikumsliebling droht zu sterben. Sieht man, hat übrigens Matchstarts hier, wenn er will. Nee, hat er nicht. Der Decker gegen Van Gerwenheim. Die Sider, die Sider. Wup, wup. Und Bunting gegen Peterson rechts unten auch. Und Bunting packt einfach mal einen Elfer aus bei Anwurf im Decider. Und Peterson denkt sich, na klar, danke dafür. Und macht diese Handbewegungs-Dings da. Was macht er da immer? So nicht Hitlergruß-mäßig, aber seitwärts. Irgendwie sowas, wenn er antritt. Aber auch nicht soldatenmäßig, glaube ich. Sondern mehr so halt. Ach, der tanzt. Genau. Der schiebt doch immer seine Hand so rum. So Schlangen-mäßig-Dings da. Und schiebt sich ein. Und man denkt sich, jetzt bricht gleich das Handgelenk. Aber es bricht nie. Und dann denkt man sich, okay. Sieht man, gewinnt gegen Roga. Der Schweizer ist ausgeschieden. Aber hat es nicht schlecht gemacht. Hopp mit dem Rebreak. Rebreak. Wup, wup. Gary Anderson schießt daneben beim Doppel. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Aber es ist ein Rebreak. Und das Rebreak ist verbrieft. Von daher. Alles gut. Ronny Höbrechts gegen Knollipolli-Bolli-Bolli. Mach ich nicht. Suche ich mir ein anderes Game. Wanns habe ich auf? Ah, da wird es schon ganz schön dünn mit den Deutschen in der Challenge-Tour. Krone habe ich rechts oben auf. Rötsch habe ich auf. Hier. Und links oben habe ich Schlichting auf. Der ist jetzt 4-2 vorne. Das ist gut. Sonst spielt auch kein Deutscher mehr. Witzigerweise. Es spielen nämlich einen Haufen Leute. Es spielen echt einen Haufen Leute. Klose gegen Thomas Lovely im Warm-Up. Michael Flynn gegen Scheifel. Und Lua gegen Bega. Das mache ich mal da oben auf im kleinen Fenster, falls es kommt. Das sind immerhin zwei Deutsche zum Preis von einem. MVG gewinnt den Decider. Mike De Decker schmeißt halt einfach eine 180 für 8 Rest. Too little, too late. MVG breakt ihn tot. Mit 57, 198, 58. Kommst du dann halt nicht ganz geil zur Party. Und MVG checkt 84 in 2. Ja, ein bisschen was kann er schon, dieser Michael von Gürben. Rechts unten ist Noppert gegen Searle an. Gilding gleitet sich oben ein rein. 3 zu 0. Und Penhall gegen Ritz ist über mir. Dann habe ich noch Dolan gegen Fendebuchade. Da ist es Fendebuchade, der 6.000 zu 0 gegen Max Hopp, gegen Martin Schindler gewonnen hat, gefühlt. Ich weiß nicht, wie hoch es ausging. Auf jeden Fall war es böse. Und Max Hopp mit dem 5 zu 2. Und dann... 180! 59, 98, 140. Delish, du! Ich sag's dir. Delish! Übrigens, alle mal am Montag in den Kalender reinschreiben, dass ihr am Montag mal auf Instagram schaut. Ja, in den 80er Jahren wäre es noch lustig gewesen. Also am Montag mal bitte in den Kalender schreiben, Instagram aufmachen. Denn da könnte es abgehen ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher. Ich will auch nicht zu viel dazu sagen, aber... Ja, könnte ganz gut abgehen am Montag. Könnte ganz gut abgehen. Links oben schlichtig, nur noch 4-3. Böse. Und Gervin Price ist übrigens 3-1 hinten hier gegen den Rasenmäher. Marders Rasenmäher. Wenigstens eine gute Nachricht für heute. Und Max Hopp mit 99, 140. gegen den Anwurf von Gary G. Und da fällt dann der nächste Top-32-Spieler in die Fänge des Max-H-Punkt. Oder nennen wir ihn Hopp-M-Punkt. Jedenfalls schnelle Frage. Eine Frage zu den Hoodies. Wir haben ja Merch. Ja. Leute fragen immer, habt ihr Merch? Dann sage ich ja. Und dann sagen alle okay, danke. Aber manchmal will tatsächlich jemand was kaufen. Glodiger Merch. Und ich muss mal ganz kurz was gucken. Baut die Merch aufmachen. Gibt es einen Unterschied bei unserem Hoodie? Ich gucke mal kurz. Achso. Warte mal. Ich habe mich verklickt. Achso. Ja. Weil den einen einer anhat und den anderen nicht. Ja. 3,50. 350 Gramm hochwertiger Monster Hoodie. Und der andere. 350 Gramm. Ja. Okay. Gehe ich so zum Metzger. Ich hätte gerne 350 Gramm von dem Hoodie. Ja. Ne. So. Links unten. Hä? Max hat es geschafft, das Leck nicht zu gewinnen gerade eben. Ich dachte eigentlich, er sieht gut aus. Da habe ich mich schon. Hux Mob, ja. Da habe ich mich schon zu. Hux Mob ist bei meiner Dartmannschaft schon seit drei Jahren Insider. Da haben wir mal alle Namen andersrum gesagt, ne. Und Nanny Doppert. Und Nanny Doppert finde ich auch gut, weil Doppert heißt halt Original Erbse auf Holländisch und der heißt einfach die Erbsen Nanny. Ist ganz geil. So. Max braucht jetzt ein 161er Finish. Er braucht es nicht, aber bitte keine 40. Ah. Das ist immer das Gleiche. Bei 161. Dann überextendet man nämlich, weil man sich geil findet. Und dann kriegt man nichts zusammen, ne. Und dann kommt der Gegner mit einer 180 und schon hat er 40 Rest und du musst 102 checken. Ist jetzt zum Glück nicht passiert, ist aber trotzdem in Gefahr. In Gefahr, ne. Sag es nicht Stefan Raab, aber ist in Gefahr. Links unten Max Hopp muss 102 checken. Single-Handedly den Stream retten hat er nicht geschafft. Kacke. 120 für Anderson. Kann immer mal gehen. Franz Rötsch ist hier 3-2 vorne gegen Clyburn jetzt. Clyburn mit 69, Franz mit 83. Sollte hier keine Probleme mehr haben. Links oben. La Brea gegen Schlichting. Schlichting hat die Matchstarts nicht verwandelt. Na. Und Gary Anderson checkt die 120. Klar. Es war ganz klar, ne. Diese 59 war einfach scheiße. Leider. Die hätte man nicht gebraucht. Schlichting mit Matchstarts. Links oben. Ja, er macht es in drei. Gut. Wir haben was gewonnen. Deutschland hat ein Spiel gewonnen. Scheifel gegen Flynn mache ich links oben auf. Das wird übel. Da muss Tobi sich richtig anstrengen. Denn der Flynn ist ziemlich gut. Man sieht es auch hier. 96, 177, 100. Man fragt sich, was macht der auf der Challenge Tour? Ist nur auf der Durchreise oder wie auch immer. So, Hopp mit einer 100. Jetzt kommt die Schicksalsfrage. Keine 40. Gib mir keine 40, ne. Keine 41, keine 42. Am liebsten auch keine 60. Das ist einfach schade. Das ist schade. Das Spiel hätte er locker durchbringen können. Aber beim Darts kann man das gar nicht so sagen, ne. Cross gegen Eddie Lewis fängt jetzt übrigens an. Price ist auch wieder da. 3-3. Aber eigentlich keine Not. Ich weiß nicht. Ja. Die 59 Grad war bitter. Da kein Match da zu haben. So, und jetzt ist Max halt weit weg. Und Gary stellt sich halt einfach. Der stellt sich einfach 40. Der hat nicht mal versucht, das zu checken. Der hat sich einfach mal gestellt. Kevin Lueh, 127er Finish gegen Bega. Ja, und jetzt kommt die 130. Ach. Macht ein bisschen traurig, muss man sagen. Das war jetzt echt unnötig. Oh. Anderson auf Tops versagt. Der Hype war real. Okay, Max kriegt einen. Mit Sicherheit. 13, 18 Tops. Triple 13 für Doppel 16. Max Hopp. Das Spiel seines Lebens, seines letzthalbjährigen Lebens, könnte er jetzt hier verwandeln. Einen kriegt er auf jeden Fall. Außer er kackt richtig ab. Aber er kann ihn einfach machen in zwei. Oh, er trifft die Triple 13. Und trifft dann nicht die Doppel 16. Und da ist wieder der Doppel 16er Problem. Und wir haben ein Glück. Oh, haben wir ein Glück. Gary Anderson trifft auch Doppel 5 nicht. Gary Anderson, der da oben zu Hause ist. Ja, dann. Ja, dann. Mehr kannst du dir doch gar nicht wünschen. Mehr gibt es nicht. Wir haben alles aufgebraucht. Und wir haben uns schon gefragt, warum das Karma alle verlieren lässt, außer Max Hopp. Ich denke mal, wir haben einfach alles auf einen investiert jetzt heute. Komm, Max. Hingehen. Oh, mein Gott. Franz Retsch gewinnt. Gegen Clyburn. Klose gegen Lovely 1-1. Wahnsinn. Und Kim Halbrechts gewinnt gegen Kevin Dutz. Okay, nehme ich auch mit. Und jetzt mache ich Rob Cross gegen Eddie Lewis auf. Da haben wir leider noch ein bisschen Zeit verschwendet mit einem anderen Game. Und Peter Wright gegen Daddy Jansen machen wir jetzt auch auf. Van Chasse gewinnt gegen Krohn. Ja, okay. Das war, die Gefahr war da. Und dann habe ich Hudson gegen Chizzy. Ah, schon habe ich Chizzy offen. 4-0 vorne. Chizzy rechts oben. Habe ich noch nirgendwo anders, ne? Scheifel hat links oben das 1-1 gemacht. Gegen Flynn. Das ist okay. Und Rob Cross gegen Eddie Lewis hier. Das ist nochmal ein Fight. Das ist nochmal ein Fight. Und die Doppel 16 weiterhin. Oder wieder mal. Da kann man halt nicht gewinnen dann. Beziehungsweise da soll man halt dann auch nicht gewinnen. Ich meine, was soll das? Was soll das? Kellen Ritz gegen Penhall. Die sind im 4-4 hier. Die sind quasi auf dem Weg zum Decider. Jetzt 69, 50. Die kuscheln gerade ein bisschen. Und ich glaube, meine Family hat sich einfach mal freigetestet, weil die sind immer noch weg. Oder die hat es eingeschneit. Lua gegen Bega. Hier oben noch eine deutsch-deutsche Begegnung. In der Challenge Tour 6. Die wir hier auch aufhaben, ne? Wir kuscheln uns ein bisschen ein. 18 Uhr schon. Boah, habe ich hart runter gestreamt hier. Das ging aber mal locker von der Kollegin. 2 zu 1. Eddie Lewis. Es ist noch im Rahmen hier. 104er Average. Kann Lewis Cross besiegen? Eigentlich hätte ich gesagt, ne, weiß ich nicht. Aber Krosinski, weil der ist stark. Cross ist stark. Aber Lewis. Kann Lewis jetzt mal diesen Bogen weiterspannen? Und da haben wir Brandon Dolan gegen Van den Begrade. Und Van den Begrade spielt jetzt gerade 90er. Dolan müsste ihn eigentlich fressen. Hat das aber nicht geschafft. Und Scheifel links oben auf 180 Rest. Wieder mit einer Line von 41, 42, 45. Und noch eine 42. Tobi Scheifel kriegt das einfach nicht hin. Da, ich würde nicht sagen konstant, sondern diese mehrfachen Danebenschießer komplett wegzureduzieren. Weißt du, wenigstens eine 60. Wenn du viermal eine 40 schmeißt, quasi, dann hast du 80 Punkte liegen lassen, wenn es eine 60 gewesen wäre. Allein das schon. Und 80 Punkte ist ungefähr ein Sechstel von den Punkten, die du überhaupt machen musst. Also ist nicht wenig. Ja, also ich muss sagen, ich schimpfe da nicht, aber das Spiel muss der Max gewinnen, ganz einfach. Da gab es mehrere Chancen, da überhaupt hinzubauen. Da hat er das Setup verpasst. Ja, die 59 da vorhin. Wenn er da eine 100 macht, hat er schon Matchstarts. Also hätte, hätte, verstehst du? Und dann, und dann, und dann kriegt er Geschenke über Geschenke und hat auch noch 32 Rest. Nicht irgendwie 18 oder 9 oder 5 oder 11 oder irgendwas. Hat 32 Rest. So viel Darts. Aber wenn man es dann sieht, ist es meistens so, so, weißt du, Draht, Draht, Sichtverdeckt. Oder so ein Scheiß. Genau sowas passiert genau in dem Moment. Gilding ist das nicht passiert. Der hat 6 zu 2 gewonnen. Und Rasma gewinnt gegen Gervin Price. 6 zu 3 weggerasenmehrt. Dann würde man auch jetzt sagen, oh, aber jetzt MBG, ne? Damit keine Deutschen mehr hier dabei. MBG hat er nicht gerade noch gespielt. Wo ist denn der eigentlich? Chissi habe ich, Ratajski gegen die Wade. Das wollen auch Leute sehen. Sind schon ein paar Fans hier, muss ich sagen. Oh, Ratajski. Den Data. Äh, 12 Data, sorry. Äh. Okay, jetzt stimmt das nicht. Ratajski hat doch gerade eben eine 41 gecheckt und hat einen 11-Darter gespielt. Ach so. Ne. Ein 11-Darter wäre ein 136er Average. 12-Darter ist 125. Wieso hat er ein 125er Average, wenn er das gecheckt hat in 2? Das heißt, er hat es in 3 gecheckt. Aber ich habe doch gesehen, dass da 2 stand. Ich habe wieder, ey, ich habe wieder Halluzinationen, oder? Also ich dachte, dass das ein 11-Darter war eigentlich. Muss ich nach dem Spiel nachschauen. Nicht, dass ich verrückt werde. So, rechts unten können wir nochmal einen Challenge-Tour anmachen? Ja, müssen wir machen, weil wir haben sonst nichts mehr. Es ist original, aber es geht morgen wieder weiter, ne? Ihr könnt ein Abo dalassen, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Ich glaube aber nur, wenn ihr die Glocke anmacht. Da gibt es scheinbar eine Glocke, ich kenne mich nicht aus. Sieht man gegen schlichtweg. Ich fange gerade an. Hier, deutsch-deutsches Spiel in der Challenge-Tour. Es ist ein Top-32-Spiel. Also wer da gewinnt, ist bei den letzten 16 dabei. Und Franz Rötsch hat es auch geschafft. Kannst du bitte... Alter, der Feuerwehrmann ist, glaube ich, ein Bot. Ne, kann ich nicht, weil ich habe ja alle Fenster offen, die im Weg sind. Also du musst es dir selber aufmachen, Feuerwehrmann. Der Link ist gleich im Chat. Tschüssi macht einen Whitewash. 6 zu 0. Nicht schlecht. Clayton gegen Bunting. Rechts oben, bitteschön. Sie bestellen, ich liefer, ne? Auf, auf, Sipi. Da ist er. Sipi gegen David. Sipi gegen Goyard wäre schlechter. David gegen Schlichting wäre auch schlecht, würde er gegen sich selber spielen. Ritz gewinnt gegen Schlafzimmer. Das ist geritzt, die Sache. Zack. Da habe ich alle offen, ne? Alle Guten sind offen. Ist Peter Wright noch da? Peter Wright ist momentan der... Geht mir total. Links unten habe ich einen mega offen. Danny Jansen ist schon 4-2 vorne. Danny die Friese Jansen. Und Michael Flynn links oben. Leider Tobi Scheifel. Einfach eine Nummer zu groß, der Flynn. Ja, auch bei den Averages jenseits 70 ist noch ein Unterschied, ne? Wenn du mit 70 auf einen triffst, der 85, 90 spielt, hast du da wieder keine Chance. Wenn du mit deinen 50 Average ankommst gegen einen mit 70, dann denkst du dir, boah, habe ich da keine Chance, ne? Aber der 70er, der, boah, hat der keine Chance. Also ist da noch, da ist noch nach oben offen ein bisschen teilweise. Lua gegen Bega habe ich auf. Scheifel habe ich auf. Klose gegen Lovelymeiner auf. Und jetzt muss ich kurz schauen. New Donation von Dirkules. Dirkules macht 13,13 Euro. Und es fliegt volle Kanne rein hier. Und es wird mir nicht angezeigt. Aber doch, bester Mann. Danke für die vielen guten Tipps. Hat mein Spiel stark nach vorne gebracht. Dirk, danke dir. Dirkules. Ich hoffe, du hast das ultimative Wurfvideo schon gesehen. Wenn du das noch nicht gesehen hast und es trotzdem findest, dann drehst du gleich durch. Gestern Nacht hat mir eine Isa geschrieben auf Instagram. Die hat auch gesagt, das Video war der Hammer. Hat ihr mega geholfen. Ich glaube, der Hammer hat sie nicht gesagt, aber sie war sehr happy darüber. Alles gut. Isa, ich schreibe dir auch später irgendwann zurück. Ich weiß, dass du nochmal geschrieben hast, aber ich bin gerade beschäftigt. Und für alle Blo-Liga-Spieler, auch unsere Software wurde tatsächlich abgeliefert heute. Und ich muss sie noch testen, also heute Nacht. Danny Noppert gewinnt gegen Sir. Leider, leider, leider. Das hätte ich gerne nicht gehabt. Und der Star hat subscribed. Danke dir für dein Abo. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Das klang weird. Das machen wir nicht mehr. Das war quasi einmalig. Genieß es, der Star. So. Bears-Championships laufen langsam leer. Wir haben noch Labanausgas gegen Halbrechts im Warm-Up. Aber ich gehe mal kurz rüber in die Challenge-Tour. Wir schauen mal, dass wir den Kasten hier vollladen. Klose habe ich angemacht. Und da sind die Deutschen. Ey, Klose. Ey, was willst du? So, einmal Klose angemacht. Und Franz Rösch gegen Tibor, genau. Den darf ich nicht verpassen. Den mache ich rechts unten. So, jetzt kann ich mich ja mal kurz wieder zurücklehnen. Und ein bisschen Grießbrei futtern und in den Chat gucken. Genau, die orange Schlange. Siehst du mal Langfinger? Hm. Nee. Wenn man aus der Schweiz oder Österreich bestellen will bei mir, dann muss man sich mit mir in Verbindung setzen, weil ich habe es nicht. Wir haben in meinem Shop pauschal 2 Euro Versand. und das ist wahrscheinlich der günstigste Versand von allen Darkjobs überhaupt. Wobei andere dann ab so und so viel Summe umsonst liefern. Das ist bei uns, glaube ich, 80 Euro. Steht aber nirgendwo. Weil um die 2 Euro drauf geschissen, weißt du. Aber nach Schweiz und Österreich könnte ich das nicht machen mit 2 Euro. Deswegen habe ich die aus dem Liefergebiet rausgenommen. Also, weil da ist, glaube ich, Paket war schon irgendwie 97 oder was und Großbrief 370 oder 360. Wir haben das einmal gehabt mit irgendwelchen Darts. Da hat sie ja dann einer gekauft für 20 Euro und dann musste ich die irgendwie für 16 Euro dahin schicken. Das war ja nicht so der Hit. Also, das habe ich ausgemacht. Aber wenn du aus der Schweiz, Österreich, ihr wisst ja auch nicht, ich habe ja mittlerweile ganz, ganz viele Darts-Sachen auch da. Ich bin ja leider in Quarantäne seit ewig. Ich bin ja eigentlich gerade ein Darts-Shop am Aufmachen. Der wäre auch schon offen letzte Woche, aber dann hat mich das Corona doch noch erwischt. Das ist einfach gerade ein bisschen blöd gelaufen. Sonst hätte ich euch schon lange mit der Kamera da mal hin mitgenommen. Da hätten wir mal reinschauen können. Mein Plan war eh... Gut, da ist jetzt wieder zu... Ja, sagt mir... Was habt ihr mitgebracht? Ja, und zum Beispiel ein hässlicher Test von dem, den die Erwachsenen gemacht haben und von diesem Ding, die hat gesagt... Was? Mamas Test war positiv? Mama hat immer noch gekocht. Ja, Mama Test war positiv. Mama hat immer noch gekocht. Sie weiß noch gar nicht. Doch, sie hat die Tiere. Sie guckt aber nur noch nicht in uns. In eure Äpfel noch nicht geguckt. Ja. Aber wenn ihr einkaufen... Flinn gewinnt gegen Scheifel. Und sonst nix. Und sonst nix. Aber wart ihr selber einkaufen oder war Mami auch mit im Laden? Mami war auch. Ich habe dann erst das Ergebnis bekommen. Sie war immer vorsichtig. Oh, aber das waren jetzt mindestens 400 Leute live. So, stimmt. Du warst ja frei. Das ist ja übel. Was haben wir für eine Variante bitte? Oder was ist das für ein Test? Oh, geil. Hast du dir aber einen richtigen Snack mitgegönnt. Ich hoffe, dass ihr alle frei seid, Schatzis. Ich habe ja gesagt, ich muss kurz dem Chat was erklären oder den Zuschauern. Meine Frau ist schon seit 14 Tagen daheim. Also die ist auch ohne Tests nicht mehr in Quarantäne. Die wäre eigentlich frei gewesen. Die hat sich einfach nur getestet, weil sie wieder zur Arbeit will. Ist aber positiv. Also so viel zu dem Thema, nach 10 Tagen darf man ohne Test wieder frei rumlaufen. Funktioniert natürlich nicht. Wenn man dann immer noch positiv ist. So, jetzt habe ich meinen Stream ein bisschen verloren. Aber die Leute sind hart. Iris, ich schaue und höre dir so gern zu. Es ist immer wieder was zu lachen dabei. Danke dir, Iris. Danke dir für die 10 Euro. Wer war es nicht? Ja, da waren das tausend Papas. Tausend Papas waren da, ja. Die fliegen rein, wenn einer abonniert oder wenn einer ein Geld schickt. Dann fliege ich da durchs Bild ganz oft. Voll krass, oder? Oh, 157er Check von Wright. Und damit sind wir im Decider, Decider. Wupp, wupp. Alter, links unten. Sorry, dem Peter Wright wurde gerade die Butter vom Brot genommen. Der Danny Jansen hatte sich 16 Rest gelassen. Und Peter Wright hatte 157. Und dann hat Peter Wright die rausgecheckt. Beim Darts. Wahnsinn, oder? Meine Hände sind so kalt, dass ich den Kakao trinke muss. Ja. Lass mal fühlen. Lass mal fühlen. Oh, sind die Hände kalt. Da müsst ihr dringend Kakao trinken jetzt. Ja, Mama hat gesagt, da müssen wir mal Kakao trinken. Kevin Lur checkt eine 160. Kevin, wir haben das abgespeichert. War das nicht auch Kevin, der vorher eine 167 gecheckt hat? Tausend Papas wieder. Tausend Papas schon wieder. Ey, was ist da los? Tausend Papas. Deutsch Papas, ja, hast du recht. Mit der deutschen Flagge dran. Ich glaube, Deutsch Papas darf man gar nicht so sagen. Ja, aber. Da jetzt auch, genau da drüben. Das ist meine Stream-Übersicht. Das ist die Zwiebelhorde. Die hat subscribt. Die hat tausend Deutsch Papas in den Bildschirm reingeschossen. Links unten Jansen gegen Wright. Und Jansen ist gebrochen hier. Peter Wright hat ihn gebraked mit 157. Ge-re-braked, re-braked, wupp, wupp. Und jetzt hat er ihn auch noch bei den Gondeln. Und Kevin Lur, absolut Hut ab. 160er Check. Ich bin mir nicht sicher, ob das vorhin Kevin Lur war. Oder es gibt noch einen anderen. Es gab ja noch Kevin Kostatin und so weiter. Ja, egal. Ich glaube, es war vorhin auch Lur. Kann das jemand auflösen? Ich sag's dir morgen. Ich sag's dir morgen. Meld dich morgen bei mir nochmal. Links oben. Franz Rötsch habe ich rechts unten angemacht. Ziehtmann haben wir an. Klose haben wir auch an. Wo ist der Klose im Fight? Auch Klose, jetzt komm in den Decider. Gib ihm richtig. Come on, Daniel. Doppel 16. Jetzt muss er's machen. Franz Rötsch rechts unten mit der Chance. Tibor hat zweimal liegen lassen. Franz ist endlich hingekrochen. Mein Gott, hat er lange gebraucht, um da in den Finish-Bereich zu kommen. Jetzt ist er hingekrochen. Nach 21 Darts. Und jetzt einfach mal Tops und einen Klauen. Warum geht mein Internet nicht? Was macht Klose? Was macht Strunz? Was macht Rötsch? Oh, Rötsch checkt zum 1-0. Klose nicht. Und Matchstarts für Lovely. Ganz bitter. Kind, was machst du mit mir? Eine Schleife. Was? Au! Was tust du in meinen Kopf? Eine Schleife. Nicht eine Schleife in meinen Kopf stecken. Hilfe. So, Lovely jetzt mit den Matchstarts. Er macht's in drei. Aber er macht's sogar doppelt. Eine Klipsstrahle. So, ich hab links oben jetzt Stefan Bellmond angemacht. Was? Und Jansen gewinnt gegen Wright? Wright hat's zurückgegeben. 157er Check. Und Jansen auf 16. Er checkt ihn weg. Und dann Wright auf 16. Und dann macht das nicht. Und Jansen. Oh, bitter. Jetzt muss ich mal meinen Stream ein bisschen aufräumen, Schatz. Wir haben ja gerade Riesenprobleme. Mein Stream sieht aus wie eure Kinderzimmer. Schlimm sieht das aus. Könnt ihr, könnt ihr. Holt euch mal euren Kakao. Gell? Das können wir machen. So, Jansen gegen Lovely. Danke, Schatz. Van der Winkel ist 3-0 vorne gegen Scott Marsh. Der wird diesmal nicht das Halbfinale geben. Aber Toni Alcinas. Den mach ich mal an. Der Samurai, der fühlt sich durchaus eigentlich auch wohl hier in der Players' Championship Etage. Aber weil er halt so Sachen wirft wie hier, ist er da jetzt halt nicht mehr so dabei. Stefan Bellmond links oben. 1-0 vorne. Und Van der Winkel gewinnt gegen Dolan im Decider, Decider, Wup, Wup, Wup. Schade. Ich habe alles verpasst, Leute. Tut mir leid. Kids sind heimgekommen. Und da haben wir Glenn Durant gegen Jave Tisnel. Alter, 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 alter Schwede. Der tanzt mir hier den Jive. Jive, hör mir auf. So, ich brauche fast keine Fenster mehr. Deswegen mache ich jetzt hier links unten die Lombarda-Action zu. Der Badesee ist geschlossen. Jetzt könnt ihr... Jetzt kann der Feuerwehrmann 1-1-7... Das finde ich übrigens schlecht für die Kinder, die zuschauen. Die Feuerwehr ruft man mit 1-1-2, ne? Also zumindest bei uns. Nicht, dass ihr denkt, mit 1-1-7 geht da was. 1-1-2. 1-1-7 kommt man wahrscheinlich auch irgendwo raus. Aber eigentlich 1-1-2. Die Wade ist weg. Oh, die Wade wurde wegoperiert. 6-1, bitter. Labanauskas gegen Halbrechts mal noch an. Und rechts oben ist tatsächlich Johnny Clayton. 5-1 vorne gegen Bunting. Ich habe euch ja gesagt, Bunting spielt wieder mega geil. Ballert alles weg. Bis auf dann den einen Moment, wo er halt hart verliert. Und Luis gegen Grosinski. Luis kann jetzt in den... Luis kann jetzt in den... Die Sider, die Sider. Ha, das war angetäuschter Niest-Decider. Tatsächlich. Into your knees in a decider. Up to your knees in a decider. Hoffentlich kann Barney die Soße schlagen. Wilde, wilde Hoffnungen keimen auf hier bei Tim Lim. Kann Barney die Soße schlagen. Wir werden es hoffentlich rausfinden oder auch nicht. Kann James den Glas bieten? Sollen wir das rausfinden? Ne. Dem bieten wir keine Bühne. Dem bieten. Er spielt gegen bieten. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Das war so lustig. So. Kind, holst du einen Staubsauger. Bedeutet das, dass du staubsaugst und aufräumst? Das bedeutet, dass Kasse gerade den gesackten Kakao umgeschmissen hat. Verkehrt. Wieso staubsaugen? Ihr müsst ihn doch jetzt in eine Tasse tun vom Boden. Ja, ich habe mir was gesagt, aber sie hat gesagt, das sieht nicht mehr. Oh nein. Wieso nicht? Der löst sich auf und alles Eklige vom Boden löst sich nicht auf. Danach siebt ihr das und er geht doch noch. Ihr müsst einen Siebmann anrufen. Der weiß, wie es geht. Wer? Sieben? Ja, einen Siebmann gibt es. Der weiß, wie man Sachen siebt. Nee. Das war April, April. Das weiß jeder, ja. Ja, Kind, bitte komm nicht an meine Kamera hin und meine Sachen. Schaffst du das? Oh mein Gott. Ja, passt schon. Du hast es gerade nicht geschafft. Arbeiten. Ich habe versucht, den Staubsauger von meinem Monitor wegzuhalten, mit dem du gerade um die Ecke gehst. Okay, du hast das fast geschafft. Machst du die Tür wieder zu, Schatz? Dankeschön. Okay. So, kriegt ihr noch was mit von meinem Familienleben, ne? Kakao liegt am Boden. Alle so, ja, wir trinken Kakao. Oh, Rob Cross gegen Louis im Designer-Designer. Den haben wir vorhin schon angetäuscht. Cross gewinnt trotzdem im Designer. Clayton gewinnt auch. Jetzt gehen wir langsam die Games aus, ganz ehrlich. Ich mache mal Saren Teehan an, der jetzt aus Versehen auch auf der Challenge Tour ist. Was ist denn mit Marcel Althaus? Der war eigentlich auch auf der Challenge Tour gemeldet. Dann wurde aber die Meldungen alle entfernt irgendwie. Ist ja doch nicht gekommen. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Wir brauchen Darts Deutschland, braucht den noch. Clayton mit einem 9er. Nee, einen 9. 980 mit einer 9 bestätigt. Das mache ich auch immer wieder. Was sind nur 330? Vorhin waren es 400. Ich bin's. Ich bin's, wie er abgeht. Go, Glenn. Ja, Brake. Wo ist Glenn? Oh, da ist Glenn. Brake gegen Chizzy. Glenn mit 26, 48, ne? Aber mit Chizzy hat er eigentlich einen, der auch so rumschmeißt hin und her. Könnte was werden. Wie ihr seht, gerade eben nur Kim Heubrechts gegen Labanauskas und Glenn Durant gegen Chizzy am Arbeiten hier. Und hier drüben, in der anderen Tour, ist das noch offen. Siebmann habe ich aber offen. Gegen Schlichting sieht man jetzt da mit Matchstarts. Und so schaut's aus. Siebmann gewinnt. Ich esse nochmal mein Frühstück. Clayton gewinnt auch. Wo wird nachgeladen? Rasma gegen Van den Bochade und Rob Cross gegen Andrew Gilding. Aber hier drüben stimmt doch was nicht. Zeigen die uns nur die Hälfte der Bord? Wieso sollte Rob Cross, der gerade eben, hier sieht man es ja noch, ein Checkdart gemacht hat. Wieso sollte der schon wieder im Ding sein? Im Nachlader? Was ist mit Soße gegen Barney? Anderson gegen Noppert? MVG gegen Clayton. Gut, Clayton braucht nochmal kurz. Ritz gegen Dobie. Wo ist denn das eigentlich? Haben wir das schon an? Das hätten sie uns nochmal liefern können, so langsam, oder? Und Jansen gegen Ratajski und Rasma gegen Van den Bochade. Ja gut, wo sind die Games? PDC, wie schaut's aus? Geht was? Geht was? Ich meine, wir sind da. Sonst mache ich randommäßig irgendwelche Challenge-Tour-Fenster auf, weil Platz habe ich. Der Platz ist da, ne? Platz ist da. Challenge-Tour, oh mein Gott, dann mache ich den halt auch noch auf. Ich kriege es nicht hin, da. Den mache ich auch noch auf. Und dann Challenge-Tour. Belmond habe ich aber schon offen, ne? Den habe ich auch links oben, genau. Habe ich meinen Belmond nicht zu voll genommen. Marsch gegen Van der Winkel, rechts oben. Ja, mein Kind. Oh, ein Semmler! Der ist ohne April-April, danke dir. Geil, ich habe eine angefutterte Semmel gekriegt. Ohne April-April. Braut den nicht über den Weg, ehrlich gesagt. Ich rieche mal kurz. Okay, ich glaube, er ist gut. Er hat es nicht geschafft. Dennis sagt schon mal gute Besserungen, er hat es letzte Woche erwischt. Du, der Witz ist, uns hat es ja... Ich weiß das datumstechnisch jetzt gar nicht. Davor war eine Woche normal und davor waren Ferien, ne? Die Kitzel jetzt seit einem Monat oder länger daheim. Und jetzt ist meine Frau positiv, äh, die ist schon seit 14 Tagen aus, eigentlich, ja... Die hätte jetzt überhaupt nicht testen brauchen, weil nach 10 Tagen ohne Symptome darfst du ja raus aus der Quarantäne. Die ist schon seit 14 Tagen und seit 4 Tagen ohne Symptome oder so. Aber gut. Deswegen ist er ja erstmal zum Einkaufen, während das Kastergebnis kommen sollte, ne? Blöde Idee. Mit Maske hoffentlich noch momentan. Positiv muss natürlich nicht heißen, dass man ansteckend ist. Ich meine, mein Wert zum Beispiel ist da überhaupt nicht hoch gewesen. Und der von meinem einen kleinen Kind ist über 37 sogar. Da bist du, glaube ich, nicht mal ansteckend. Und Gervin gegen Hudeck, 5 zu 0. Da hat Nathan Gervin den Hudeck mal weggezaubert. Und Nathan Gervin war vorhin auch im Halbfinale, glaube ich. Ich mache mal Bayer Bialecki gegen Van der Felde an. Ist auch ein ganz geiles Game. Und ja, was ist heute noch los hier? Also auf der Players' Championship geht noch was, aber ohne Deutschland. Und auf der... Oh, Tibor Trikoll, rechts unten. Und auf der Challenge Tour haben wir Franz Rötsch noch. Der rechts unten gerade einen 78er spielt. Absolut abmagert. Gegen Tibor, der verdammt gut ist normalerweise. Aber 3-3. Jetzt allerdings Rötsch mit Anwurf. Und jetzt die Aufnahmen muss er liefern. Und da ist eine 140. Jetzt, das Game kommt jetzt gerade an seinen Knackpunkt. Wir haben noch Kevin Luehr hier gegen Nathan Gervin, wie man sieht. Aber Nathan Gervin ist leider viel zu gut. Von daher würde ich da jetzt nicht zu viel drauf wetten. Und ansonsten Siebmann ist noch dabei. Der hat sogar schon gewonnen. Schlichting. Und Luehr hat gerade 76 gespielt. Schade, Franz. Das ist jetzt bitter. Tibor hat 100. Die kann er checken. Und Gervin ist der einzige, der zweizige Schotte, der hier ist. 85 vorhin gespielt. Das wird einen Ticken zu hoch sein für Kevin. Denke ich mal. Aber Kevin hat eine 160 gecheckt. Und irgendeiner hat vorhin eine 167 gecheckt. Ein Mystery-Checker. Das war links oben im Stream. Wir haben es gerade angemacht. Franz darf tatsächlich dieses Leck bekommen. Das ist gut für uns. Und Sharon Teehan gewinnt auch nochmal einen. Oben auch Challenge-Tour. Da, wo die Leute bei 5 gewinnen, ist eine Challenge-Tour. Das andere ist ein Ding. Da mache ich mal Kevin Luehr auch an, wenn er kommt. Kann ich jetzt nochmal einen futtern. Franz checkt die 88. Schön. Das war von der Ding. Wie heißt die? Helga. Schön. Dein Rohstock sagt, ride raus, go Glenn. Hm. Glenn hätte hier schon wieder 3-1 vorne sein können. Aber er wollte nicht. Tizzy will natürlich Doppel-18 treffen. Wenn er Doppel-19 schafft. Ja. Aber er spannt uns noch ein bisschen auf die Folter. Wird das gelb oder nicht? Ja, die sinkenden Zuschauerzahlen haben natürlich damit zu tun, dass jetzt Essenszeit ist. Plus, die Deutschen sind alle raus. Außer in der Challenge-Tour. Oh nein. Da ist Franz noch, wollte ich sagen. Aber Tricol mit 125, 137 für 8,50 Rest fährt nochmal hinterher, hey. Der war eigentlich schon abgeschrieben. Und jetzt haben wir einen Decider. Und Franz macht einen Deutschen. Die 42. Aber er hat es lieber gleich gemacht als Erster in der dritten Runde. Da kann nochmal was gehen. Habe ich nach Rhein gegen Nijens offen? Ja, habe ich. Lee Evans gegen Ronny Halbrechts. Belmont gegen Smader habe ich links oben. Und gerade eben ist irgendwas reingeflogen. Ich schaue gleich mal. Helga. Die Helga tippt. 5,01 Millionen Euro. Danke dir, Helga. Sehr nett von dir. Und Franz mit der 180. Soviel zum Thema. Da ist sie wenigstens gleich weg. Seht ihr? 42, 140, 180 spielen ist nämlich was ganz anderes als 180, 140, 42 spielen. Glaubst mir. Denn jetzt geht auch mal eine 139. Wobei ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. 57 sind 18, Reds sind 82. Oh, das ist ein ganz böses Finish. Ist ja ganz böse. Da würde ich doch lieber Triple 20 versuchen, denke ich mal. Krass, ich würde intuitiv da sofort auf der 19 anfangen. Aber eigentlich Triple 20 lässt 79. Und dann hast du Triple 19, Doppelelfs. Auch blöd. Eigentlich ist das total beschissenes Finish. Und der 39 ist auch, glaube ich, das seltenste Finish, was man sieht. Nijens gewinnt gegen Nareien und alle wollen Barney sehen. Ich muss kurz warten, ob Franz Rötsch checkt oder nicht. Ja, er macht es in zwei. Okay, alle dürfen wieder alle dürfen wieder stänkern. Passt schon. Franz Rötsch gewinnt. Ihr kriegt, ihr kriegt den Barney. Ihr kriegt den goldenen Barney überreicht. Da ist er. Tricol war ein Monster. Man sieht es ja auch hier. 140, 100.000, 100 Millionen. 5 zu 4 für Franz mit 85er gegen 91er. F. Rache. Da war wirklich, das war ein Fight. Also der war krass. Schöner Check da. Esther ist auch begeistert. Das war ein richtiger Esther-Sedler-Check. Und Rasenmäher mache ich euch auch auf. Und da haben wir jetzt die Soße gegen Barney. Wer sagt denn, dass wir keine geilen Games mehr haben? Soße gegen Barney. Das hat Thomas so Anlass genommen, nochmal 2 Euro Superchat reinzuhauen. Und ein paar Leute haben nochmal abonniert, weil sie sich da sagen, geil. Morgen und übermorgen auch nochmal, Simon, 2 Turniere Challenge Tour, ein Turnier Players Championship und übermorgen nochmal ein Turnier Challenge Tour und nochmal ein Turnier Players Championship. Ja, wenn ich das gerade so sage, dann frage ich mich, wie soll ich da durchkommen? Auch stimmlich gesehen, aber ich schaffe es. Und weißt du, was ich mich gerade frage, kann man 2 Varianten bekommen haben von Corona? Ist doch ein Witz, oder? Wir hatten ja erst Corona und jetzt bin ich ja so eine Art wieder krank. Vielleicht haben wir jetzt ein anderes Corona. Trotz Impfung und Booster. Ich meine, ich sage nicht, trotz Impfung, aber 2 Sachen kriegen, das wäre schon geil. So, Jelle Glassen, 5 zu 1. Mich wundert es gerade extrem hart, wie meine Frau nach 15 Tagen positiv sein soll. Ohne Symptome. So geil, so in 370 Tagen ist sie immer noch positiv und hockt immer noch daheim, weil der Test einfach jedes Mal positiv ist. Das wäre schon was. Glassen gewinnt gegen Bieten, genau, das haben wir jetzt geklärt. Und jetzt, ist das die Challenge Tour? Die Challenge Tour? Hier, das ist Challenge Tour? Ne, das ist nicht Challenge Tour. Challenge Tour lädt aber auch nicht nach, da geht gar nichts mehr. Fachrasse habe ich offen. Halbrechts habe ich offen, Smelda habe ich offen. Jürgen van der Velde und Sebastian Berlecki, habe ich die auch offen? Ja, sogar die habe ich offen, über mir. Also, wir haben einfach alles offen. Ich mache mal van der Velde, Berlecki und dann gehe ich in die ganz rechte Kolumne rein und mache das Ding zu und jetzt seht ihr meine Augen. Tada, da bin ich. Hallo, ich bin der mit den Cornflakes zwischen den Zähnen. Ist mir aber egal. Wir kriegen es trotzdem immer im Stream. So, ach, 302 Likes, okay, Daumen hoch müssen wir nicht mehr machen, haben wir alles geschafft, was wir wollten, wir haben alles erreicht, dreimal Triple 18. I hear the Cornflakes that you eat because you're smiling in your stream. Wie kann es sein, dass Dazza in Runde 3 ist? Pass mal auf, pass mal auf, es geht noch weiter. Jetzt muss Chisi daneben schmeißen. Oh, Dazza hat die 32 nicht gecheckt, das tut natürlich weh. Das tut natürlich weh, aber wir sind alle im Dazza-Fieber jetzt. Jawohl, Chisi hat das nicht geschafft und jetzt kommt Glenn, Sternstunden des Glenn, demnächst auf RTL oder wo auch immer sowas kommen würde. Ja, definitiv RTL. Übrigens, Sternstunden des Glenn. Das wäre mal out of the box thinking und dann live bei Glenn den Niere rausnehmen oder so. Irgendwie, dass es sich lohnt für Leute, die keine Dart-Fans sind. Ratajski gegen Jansen. Zweite von rechts oben. Habe ich aufgemacht. Ich weiß noch nicht genau, was hier los ist. Clayton gegen MVG habe ich einfach nicht offen, oder? Sehe ich das richtig? Starke Darts von mir. Es spielt also Johnny Clayton gegen Michael van Gerven und ich habe es einfach nicht offen. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass ich echt Volldebt bin, aber jetzt habe ich es aufgemacht. Wie kann mir das denn gehen? Hier sind doch gar keine Games. Hier spielt doch Kraut gegen Rüben. jetzt habe ich im kleinsten Fenster aller Zeiten MVG gegen die Kollegen auf und der Kevin Lohr, der ist seit acht Jahren am Aufwärmen und man weiß nicht, was los ist. Ich mache das jetzt da hin. Das wird mir jetzt zu Mighty. So, bam. Mighty Michael van Fenster. Das ist mein Mighty. Das Fenster, das ich hier mal reinklatsche. So schaut es nämlich aus. Achso, Verrasse gegen Dreadgold. Okay, ja. Schön. Joshua Burka gegen Jamie Lewis. Also, die Burka aufgesetzt und ab in den Kampf. Der ist abgekürzt, der Burks. Der heißt eigentlich, da steht Burks. Im Matchplan heißt der anders. Burksfield heißt der eigentlich. Nickname Burka. Clayton 140, 140, 180. Ah, da hat man wieder das Gefühl, dass man bei Leuten in Zidat spielen können. Und MVG 134 nicht gecheckt. Somit Breakshaws für Clayton. Und da werden die beiden sagen, alles klar, man kennt sich, ne? Man kennt und kitzelt sich. Wie ich und meine Frau. Nur da das Kitzeln. Gut, egal. Rebreg, Rebreg, wup, wup. Ja, Clayton hat's geschafft und ja, bin ich hier für Clayton. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr so gegen MVG, der musste auch hart zurückschrauben, was es auch ganz Level anging, weil er einfach mal hart verloren hat, vier Jahre in Folge so gefühlt. Ist zum besseren Mensch geworden. Ein bisschen. Und außerdem gibt's ja einen neuen Staatsfeind, Nummer eins. und naja, alles gut. Barney gegen De Sosa, zwei zu zwei, hab ich offen. Glenn Durant gegen Chissie, drei zu vier, oh nein, Glenn hat's wieder aus der Hand gegeben. Glenn, du hast das schon wieder gemacht. Rasma gegen Van de Muret, rechts unten, Gilding gegen Cross, Simon, Simon, Gilding gegen Cross, Simon, mein Gott, Simon. Wir haben Gilding gegen Cross einfach mal ausgeladen. Ich geb mir mal Mühe und lad noch mal ein. Jetzt wird's gleich etwas verwirrend, aber das sind Zuschauer meines Streams ja gewohnt, also kein Problem für euch. Gilding gegen Cross muss ich nämlich hier oben hin bauen und dazu muss ich es erst von links unten rüber bauen. Und ich hab das schon wieder geschafft. Ach, jetzt. Grad zum 2-0 von Gilding, 104er Average. Die Soße spielt einen Elf-Darter, drei zu zwei. Belmont links oben gewinnt gegen Smayda. Fünf zu vier, die Schweizer jauchzen, frohlocken und jubeln und Clayton, der sich hier ein bisschen versteckt in dem Rot von dem Rot, da ist er wieder. Lässt sich 40 Rest, aber MVG könnt schon wieder, könnt ihm schon wieder einen Rhein breaken. Rheinfire, die 72, wie Hopdi gecheckt hat zum, was war das, 3-0 oder was, da hab ich mir gedacht, so, jetzt gewinnen wir mal ein Spiel. Aber, haha, von wegen, von wegen, so früh gefreut. Lovely Thomas links oben gegen Wesley Plaisir, noch ein P-Holländer und ich hab einen Semmler. jetzt noch den Gary anmachen. Oh Mann, jetzt spielt Gary Anderson auch noch. Wann möchte Kevin nur, also jetzt hat er Pech gehabt. Dann halt nicht. so, Gary gegen Noppert. Gary Anderson 15 Darter gespielt zum 1-0 und jetzt breakt er wahrscheinlich gleich den Noppert weg. Also ich wäre nicht eingebildet. Mir wäre da wahrscheinlich schon eher wieder langweilig. Okay, sieht jemand, dass er seinen Wurf, ist er schneller. Äh, ist ja anders der Wurf. Er ist schneller. Okay, 2-0. Äh, Dazza, 4-4. Oh nein, Dazza hat ein Reap. Ne, Dazza hat einfach sein Leck geholt. Dazza ist wieder dran. Ich hab ja gedacht, jetzt gibt's das weg, ne? Eigentlich haben einige, einige das gedacht. Und Clayton hat's weggegeben. Gegen MBG kommt jetzt nicht rein. MBG darf locker runterchecken. Kriegt zwei Darts auf Tops. 4-1. 100.000er Average. Sieht ganz gut aus für Michael gerade, ne? Wen hat er denn, der ihn stoppen sollte? Gary Anderson tatsächlich. Aber ich verschau mich ja heute die ganze Zeit schon an Bord. Also sag ich mal lieber nichts. Aber ich glaub, Gary gegen Noppert wird gegen MBG Clayton spielen. So. Chizzy 4-4. Und Glenn Durant nicht auf Breakkurs. Nicht mal annähernd. Mit einer 80. Oh, Glenn. Nein, Glenn weint. Oh, Glenn weint. 82. Ich wüsste nicht mal, wie ich die werfe. Doch wüsste ich schon. Triple 19, 20, 5. Rasma. Checkt mir 130. Rasma hat übrigens Kevin Price besiegt hier unten. Und Van den Bochrade hat gegen Schindler verloren. Schindler hat gegen Van den Bochrade verloren. Johnny Clayton war auf 9er, aber gut, sowas interessiert mich gar nicht. Ich verpasse 9er rechts für links. Und MBG beschließt, alle schlechten Aufnahmen in diesen Wurf zu packen. Und wenn Clayton jetzt checkt, hat der MBG 365 Punkte Rest. Und da muss ich sagen, bei unserer Flo-Liga, jawohl, 365 Rest, da sagen die ja immer, gut, auf so einem hohen Niveau, da gibt es ja keine Punkte mehr zu holen. Doch gerade da gibt es Punkte zu holen, weil wenn da einer ausrutscht, dann kann der andere ihm so hart viele Punkte wegnehmen. Auf dem unteren Niveau, wo alle irgendwann runterkommen zum Check, da gibt es eher weniger Punkte zu holen. Aber auch da. Aber jetzt hat man es gerade gesehen. 365 Punkte hat der MBG noch auf der Uhr, als Clayton gecheckt hat. Das musst du dir auch mal gönnen. Das ist mehr als Schneider. So, Chizzy jetzt 5 zu 4, braucht nur noch ein Leck. Kann Glenn in den Decider kommen? Und kann Clayton MBG breaken? Dafür bräuchte er jetzt eine 180, dann sind sie gleich auf. 140 ist da. Irgendwie mag ich das, Leuten zuzugucken, die wirklich gute Art spielen. Ich mag es auch, wenn man live, und wenn man die Scores sieht, bei Leuten zuzugucken, die es nicht können, beziehungsweise wo es halt spannend ist. Aber so ein Game von 50er, 60er Average zu kommentieren anhand der Zahlen ist schon hart. Da gefällt es einem schon besser, wenn man weiß, jederzeit könnte was passieren, hier wie bei Clayton. Und jetzt hat MBG noch ein bisschen liegen lassen. Da ist ein bisschen Spannung da, weil bei Clayton weißt du auch, die 161 könnte er sogar auch checken, wenn er das aus Versehen macht. Games sind offen. Chizzy mit einer 180, die tut jetzt besonders weh, weil Glenn die 60 geschmissen hat. Glenn Durant bräuchte mal zwei 80er. Und was macht eigentlich MBG? Clayton wird die 60 jetzt ein bisschen nerven. 140, 140, 100. Aber MBG lebt noch von dieser 180. 126 geht natürlich. Triple, 19, 19. Das heißt, du brauchst nur einen im Triple und einen kannst du zum Ziel benutzen. Uiuiuiuiui. Hat er aber nicht getroffen. Er hat was anderes geworfen. Okay. Johnny hat es nicht gecheckt. 61 nicht gecheckt. Das war es jetzt fast schon. MBG 126. Man hat Bull mit eingebaut. Also. Ach so. Äh, 19. Äh, 19, Triple, 19 Bulls. Ah, jetzt. Ich war auf dem falschen Finish. Wo war ich jetzt gerade? 230, 109. Äh, äh, 108 war ich. Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Und Gilding 3 zu 2. Cross hat was gecheckt. 102er Average bei beiden. Anderson gegen Noppert. Hä? Komisch. Okay, Gary Anderson spielt trotzdem noch. Ach so, ich dachte, der muss schon gegen jemand Guten spielen. Aber muss er gar nicht. Sieht man, startet. Okay. Okay. Einmal rüber. Sieht man gegen Belmont. Oh, gutes Spiel. Da muss ich mal kurz gucken, ob hier noch was passiert. Wen habe ich noch dabei? Lee Evans rechts oben. Oh, Chissie gewinnt gegen Durant. Schade, schade. Chissie hat das geschafft. Da haben wir jetzt aber dafür Zeit, in die Challenge Tour zu gehen und Siehtmann anzumachen. Auch nicht schlecht von uns. Gut, oder? Haben wir gut geschafft. So, Clayton hat jetzt sein eigenes Leck geholt. Wer weiß warum? Ich weiß es. MBG hat Bull nicht getroffen. Und jetzt MBG mit dem neuen Darter zum 6 zu 3. Und Clayton wird sich sagen, Mensch, da habe ich einmal zu viel gepennt. Ja, wird er nicht. Eigentlich ist es beim Darter so. Du versuchst ja immer. Du versuchst ja immer, eine 180 zu werfen. Oder das Beste, was du kannst, rauszuholen. Robert Nelson gegen Colin Osborne. Okay, Colin Osborne sagt mir was. Ich glaube aber eher als Sohn von Aussie. Oder irgendwie sowas. Oder auch nicht. Oder als Entertainer. Oder als was ganz anderes. Colin Osborne gibt es gefühlt mehrere, die bekannt sind. Wenn ich jetzt oft gefühlt sage, dann liegt es daran, dass der Arne mich ständig anruft. Und der sagt immer gefühlt. Taco. Alles Taco hier. Der Sosa. 5 zu 4 gegen Barney mit einem Break. Barney. Oh oh. 134, 141 von Sose. Für 28 Rest. Und Barney hatte 80. Hat es nicht geschafft. Clayton checkt die 124 nicht. Matchstarts für MVG. Matchstarts für MVG. Zwei Stück kriegt er. Gibt es eigentlich keinen Grund, den nicht zu machen. Oh. Hat sich Tops ausgesucht. Hätte sich auch 32 aussuchen können. Kann eine Kurzzeitpräferenz sein oder auch Langzeit. An sowas kann man manchmal schon sehen, was ein Spieler bevorzugt. Ah ja. Gut. Clayton bevorzugt jetzt nach Hause zu gehen. Der hat genug gesehen von dem Turnier. 106er Average spielt da. MVG spielt 100. Clayton 105. Clayton verliert mit einem 105er Average. Weil er nichts trifft. Der Vajorana ist da. Servus. Ich brauche mich fit an. Ja, warte mal. Wenn ich ein bisschen leiser spreche. Ne, ne. Ich gebe alles gerade stimmentechnisch. Eigentlich ist es schon ein bisschen angeschlagen hier. Ich bin nicht fit, ne. Ich bin immer noch krank. Ich habe noch was anderes irgendwie. Du glaubst es ja nicht. Meine Frau ist ja schon lang aus der Quarantäne eigentlich raus. Wir sind aber vorsichtshalber daheim geblieben, weil die Kinder ja noch krank waren und ich auch. Und die hat es ja früher als wir gehabt. Geht gerade zum Testen. Nach 14 Tagen. Schon mehr als 14. Ja, ist positiv. Die dürfte schon seit vier Tagen wieder draußen rumlaufen ohne Symptome. Ohne Test. Ohne sich frei zu testen. Regulär. Zehn Tage. Los geht's. Kannst du froh sein, dass wir da heimhocken. Sonst wäre jetzt die ganze... Sonst wäre jetzt alles Tripperinnen auch krank. krank. Osborne 1-1 gegen Nelson. Evans. Gary Anderson 2-3. Hinten gegen Nanny. Und Cross 3-3. Auch ein harter Kampf. Ja, dann willst du mir jetzt sagen, dass Kevin Lue angefangen hat. Alter, ich war seit 18 Jahren auf Kevin Lue. Jetzt kommt er, ne. Und jetzt kriegt er auch noch den großen Screen. Der hat gewartet. Der hat jetzt gewartet auf den großen Bildschirm, damit er hier zum ersten Mal in seinem Leben 90er-Average spielt und gegen Nathan Gervin gewinnt. Hat aber mit einer 30er angefangen. Bessosa 6-4 gewonnen. Gegen Barney. Ja, Barney auch nix, ne. Hier, Comeback, lalalala. Ist er hier auf der Kollegin. Dann zack, zack, zack. Gewinnt eins von den Turnieren damals. Und alle so, wah. Und er so, wah. Und danach so, wah. Und dann so, döh. Aber gut, ich weiß nicht, wie viele von denen hier überhaupt schon so ein Ding gewonnen haben. Aber ich meine auch. Gibt es hier einen Haufen. Es sind nur gute Spieler hier. Nur. Weißt du? Es sind hier auch noch ein paar andere Weltmeister. Ich weiß nicht, wann Gary Anderson zuletzt im Players Championship gewonnen hat. Ich glaube, der war noch... Ja, weiß ich nicht. Bei der Soße weiß ich es auch nicht. Was habe ich denn da? Van den Berg. Sir. Alle, wo du denkst, ja, die waren schon mal in der Nähe oder was. Aber... Kellen Ritz weiß man dann eher noch, ne. So. War nicht verpasst auf Bull den Big Fish. Lance Rudge spielt auch schon wieder. Gut, dass ich euch habe. Merci, dass es sich geht. Und wieder 500 Euro von der Merci-Firma. Franz Rudge gegen Nijans. Jetzt, hm, jetzt könnte es Armageddon geben. Beide haben aber keinen Bock auf Armageddon. 57, 60, 59. 82, 36, 81. Nää. Ratajski checkt eine 135. Und snackt damit ein Leck, wo Jansen auf einem 12er war oder sowas. Krass. Ratajski snackt hier einen zum Re-Break. 109er Average von Ratajski. Hat er mich gehört? Will der sich heute eintragen? In die Annalen. In die Annalen des Pogtologen. Das ist auch geil. Die Pogtologen-Stiftung hat mit Sicherheit Annalen, ne. Das ist ja wohl geil. So. Fachrasse gegen Chess Barstow. Barstow, 3-1 vorne. Wieder 100er Average. Philipp Fachrasse, 96er Average. Das ist hier Best-of. Best-of düdl düdü. Wie heißt der Laden? Challenge Tour. Jansen Ratajski. Lalalalalalalalalala. Hier spielt keiner mehr. Also können wir hier zufrieden. Können wir hier beruhigt einen abnicken. Settler-Check gegen Klaassen. Schon wieder. Kann die Esther ihn aufhalten? Ich denke mal nicht. Esther-Settler-Check ist einfach ein Ticken. Oh, Esther-Settler-Check. 104er Average. 2-1 vorne. Vielleicht schon. Den Kanal abonnieren lohnt sich. Denn die Gondel streamt auch morgen und übermorgen. Ja, und auch ständig. Mein Jahresplan ist voll. Wenn ihr, wenn ihr subscriben wollt, macht es. Geht umsonst. Abonnieren heißt es. Aber wer will das schon? 272 Zuschauer ist der Wahnsinn. Ich träume, ich träume von einem, ich träume von einem Kornfeld, ne. Ne, aber so, ich denke mal so in 2, 3 Jahren, wäre es ganz geil, wenn wir mal 1.000 Zuschauer machen. Morgen, übermorgen werden wieder ein paar dabei sein. Ich bin hier in der Home-Quarantäne. Ich träume euch einen aufs Ohr. Und auf die Augen. Und aus der Röhre. Kein Problem für mich. Ich kriege ja auch immer sehr viele Insta-Nachrichten. Nicht Nachrichten, Storys und so Zeug, was man da machen kann. Mit Leuten, die halt auf irgendeinem 70-Zoll-Flat-Screen mich anschauen. Und ich denke mir dann, okay. Zum Glück bin ich bei mir so klein ungefähr. Ich habe ja nur ein Viertel von einem 4K-Monitor hier auf. Das heißt 4K, 26 Zoll oder so. Und dann in noch kleiner habe ich mich, das ist Briefmarkenformat. Das ist, ich denke mal so 8 auf 4 Zentimeter. Habe ich auch noch auf. Mehr ist nicht. Ach Gott, ich wollte ja mal die Kamera hier anmachen und von hinten filmen. Die Kamera ist ja auch an. Die geht aber ja bloß nie. Warte mal kurz. Wir versuchen die nochmal zuzufügen. Okay. Und wer hätte es gedacht, die Kamera ist wieder nicht da. Ja, ich glaube so langsam geht alles kaputt. So in drei Jahren streame ich noch mit einem Fenster, wo ein Score halb so runtergebrochen ist. Der hängt dann so irgendwo drin. Franz Rösch ist 1-0 hinten und hat jetzt ein Problem. Kenny Nines, 96 Rest. Hat lauter 100er gemacht. Und eine 105. Weil er das Single Bull bemüht hat. Weil er geil ist. Und Jack in 2. 2 zu 0. Hier geht es nur bis 5. Franz mit 75 im Average. Da geht natürlich normalerweise viel mehr bei dem. Belmont 3-1 vorne gegen Sipi. Was ist da los? Stefan Belmont, das Monster. Und Kevin Luer links unten. Keine Chance gegen Nathan Gervin momentan. Nicht mal in der Nähe. Ja, da lobe ich mir doch die Flow-Liga. Kein Witz, ne? Leute immer so, ja komm, lass uns nach England fahren. Lass uns überhaupt kommen nach Slowenien. Wir fahren überall hin. So, erste Runde, bam. Oh, hab gegen den späteren Turniersieger verloren. Okay, starke Darts. Ein Spiel gehabt. Aber in echt gespielt, muss man sagen. Also da müssen wir noch ein bisschen organisieren. Aber ich bin da frohen Mutes. Wie gesagt, Montag mal Instagram anschalten. Und jetzt muss ich mir kurz einen Überblick verschaffen, den ich die ganze Zeit schon nicht habe. Dobie gegen Kellen Ritz fängt an. Jamie Lewis gegen Joshua Birx. Ich weiß nicht, was die hier gerade machen, aber halt auch irgendwie. Ja. So Darts, wenn es so semi-okay läuft, aber eigentlich nicht. Plaisir gegen Lovely Thomas. Und was habe ich denn noch da? Wer ist denn noch da? Ich bin hier in meinem Players-Championship. Ich habe Chizzy gegen Halbrechts, Dobie gegen Reds. Und jetzt gewinnt Danny Jansen gegen Ratajski. Und Ratajski gerade mit dem 135er-Check. Und hat Danny Jansen heute Bock auf den Turniersieg? Danny Jansen. Danny Jansen sehe ich so vor mir. Den habe ich als Baby noch auf dem Arm gehabt. Jetzt holt er sich den Turniersieg. Ich fasse es nicht. Und rechts unten von dem Brede. Der will jetzt auch checken. Jetzt spielt er wieder 80, ne? Sag ja. 110 oder 80. Das sind so die zwei Gänge, die der hat. Jetzt natürlich gegen Martin Schindler 110. Jetzt eher so 80. 5 zu 3. Krosinski ist hinten gegen Gilding. Also das könnte... Und Siebmann darf jetzt mal einen Check machen. Zum Break. Das wäre wichtig. Wir sind hier im Niemandsland gerade. Im absoluten Tal der Tränen. Siebmann checkt nicht. Unglaublich. Unglaublich. Ich sehe nur lauter Namen und... Ja gut. Gary Anderson ist noch da. Dave Chisnell. Ist momentan aber auch nicht so drauf. Und Rob Cross müsste aber hier erstmal gewinnen. Der ist aber hinten. Und dann hast du noch MBG. Und De Sosa. Okay. Ja, De Sosa spielt auch einen 100er Average. Danny Jansen übrigens auch. Und MBG auch. Und Maras Rasmag gegen Price auch mit 102. Also ein paar sind noch da. Ein MBG ist aber in Position. Die Sosa ist an 3 gesetzt. MBG an 2 gesetzt. Die Sosa will auch nochmal was gewinnen. Hey, ich weiß noch. Da war eine Zeit. Letztes Jahr im Sommer irgendwie. Da saßen wir hier zusammen. Also nicht hier. Sondern ich war im Förderzentrum. Da haben wir hier gestreamt. Players Championships. Ein Wochenende oder 2 oder 3. Ohne Chips. Aber mit Players und Champions. Und da hat die Sosa fast jedes Mal, wenn der auf einen traf, hat er den weggeballert. Da waren wir schon immer so, oh mein Gott, was ist mit der Soße los? Da gab es kein einziges Spiel unter, ach, was war da los mit dem? 106, 108, 110, 115. Der ist ja komplett eskaliert. 114. Der war ja so geil drauf zu dem Zeitpunkt. Da war es nur die Frage, gegen wen spielt er eigentlich im Finale oder verliert er im Halbfinale gegen irgendeinen, weil er auf einmal ein 98er spielt und auf irgendwas draufgetreten ist. Das weiß ich noch. Wisst ihr die Zeit auch noch? Das war noch geil. Da hat es nur gefetzt von Jose de Sosa. Nur. Das war der absolute Wahnsinn. Da hat er auch ein, zwei gewonnen damals. Finale auch. Das war geil. Da war die PDC ein bisschen aufgemischt. Jetzt mottet sich alles so ein bisschen ein. Jetzt kommt ein Gary Anderson nochmal. Oder auch nicht, weil gegen Noppert, sieht gerade schlecht aus. Spielt ein 91er. Und Max Hopp hätte ihn eigentlich schlagen müssen. Ganz schade. Could have, should have, bike chain. Louis J. gewinnt gegen Burks. Okay. Ja, alles klar. Wir notieren das nicht. Sharon Tien gegen Michael Flynn. Ey, ein irisches Duell. Sieht man selten. Auf dem Niveau. Top. Michael Flynn einer der besten hier. Sharon Tien kennt man auch. Die werden sich auch kennen. Die werden sich denken, geil. Endlich mal nach Deutschland geflogen, um gegeneinander zu spielen. Und Gilding gewinnt gegen Cross. Und boom, boom. Die Weltmeister sind in einem Schlag weggeknödelt. Gilding gegen Cross und Noppert gegen Anderson. Ist auch geil, der Gilding. Unter der Woche spielt er so Competition irgendwo in England. Im Hupi-Hupi-Lulilu. Und dann so, ja, war bei dir das Wochenende so? Ja, hab gegen Cross gewonnen. Hab ich den weggeballert, hab ich den weggeballert. So, alles klar, wer wirft an, ne? Und zack, spielt da irgend so ein County-Competition-Ting-Ting-Ting. Tissi gegen halbrechts. Hab ich das offen? Klar hab ich das offen. Ich bin doch die Darts gekommen. Ich hab's nicht offen. Ich mach aber das Fenster nochmal zu. Das greift mir zu sehr ein in mein Gesicht. Endlich seh ich was, du. Blind kommentieren ist auch nicht so einfach, muss ich sagen. So. Jetzt fliegt schon wieder was rein. It's, it's, it's. Oh mein Gott. Check mal WhatsApp. Ich hab, ich hab grad eben schon WhatsApp gecheckt. Ich hab WhatsApp gecheckt. Oh. Oh, sieht geil aus. Sieht geil aus hier, oder? Kann man gerne mal auf Instagram schauen? Das ist eine echte Person. Wolfgang. Der Wolfgang hat's gepostet. Hier oben seht ihr den Namen. Wolfgang Weikis. Coole Sache. Belmont gewinnt werden erst gegen Siebmann. Das ist eine weniger coole Sache. Und zwar eindeutig. 5 zu 1. Franz ist 4 zu 1 hinten. Kann jetzt aber ein Leck gewinnen. Nijans, komm. Ich dachte mir schon, Nijans braucht jetzt nicht auch noch einen Finishbereich kommen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Toni Alcinas mache ich noch an. Und bei Noppert gegen Anderson. Mach mal Tizzy an. Und sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Wir haben auch die totale Ordnung verloren. Mario von dem Bukai, der checkt eine 164. Der ist gut. Der Belgier ist gut. Der ist ja okay, weißt du? Der ist wirklich gut. Der hat, wie gesagt, Q-School hat der rechts und links. Der hat alle weggeballert. Den ganzen Tag. Dafür war der eigentlich schon einen Tick zu gut. Robert Nelson gewinnt 5 zu 1 gegen Colin Osborne. Das hatte ich sogar offen. Und Nijans mit einer 180. Danke, die war unnötig. Hier geht es nämlich nur bis 5. Spielt eigentlich noch jemand... Das ist gerade so ein Durchhänger, ne? Spielt noch jemand in den Players' Championships? Nee. Alle warten auf die letzten zwei 16er, letzte 16 Begegnungen und eine Donation verpasst. Moment mal. Der Vajoraner. Ah shit, Grüße aus der Mozartstadt. Und letztes Mal habe ich gesagt Wien und eigentlich war es Salzburg oder es war was ganz anderes. Warte, ich komme gleich drauf. Mozartstadt. Na toll. Wien, Salzburg, Augsburg, Glocknitz oder Garnelen schlägt mein Ding ins vor. Also Mozartstadt. Bezeichnen Sie sich die Städte Augsburg, Prag, Salzburg und Wien? Okay. Das habe ich auch schon. Also geil. Augsburg, ne? So, Mozartstadt, Augsburg, Mozartstadt, Salzburg, Mozartstadt. Aber ich glaube, es war keins davon. War es Salzburg? Es war Salzburg, ne? Aber da war ich mit Wien ja gar nicht falsch gelegen letztes Mal. Da bin ich ja gar nicht mal so sehr... Da bin ich ja, will ich ja gar nicht so sein momentan. Äh, Grüße nach Salzburg, sage ich mal. Ich habe gelernt aus dem letzten Mal, ne? Äh, und danke nach Salzburg. Sehr geil. Und dann du... Oh, da spielt auch keiner mehr. Halb rechts ist 3-1 vorne gegen Chizzy. Jopp, habe ich offen. Reds 4-2 hinten gegen Doby. Jopp. Mein Kopfhörn macht... Ist das mein Instagram-Eichhörnchen, was im Handy rumrennt und raus will, oder? Ich glaube, der ist sogar in blau, der Pulli. Ja, geil. Sieht geil aus. Finde ich ganz geil, wenn Leute so... Und dann auch noch die Flo-Liga anhaben. Ich meine, wenn du was geschaffen hast oder siehst du wo, das ist schon... Schon ein krasser Moment. Für die Stunden, wo wir da reinhauen. Ja, ich habe gerade drei Games insgesamt offen. Einmal Challenge-Tour, Flynn gegen Tieren. Das ist ein Decider, Decider. Wup, wup. Tatsächlich. Und leider muss einer verlieren von diesen zwei Iren. Und dann habe ich Doby, Ritz und Chizzy Gedönsheimer. Und ansonsten nüscht. Aber es kommt... Es kommt zur Schlacht. Die Soße gegen Gilding. Okay. Da lag ich völlig falsch mit den Boards. Noppert gegen MVG. Jansen gegen Kellen Ritz oder Chris Doby. Und Wendel Berede gegen den Rest. Chizzy oder Halbrechts. Also mehr so... Hauptsache Salzburg. Hauptsächlich Salzburg. Jemand sucht das bitte. Mach Chizzy an. Ey Chizzy, du Pfeife. So gut. Ich hoffe, das war gut. Ich hatte das Gefühl, das war... Ja. Also Punkte. Also viel besser kann ich dir nicht anmachen. Habe ich dir nicht eigentlich schon die ganze Zeit angehabt? Angehabt merke? Ich weiß es nicht. So, das mache ich zu. Das mache ich... Brauche ich eigentlich nicht zu machen. Dieses riesige Fenster, das ich mal hatte. Das brauche ich auch nicht zu machen. So. Bialeki. Mach ja auch rechts oben. Da stört es keinen. Bialeki aufgemacht. Bialeki. Und dann habe ich jetzt hier mein Fenster freigekämpft. So. Ja, so wird ein Schuh draus. Na, dann gucken wir mal. Doby und Halbrechts. Genau. Und dann haben wir hier drüben noch. Jetzt kommen wir auch mal einen hoch. Ja. Spielt absolut niemand. Flynn. Flynn mit den Matchstarts. Einen kriegt er vielleicht. Seren Theon hat das nicht geschafft. 64, 64, 64. Hallo. CD 64. Oh, der macht es. 16, 16, Doppel 16. Oder halt irgendwas. 16, 8. Tops. Ich denke mal, er ist einfach da geblieben. Oder Doppel 16, Doppel 8 außerhalb. Doppel 8 oder Doppel 16, 8 innerhalb. Doppel 4. Genau. So irgendwie. Krass, wie viel mal schon mehr weiß als früher, du. Früher wusste ich nicht mal, wie ich Doppel 8 auscheck. Wander Winkel gegen Jamie Lewis. Das lade ich auch mit rein. Und in den anderen Fenstern muss ich mich dann darum kümmern, dass vielleicht auch irgendwann hier die Standard-Lateintänze wieder anfangen. Du, wir sind bei T32, T16 in der Challenge. Haben die das Turnier abgebrochen? Oder wollen die noch was machen? Irgendjemand hält irgendwas auf, habe ich das Gefühl. Irgendwie geht es nicht weiter. Wir haben Plaisir, Gervin, Bastow, Alcinas haben wir nicht. Weil irgendwo Board 13 noch sein muss. Board 13 ist aber nirgendwo. Weil Board 13 zu einem anderen Board wird, oder warum? Ach, weil Board 13 unter Board... Oh mein Gott. Ich habe Board... Oh mein Gott. Stark. Ich habe gerade 16, 15, 13, 14, 12 gezählt. Okay. Also das können wir auch nicht. Dann lassen wir das mal. Wahnsinn. Bastow gegen Flynn. So, jetzt machen wir so eine kleine... Wie machen wir das? Machen wir hier unten? Ne. Es müsste ja eigentlich auch bei der Players Championship noch viel mehr Games kommen. Wir haben jetzt gerade das letzte T16 Match. Genau. Chizzy gegen Halbrechts ist das letzte T16 hier. Hier sogar. Da ist es offen. Seht ihr da drüben. Und da seht ihr auch, wer gegen wen so spielt. Und da... Erstmal jetzt mal kurz... Frühstück weiter. Ja, es lädt. Gevi ist ein Macher. Die warten alle auf... Halbrechts gegen Chizzy. Und dann geht es weiter. Eigentlich warten die nicht da drauf. Eigentlich wird da nochmal nicht gewartet. Eigentlich sollte jetzt dann De Sosa gegen Gilding anfangen. Und... MBG gegen Noppert. Das können sie nämlich schon mal schicken. Aber sie machen es nicht. 7 Uhr und ich esse Cornflakes von heute früh. Ich habe Original heute ab 10 Uhr gestreamt. Ab 10 Uhr. Mit einer halben Stunde Pause. Na ja, sagen wir mal so 15 Minuten. Ja. So. Entschuldigung. Entschuldigung, braucht Nahrung. Und Chizzy und Kim, die gönnen sich richtig... Das Schöne daran, wenn alle Deutschen raus sind, ist... Man kriegt keine Meldung mehr. Ey, du verpasst gerade dies oder das? Man verpasst einfach gar nichts mehr. Aber ich gucke mal kurz zur Sicherheit da unten. Ja, wir verpasst... Ja, wir verpasst... Auch auf der... Geiles Timing von der PDC, ne? Auch auf der Challenge Tour wird nichts gemacht gerade. Bialekki gegen Evans. Das einzige Spiel auf der Challenge Tour. Fizzy gegen Heilbrecht. Das einzige Spiel auf den Players Championships. Oder unter den Players Championships. Oder neben den Players Championships. Jedenfalls. T16. Erstmal... Erstmal abwarten. Der beste Deutsche war ich heute, Simon. Ne, Max Hopp. Max Hopp kam tatsächlich am weitesten. Und hätte auch nochmal weiterkommen können. Wollte aber nicht mehr. Und in... Bei der Challenge Tour... Wer war da in Summe? Würde Arne sagen. Siebmann oder Rötsch. Die kamen ganz gut mit. Sonst glaube ich... Erst... Wenn ich das Turniere heute früh... Was war da noch los? Schlichtding war auch ein bisschen dabei. Eidams auf jeden Fall gar nichts. Leider. Kannst du dir nicht sagen. Kann dir gar nichts. Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. So. Wann werden die Flurige Halbfinals gespielt? Also falls mich jemand irgendwas auf... Discord oder irgendwas gefragt hat. Ich bin ja gerade hier die ganze Zeit offensichtlich. Halb rechts. 5 zu 4. Das Spiel ist ein bisschen halb. Ja. Kim. Kim. Gilding gegen De Sousa. Da wird doch nicht etwa... Andrew Gilding... Da wird doch nicht etwa ein zweites Spiel gestartet von der PDC. Jetzt werde ich aber Larry. Das ist mir ein bisschen zu viel. So zwei Spiele auf einmal. So. Dann machen wir die Soße noch an. Das ist denn bitte für eine Raucherpause da. Jetzt mache ich alles durcheinander auf. Ist mir egal. Da wo irgendwas auf ist, mache ich auch was. So. Links oben gibt es jetzt... Ja. Okay. Und rechts unten. Da gibt es jetzt PDC. Da gibt es jetzt Players Championship. Da gibt es jetzt MBG gegen Doppert. Und... Jetzt sagt... Komm, gib mir noch ein Game. Wen habe ich noch? Mein Gott, es gibt Chissi. Es kann keins mehr kommen. Doch Tobi gegen Danny Janssen. Tobi gegen Janssen kommt da noch. Wann werden die Halbfinals gestreamt? Ja. Eigentlich war der Plan nach den Players Championship Challenge Tour streamen... Dingerns. Am möglicherweise Wochenende abends. Also quasi... Ja. Dann stream ich halt 24 Stunden. So. Die Soße gegen Gilding. Die Soße. Ach, ich bin dafür, dass Gilding das Ding heute einfach mal rockt und sich dann freut. Jetzt ist er soweit gekommen. Oder? Was sagt ihr dazu? Noppert MBG. Ja, was will die alte Nanny da bitte? Nanny Doppert. Vielleicht gibt es da ein bisschen Smack Talk noch. Ja, ich möchte... Ihr fehlt das in Opa. April, April. So, hier in April. Die Hohne sagen ja nicht April, April. Die sagen 1. April. Die sagen in April. Und dann zack, stolpert der MBG. Bricht sich die Linse im Auge. Und zack, Noppert gewinnt. So einfach geht's. Und da haben wir Designer, Designer. Wupp, wupp. Chizzy gegen Halbrichts. Das ging so langsam, dass ich es nicht mal mitbekommen habe. So, Chizzy muss jetzt auf Tops verpassen. Dann kann Halbrichts gewinnen. Oder Chizzy checkt und Halbrichts verliert. Obwohl Halbrichts Anwurf hatte. Aber mit 58, 58, 57 bei eigenem Anwurf kannst du ja gegen 119, 135, 180 nicht viel machen. Ja, okay. Chizzy checkt in einem. Die beiden, die beiden, die sollten mal zum Therapeut gehen. Zum Paartherapeut. Und sich gut überlegen, warum sie so lange die Zuschauer jetzt hingehalten haben. Obwohl doch einer gewinnt am Ende. Also Wahnsinn, muss ich sagen. Verstehe ich nicht sowas. Eiern da einen ab, hey. Ö, ö, ö. Und dann gewinnt doch Chisnel. Ich schaue mir das alles an. Sieh in den Auges schaue ich das an. Das mache ich meistens. Ich habe Louis gegen Van der Winkel sogar doppelt offen. Challenge Tour in Deutschland. Challenge Tour my Ass hier. Wir machen einfach alles doppelt auf. Heute ist Double, Double Day. Louis gegen Van der Winkel. So, da machen wir es zu. Hier unten kommt dann Players Championship 9. Ble, 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 Players Championship 9. Ja, neu, der Players Championship. Komm, wo sind wir? Wo sind die Deutschen? Shit. Ich glaube, wir haben nur null Deutsche einfach dabei. Ich schaue mal kurz nach, ob ich noch einen finde. Ja, kommt denn los. 36 Stunden an einem Tag. Ja, sicher. Es gibt gar keinen Tag. Ich stream die Erde sozusagen. Tag und Nacht gibt es nicht. Es gibt nur Stream an oder Stream an. Ja. So, der ist aus der 1-0 vorne. 15 Darts gespielt. Gilding kann jetzt auch mal nachpassen. Evans gegen Bialecki. Rechts oben. Sebastian Bialecki kennen wir. Auch von der Pro Tour teilweise schon. Als irgendwie Nachrücker oder so ein Zeug. Der spielt aber Challenge Tour. Der kleine Wurstler. Ja. Ja. Ach, Sebastian Bialecki. War das der Steyr? Der Bialecki. War das, war der bei der WM? Bialecki Mio. Da gab es doch so einen, oder? Der irgendwie sowas gemacht hat. Und Michael Flynn spielten 12-Darter. Und Barstow war auf dem 11er. Weil der hat ein 138er Average hier stehen. Ist aber 1-0 hinten. Ja, da sieht man die Averages. Das ist nicht immer so sauber. Gerade in dem Bereich. Da wollte ich auch schon mal ein Video zu machen. Da muss man, da muss man aufpassen mit der Interpretation. So, Dumpster Darts ist da. MBG taking this one down. He is in great form. Well, everyone thought he would play an exceptional player's, äh, äh, Premier League night. After he won something. The last one, I don't know. And then he didn't. So, I don't know. Also, MBG hat doch neulich auch was gewonnen. Und danach hat man gedacht, jetzt ist er geil. Und dann hat er ein 80er Average gespielt bei der Premier League und verloren. Oder die Premier League in Rotterdam, die hat er geschenkt bekommen. Vom Publikum. Da war das noch, aber das war's nicht, ne? Danach hat er noch was gewonnen. Ja klar, gegen Schindler. Against Schindler. He won the players championships. Right. And after that, he didn't play really well. Der Pole war bei UK oben im Viertelfinale. Schau. Bialecki. Da sieht man's. Und, äh, genau. Da hast, da hast du einen Punkt. Und das ist genau der Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Aber du hast ihn gemacht. Tobi gegen Jansen mach ich da an. Oh, ist nackt, ne? Dass die da so lange brauchen zum Einladen. So, Nelson, hab ich drauf. Von der Winkel hab ich auch auf. Dann brauch ich noch Wesley Pläzir gegen Nathan Girvan. Okay, we just about cover everything now. Challenge Tour and Players Championships. Ja, also jetzt ist alles da. Players Championship und Challenge Tour. Drei Players Championship und fünf Challenge Tour. Robster könnte Halbfinale heute Abend. Ähm, gegen wen muss der denn? Ach, der muss gegen das Blechkappe weiter gewesen. Irgendwie von denen einen. Is gonna come back on Noppy? Oh, uh, now that you're saying it, he's down 3-0 against Danny Noppert right now. Doesn't look too good. Danny Noppert with a 105 average. And MVG on 95. Not playing bad, but not good enough for Noppert right now. If Noppert takes out this 95, then it will be over, I think. Also, Noppert ist gerade 3-0 vorne. Hallo Mini, brauchst du was von mir? Zwei Minis. Hi Minis, wartet ihr, habt ihr hier schon gegessen? Nein. Oh, arme Wurst. Gibt es noch keine Nahrung? Robster gegen Blechkappe und Impio gegen Bambam. Ja. Genau, Robster Blechkappe, da habe ich doch schon was Wichtiges gesagt. Ich habe schon den Joghurt gegessen. Okay. Wir beide haben den Joghurt. Ich habe den Joghurt gegessen und mein Juni fast. Habt ihr eine Nahrung bekommen? Äh, oh nein. Das sieht mein Pabend. Genau, ich habe ihn selber bewohnt, das ist doch nett. Papa hat eine Glatze. Was? Ja, Papa hat eine Glatze. Was ist denn eine Glatze? Weil man keine Haare hat. Ja. Habe ich doch Haare, oder nicht? Aber doch, der Papa, der hat keine Glatze. Das war der Peter Wright, der hatte ein bisschen Haare. Und der andere ist, glaube ich, der Michael van Gerven, der hat wirklich eine Glatze. Habt ihr euch selber ernähren müssen? Na, dann muss ich meine Mami fragen, ob die euch Nahrung gibt. Ja. Okay. Okay. So, ich musste ja kurz die Kinder, äh, Kinder wegräumen. Und dann, wenn ich meine Kinder war, die Kinder, 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 die Kinder haben. Und ich bin, 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 in quarantine. In, äh, in Isolation. Aber die Kinder haben Corona, und meine Wife, also. So, wir sind alle nur in unserer Haus. Und ich habe alle Filmegear von meinem Haus in meinem Haus. Office. 5-2, Bialecki gewinnt gegen Evans. Okay. Soll er halt machen. Uns egal. Wir schauen einfach ein anderes langweiliges Game an von Leuten, die nicht deutsch sind. Äh, Belmont haben wir noch. Belmont ist noch da. Gegen Board 6, gegen Alcinas. Tony Alcinas spielt gerade eine 104er-Average. Hm. Nicht so geil für Belmont. Aber gut, wir werden es sehen. Wie schwer das ist, nur zwischen zwei Fenstern hin- und herzuschalten. Das ist Wahnsinn. Yes, wir spielen Dumpster Darts. Wir haben, ich bin der Boss von einem großen German Online Darts League. Actually. The Flow League. If you check Winmar's accounts from two days ago on Facebook, on Twitter and on Instagram, you can see that they posted about our league. And I played in the league as well. But this season, starting Tuesday, I will take one season off because we have so many players now that I need to manage the league more hands-on and be more available and I can't play myself because we have three games a week in the league. So. Jeremy Lewis habe ich ewig nicht mehr gesehen. Domi, ja. Da ist er, aber nicht mehr lange, weil Jeremy van der Winkel, der ist so ein cooler Customer. Und jetzt hast du Danny Nobbert 5-1 gegen MBG. Das wird ihm nicht schmecken. Und Nobbert unterstreicht damit dann vielleicht seinen UK Open Win. Weil MBG war heute schon in Form, ne. 106er. Johnny Clayton, der hatte auch einen 105er. Gegen MBG verloren. 105 average from Johnny Clayton, lost to MBG. Nobbert with a 106. Looking like a winner and will cement, no. Will underline his victory at the UK Open. Not yet. MBG still fighting. MBG ist noch nicht tot. Der macht noch weiter. Der macht jetzt weiter bis 5-5 und verliert dann 6-5. Dass wir das uns auch noch angeschaut haben. Wobei, da ist ja noch in Ordnung. So. Yeah, you can check in on them. Ich muss mal gucken, ob ich hier den Twitter-Link irgendwo habe. Warte mal, da ist sogar Twitter offen. Und dann muss ich mal kurz gucken, ob ich dann nur titten auf Twitter her. Heißt das Titter oder heißt das Twitter, ne? Äh. Winmo. You follow each other. Oh, Winmo followt mir auf Twitter. Ganz starke Darts von mir. Die hauen so viele Posts raus. So. Etza. Hier ist, hier ist the link Dumpster Darts to the Twitter post at least. I don't know if you use that. But I think you can open that without having Twitter, which is an advantage. Äh. Jetzt grad fängt nochmal an, ein anderer gegen jemand anders zu spielen. Und das mache ich hier auf, Dave Chisnell. Gegen Mario von den Bochade. Rechts oben. Chisny gegen die Darts. Mario von den Bochade hat den Golfball. 0-0. Und was macht? Robster kann Samstag, Sonntag auch 20.30 Uhr. Ja, da kann ich ja quasi auch. Ne? Ja, Michael ist jetzt dann gleich weg. Der wurde vom Fenster weggedoppert. Jetzt die Treppen runtergedoppert. So dunk, 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 dunk. Fünfmal Kopf angeschlagen. Erstmal Pause. Danny Norbert Matchstarts. Oder Matchstarts zum Match, wie die deutschen Kommentatoren gerne sagen. Sag ich mal, Matchstarts. Pause for the match. First Start. First Matchstarts. A winner. First Matchstarts ist a winner. Also, was hat er da gespielt? Man weiß es nicht. 16 für 36. 20 für 32. 12 für Tops. Spiel die irgendwie fast nie. Ich weiß gar nicht, warum. Ich spiele da, weil die keine Amateure sind wahrscheinlich. Also, ich spiele da nie 20 für 32, obwohl ich es gerne wollen würde. Weil definitiv triffst du dann Triple 20 und dann, was machst du dann? Wenn du Triple 12 triffst, hast du ein schönes Finish. Du hast kein Corona mehr? Gut, komm her. Gut gemacht, Helmo. Bein, darfst du da raus. Ja, da freust du dich. Frage ist, mit welchen Erziehungsberechtigten? Die haben alle Corona. Da freut sie sich. Meine Mittelgroße. Ja, Danny, die Drop-Erte, hat es geschafft. What's up with the Sosa? Was ist los bei der Sose? 2 zu 4. Andrew Gilding. Could this be Andrew Gilding's Day? It kinda is already. Es ist irgendwie eh schon sein Tag. Und, ähm, wer spielt noch von der gleichen Liga? Danny Jansen gegen Chris Dovey. What? Die beiden könnten auch Challenge Tour spielen, gefühlt. Aber Danny Jansen, Doby ist tatsächlich ein Players-Championship-Game. Und links oben, Jamie Lewis verliert. Hat dann nicht mehr getroffen. Selber schuld. Und Alcinas spielt dann gegen irgendjemand, der wichtig ist. Ach, 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 Simon. Lass ich mal nachschauen. Stefan Bellmond. Jetzt hupt sich da einer eine Kollegin wund, hey. Und eigentlich ist das Ding jetzt, ist jetzt quasi rum, oder? Ich meine, es gewinnt Gilding dann noch gegen die Sose. MEG ist raus. Und ich streami, das geht noch bis 9 Uhr, das Streaming, ne? Für gar nichts, wenn man sich das mal überlegt. Und morgen fangen wir um 10 Uhr wieder an. TNCR NT20 Spieler, stark von Nobbert. Ist morgen wieder um 10 Uhr? I have been streaming Dumpster since 10 a.m. So, now it's like 10.30. No, 10 a.m. Right. The Challenge Tour started at 10 a.m. German time. And now it's 7 p.m. and 19 minutes. Belmont, Alcinas, Nines gegen Bialecki, Van der Winkel, Karel, Zetlacek. Ist interessant, aber eigentlich nicht mehr für uns. Muss man sagen. Und Nenni ist auch raus, hat den Ding geballert. Jetzt ist eigentlich nur noch Gilding. Die Frage ist, macht Gilding den Run? Board 4. Und Board 4 muss gegen Nobbert. Und? Challenge Tour 10 Uhr und Players Championship 13 Uhr morgen. Okay. Muss mal gucken, wie viel da meiner Frau zuzumuten ist. Denn die hat jetzt nach der Corona-Erkrankung wieder Corona bekommen. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ich glaube, wir hatten Corona und danach gleich wieder Corona. Irgendwas stimmt hier nicht. Ganz ehrlich. Was ist eigentlich mit Michael Flynn this time? I don't know this morning or this afternoon. I'm not sure how he lost. Ich schaue mal nach. Let's have a look. mit meinem perfekten Schulenglisch. Deutsches Schulenglisch. Da muss man sich nicht verstecken im Ausland. Also im deutschsprachigen Ausland. Sonst eigentlich schon. Chess Barstow. Let's have a look. He lost to Nathan Girvin in the top 32. With an 86 average and Nathan Girvin played 82. Okay. Das ist auch geklärt. Und da würde ich sagen, wir rappen das hier mal ab. Gilding. Gilding gewinnt noch gegen die Soße und damit ist eigentlich dann jeder raus, der irgendwie was ausrichten kann. Dave Chissene könnte sich das Ding holen. Ich gönne es auch allen, aber ich sehe jetzt irgendwie gerade nicht ein. Dann ist noch Pause vor dem Halbfinale. Dann ist Finale. Dann wartest du dir in Ast. Dann ist 9 Uhr. Halb 8. Fertig. Essen. Hab mit den Kids und lese denen noch ein Buch vor. Ist viel geiler. Ich bin ja morgen eh wieder den ganzen Tag am Streamen. Also man macht es ja hier. Man macht es ja hier auf Kosten der Family Time auch. Aber es macht mir Spaß. Es ist mein Job geworden sozusagen. Es ist auch teilweise mein Lebensinhalten. Was heißt teilweise eigentlich nur. Nur Darts. Darts und Family. Und ab und zu Friends wenn ich irgendwann wieder rauskomme. Momentan nicht. Uh. Gut. Gilding wins it with an impressive 12-Darter against the Thorsa. 105 Average. 105 Average von Gilding. Und damit verabscheue ich mich hier von dem Stream. And that's how I say goodbye to you today because I'm gonna have a bite with my kids and then read a book to them and then take them to bed and then probably work some more. Ich muss heute noch arbeiten. Ich habe die Software bekommen von der Flow Liga. Die muss ich noch hart testen und alles mögliche reinhauen. Das muss ich jetzt erstmal essen und dann muss ich das heute Nacht irgendwie versuchen zu machen. Ich sehe euch morgen um 10 Uhr früh wieder. 10 Uhr morgens. See you tomorrow 10 a.m. Our time. So probably 11 a.m. UK time. Or no. 9 a.m. You're earlier, right? Sind die früher dran? Ich glaube, die sind früher dran. Aber jetzt haben wir Sommerzeit. But we have summertime now. Okay, I'm not sure. Ja, ich sehe es auch so. Wir brechen die Bude hier ab. Wir brechen das Fenster hier ab. Ich bedanke mich für eure Anwesenheit, für euer Zuschauens. Bedanke mich bei meinen Mods. Bedanke mich bei allen, die abonniert haben. Waren ein Haufen Leute. Und, äh, Viorana, Helga, Thomas natürlich wieder. Iris, danke auch. Dirk Uless. Fand ich mega geil, dass der sagt, bester Mann, danke für die vielen guten Tipps. Hat meinen Spielstart nach vorne gebracht. Thomas nochmal zugeschlagen. Und Arne sagt, die Smilies fliegen nicht. Sebastian war da, mit dem 10er Navi. Zweimal mit 5 Euro. Hat getestet, ob es noch geht. Und Willi mit dem 10er. Geiler Support heute. Und ich freue mich auf morgen. Hoffentlich seid ihr alle wieder frisch, so wie ich. Und dann sehen wir uns, ne. Und jetzt haut euch was Leckeres zum Futtern rein. Bis denne. Tschüss. Ciao, ciao. Vince, hau rein. Moreno, mach's gut.